So Leute, da bin ich wieder, okay, irgendwie musste ich nur nochmal neu aufmachen, hat mich gerade gewundert. Wir haben jetzt hier die dritte Iteration, wie es mit der Erzverteilung ist. Können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen genau drüber gucken, aber ich weiß gar nicht, was sich jetzt so arg geändert hat. Ihr seht, ich habe hier noch die Notizen von den Advancements übrig. Und hier haben wir das vom letzten Mal. Was hat sich denn geändert von hier nach da vorne? Da haben wir noch so einen großen Kohleberg oben dran. Ja, was hat sich denn da noch geändert? Die Eisen sind weggegangen, das ist cool jetzt. Ich habe jetzt spontan keinen großen Unterschied gesehen. Vielleicht in der Menge so ein kleines bisschen was. Ja, das sieht aus, wenn das weniger wäre, als wenn die Teile hier kleiner wären. Ja, weißt du was, ich kann es mal direkt, ich muss das mal direkt gegenüberstellen, Sekunde. Ich habe hier da auch halt, was noch, dann schiebe ich das einfach mal, die Notizen in einen anderen Ordner rein. So, und dann habe ich jetzt doch einfach bestimmt. Okay, dann haben wir doch das jetzt hier einfach. Wird das jetzt schon wieder nicht angezeigt, oder was? Warum wird das nicht angezeigt jedes Mal? Das gibt es doch nicht. Jetzt geht es, Mann, das ist ja furchtbar. Okay. Jetzt kann ich nämlich einfach nur nach rechts, nach links wechseln. Und ich würde das ein bisschen besser sehen. Ihr seht das Eisen, ja, das ist ein bisschen, die Bilder sind nicht gleich groß. Aber jetzt seht ihr so ein kleines bisschen Verteilung. Das Eisen ist nach unten verschoben worden und weniger. Und das Gold ist auch weniger geworden. Es gab zu viel Eisen. Eisen wurde verringert. Ansonsten wurde nichts verringert. Vielleicht Gold ein bisschen weniger. Ne, Reduced Air Exposure in Gold vielleicht. Das, was weniger wurde, oder sieht er von, oh, nee, es wird nur kleiner. Also, ich glaube, was verschoben ist, ist, das Eisen wurde nach unten verschoben und das Gold wurde weniger. Okay. Dann haben wir das doch mal. Dias, warte mal kurz, habe ich Dias drauf gehabt? Hopp, Dias. Ja, Dias sieht aus, wenn es ein bisschen weniger wäre, ne? Aber ich weiß, ob es daran liegt, dass es halt klein ist. Also, es ist halt wieder nicht vergleichbar. Ich kann die hier schon wieder nicht richtig vergrößern. Irgendwie ist das unter. Die Bilder haben ein unterschiedliches Format. Das ist das Problem. Das kann ich nicht weiter rauszoomen als das hier und dann switch das um und dann her. Okay. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Gehen wir erstmal wieder zurück in Minecraft rein. Als nächstes, dann will ich mir mal kurz hier die Dinger angucken. Also, New Features in 21 WCNA. Added Lush Caves Underground Biome. Added Cracked Deep Slate Bricks and Cracked Deep Slate Tiles. Infested Variant of Deep Slate Found Underground. Also, wo Silberfische rauskommen. Ja. Generieren, aber noch nicht standardmäßig. Es gibt auch Deep Slate-Versionen von Kupfer, Emerald und Kohlerzen. Genau, Kohlerzen. Sekunde. Ah. Obwohl die gar nicht generieren können, weil das zu niedrig ist, gibt es die aber trotzdem, damit die in Map Creations mit reinkommen können. Okay. So, ein Lush Case. Moss ist an der Decke. Und am Boden. Spore Blossoms sind jetzt da. Die machen Partikel. Clay Pools, also Clay Lehmpitzen mit Wasser drin haben wir jetzt hier. Das ist neu. Atelier Tree ist oben. Der hängen die Lush Caves rein. Und Glowberries hängen von der Decke auch runter. Das ist ebenfalls der Fall. Ja, das stimmt schon. Ich denke, sie haben keine Optik rein. Okay. Außerdem. Lighting Roads, ein bisschen Kleinzeug. Ein bisschen Kleinzeug haben wir noch am Start. Erzgenerierung. Mehr Emeralds in Bergen. Mehr Lapis. Weniger Copper, Gold und Redstone. Kleinere Diamantklumpen, aber etwas häufiger. Weniger Dias insgesamt. Ach du Heilige. Weniger Eisen und es generiert etwas tiefer. Und weniger Kohle, welches an der Oberfläche zu finden ist. So. Irgendwas mit Shaderns noch gemacht. Rendering is now using OpenGL 3.2 Core Profile. All fixed function. Rendering has been replaced with shader-based rendering. Shaders are now included for all supported render states. Any shader except for the blitz shader can also be replaced in resource packs. Habe ich nicht ganz gerafft. Hat man jetzt standardmäßig Shader drin? Options. Kann man jetzt standardmäßig irgendwie Shader per resource pack irgendwie ohne sonst was reinmachen? Das habe ich nicht ganz so mitbekommen. Da muss ich mal ein bisschen genauer gucken. Was war das mit Shadern hier? Muss ich erstmal alles hier verstehen. Ich bin literally gestartet. Ich habe das Spiel eingeschmissen. Geschmackt. Oh verdammt. Snapshot ist ja da. Vicky steht noch nichts mit Shadern. Vielleicht brauche ich das auch noch eine Weile. Das mit Shader habe ich nicht gefunden. Egal. Wir probieren. Wir machen einfach mal das Video jetzt. Leute. Übrigens. Leica, den Resub. Leon in Resub. Neumarsens ab. Und Joschi hat gereast ab 37 Monate. Hi von Chris und Jan. Hallöchen. Einmal direkt zurück. Moin moin. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Ja, ich lege einfach mal los. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Sachen gefunden, die man braucht. Dann mache ich einfach mal ein Intro. Und es geht los mit dem Video. Machen wir es hin. Machen wir das Test. Aufnahme läuft. Hey und willkommen zur nächsten... Nein, ich wollte sagen, zur nächsten Folge von Craft-Attacks. Könnt ihr vergessen? Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung. Und ihr könnt sehen, es ist mal wieder extremst viel passiert. Der Snapshot. 21 W10As rausgekommen. Oben links in der Ecke könnt ihr sehen. Und damit ist jetzt die Implementierung von Lush-Caves-Biomen passiert. Aktuell noch in nur Single-Biom-Welten. Aber wir können es mal ganz genau angucken, wie das im weiteren Verlauf aussehen wird. Und ich dachte nicht, dass die Lush-Caves auch bis ganz irgendwie nach unten gehen. Tun sie aber. Und wir haben hier riesige Dinger mit extremst viel Zeug zu sehen. Extrem viel Änderung. Nochmal neue Erzverteilung. Es gibt jetzt weniger Diamanten und vieles mehr. Seht ihr alles in diesem Video. Und was darin noch jetzt passiert und was so abgeht, erzähle ich euch gleich. Davor aber noch. Falls ihr Neues noch nicht kennt, gerne den Kanal abonnieren. Dann landen die Videos in der Abo-Box. Hilft doch mal extremst. Vielen, vielen Dank für den Support. Auch ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus da lassen. Wir sind super, super lieb. Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Jetzt geht es los mit der Snapshot-Vorstellung. Okay, dann haben wir das doch schon mal. Dann würde ich erst mal ganz kurz erzählen, wie das mit den Lush-Caves ist. Und dann gucken wir mal. Also, legen wir los. 3, 2, 1. So, Leute, wir starten einfach mal dem Lush-Caves-Biom an sich. Wie ihr sehen könnt, ja, es ist sehr, sehr grün geworden. Es kann ab sofort das Moos generieren an den Decken sowie am Boden. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier unten am Boden, wo das Deep Slate ist, ich vergesse noch das Wort, Deep Slate, doch. Da sieht das Gras irgendwie nicht so grün aus wie da oben oder kommt mir das nur so vor? Bin mir nicht ganz sicher. Es wächst auch noch auf diesem Moos. Dann hier diese Moosteppiche, die wachsen da drauf, kennen wir ja. Es wächst aber auch normales Gras noch oben drauf. Und tonnenweise dieser Mini-Azalea-Trees, also Flowering-Azalea, Normal-Azalea. Und ja, also im Prinzip das, was wir schon die ganze Zeit uns vorgestellt oder schon geahnt oder schon mal gesehen hatten. Glowberries hängen von der Decke. Ich weiß nicht, ob die Vileanen von alleine wachsen. Wir könnten mal probieren mit, Sekunde, Game Rule, Random Tick Speeds 3000 oder sowas. Ja, die wachsen jetzt mit der Zeit natürlich auch von alleine hier noch runter. Schaut euch das mal an. Oh yes, das mache ich aber wieder auf Standard zurück. Das heißt, wenn ihr lang in einer Welt seid, kann es natürlich sein, dass ihr extremst krasse Welten habt, wo die Lianen oder die Glowberries schon bis zum Boden runtergewachsen sind. Krass. Das sieht schon wieder aus wie eine Geode übrigens hier drin. Ist das eine Geode? Safe ist das eine Geode unten drin. Die ist aber komplett zu noch. Und das sieht allerdings sehr, sehr krass aus. Sogar hier unten auf Lavaseehöhe generiert das Lush Caves Biom rein. Wird hier geblockt von Clay und dahinter haben wir dann, äh, genau, solche Pools mit Clay. Äh, auch hier so in verschiedenen Ebenen abstufig. Finde ich, sieht aber irgendwie sehr, sehr nice aus. Also wirklich, fände ich cool, als wenn das anders gemacht worden wäre. Ähm, extremst viel Clay, Leute. Extremst viel. Wenn ihr mit Bricks brauen, äh, brauen, ja, brauen, äh, braut, braut, Brickbier. Äh, wenn ihr mit Bricks bauen wollt, einfach so ein Biom finden. Ihr könnt massig Clay sammeln. Das ist ultra strong. Ansonsten halt mit Wilshire Trades, ne, die ist das, da kann man sich auch genug Bricks. Man kann nicht, ich glaube, Bricks werden häufiger in Minecraft-Gebäuden dann genommen, weil man sich das relativ easy farmen kann. Im Sumpf war das ein bisschen anstrengend und hier ist das eigentlich extremst nice. Gut, sonst noch was Wichtiges. Äh, geht über die komplette Geschichte durch. Ähm, genau. Wir haben noch Azalea Trees oben drauf. Vielleicht sehen wir ganz kurz spontan eine, aber gerade auch Nacht. Time Set Day. Oben an der Oberfläche gibt es gelegentlich mal so einen Azalea Tree hier, der es liebt, seine Wurzeln in die Höhlen reinzustrecken. Aber das heißt jetzt nicht, dass auch wirklich da Wurzeln runterhängen, sondern das ist einfach ein Baum, der über dem Biom wächst, so wie es aussieht. Übrigens vielleicht auch nochmal interessant zu sehen, ein Lush Caves Mineshaft, wie das hier schon wieder aussieht. So, da kannst du ja kaum richtig durch. Das heißt, ein Mineshaft einfach mit sämtlichem Gemüse zwischendrin. Oder in so einem Minecraft muss man sich hier durchkloppen wahrscheinlich. Ey, das ist extremst belebt. Übelst viel, oh sogar an dir, danke. Übelst viele verschiedene Steinsorten drin im Boden. Und, äh, was ist los? Die Höhlen, die sind ja mal richtig farbig geworden. Extremst. Gefällt mir aber gut. Dazu gibt es halt noch ein paar weitere kleine Änderungen. Da gucken wir vielleicht auch nochmal rein. Ey, das ist einfach krass, was hier für ein huge Ding einfach ist. Krasse, krasse Sache. So, da gucken wir nämlich jetzt auch mal rein. Also, Screenshot können wir mal machen hier. Ja, die schicke ich dann gleich mit. So, das war es von den Lush Caves. Ein paar neue Deep Slave-Blöcke. Genau, legen wir mal los. There we go. Bevor wir zur Erzgenerierung kommen, noch eine weitere kleine Sache. Es gibt neue Blöcke, die wurden hinzugefügt. Wir haben jetzt Cracked Deep Slate Bricks. Die kriegt man dann wahrscheinlich, wenn man das im Ofen einmal durchbrennt. Und Cracked Deep Slate Tiles. Das sind die hier. Also einmal die Cracked Version hier von, die Cracked Version davon, damit man irgendwie das Schöne hat. Bisschen Risse drin. Und es gibt auch eine Infested Deep Slate Version. Und Infested Deep Slate ist praktisch dasselbe wie ein Infested Stone, dass da ein Silberfisch rauskommt, wenn man den abbaut im Survival. Aber auch hier, schau dich mal an, so viele verschiedene Steinvarianten. Man kann so viele Dungeons und krasses Zeug, glaube ich, damit bauen. Das ist schon mega nice. Und es gibt noch was anderes. Kohleerze in Form von Deep Slate sowie Emerald und Kupfer. Und das Besondere dabei ist, gab es nicht die ganze Zeit? Nein, gab es nicht. Die gibt es jetzt. Deep Slate Coal Ore gibt es jetzt seit neuestem. Kohle kann nämlich gar nicht in Deep Slate Region generieren. Das generiert hier nur oberhalb. Also hier vorne seht ihr es einmal. Es gibt nur dieses Kohleerz. Und in Deep Slate generiert gar keine Kohle. Aber trotzdem wurden diese Erze hinzugefügt, weil für Mapmaking. Für Mapmaking und Datapacks und was weiß ich, falls man das doch haben möchte, kann man das mit einem Datapack auch tiefer generieren lassen zum Beispiel. Oder sowas in den Dreh. Also haben wir dann bei den Deep Slate Ores Kupfer drin. Wird es uns nicht geben. Wir haben Kohle drin. Wird es uns nicht geben. Und Deep Slate Emerald Ore würde es auch nicht geben. Ansonsten, die Erze selbst haben auch nochmal einen kleinen Overhaul bekommen. Können wir ganz kurz drüber gehen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich. Aber die Golderze sind nochmal neu. Eisenerze sind nochmal neu. Eisenerze sind wieder alles. Das war so voll in die Breite gezogen. Diese Eisenrisse da drin. Das hat sich aber auch schon wieder geändert. Die Erze, die taufen nicht gleich aus. Die Überhorn Redstone und Emerald Ore nehmen auch nochmal ganz kurz. Ich packe nochmal alle Erze nebeneinander. Und dann gucken wir nochmal drüber. Okay, dann baue ich die immer ganz kurz hier auf. Und dann habe ich da wieder einen kleinen Cut gemacht. Ich packe die mal. Fange einfach mal mit Dia, Emerald, Lapis, Redstone. Ja, dann hier Kohle, Kupfer, Eisen, Gold. Gut, jetzt haben wir die Dinger. Und wir können auch nochmal die anderen Versionen da drunter packen. Die Deep Slate Version. Kupfer, Kohle, Lapis, Redstone, Dias und Emeralds. Emeralds. Ups, die müssen wir dann da immer machen. Das sieht aber krass aus hier, ne? Dann haben wir noch so Redstone dazu. Kohleärzt dazu. Das dazu, das dazu und das dazu. Okay, dann haben wir die doch alle mal. 1, 4, 3, 1, 14, 31, Jo. Danke, Finsa. Läumas für die 71 Bits. Und Lirion hat gereaßt 22 Monate. Vielen Dank. Danke, danke. Sind auch besser, finde ich. Ja, deswegen sind sie ja nochmal neu gemacht worden. Wahrscheinlich. Dafür ist es ja da. So, ich habe die nochmal hingepackt. Also, das sind jetzt nochmal die neuen Erzvarianten. Und das Eisen jetzt ist nicht mehr so verzerrt, so seitlich. Und das letzte Mal waren sowieso so lange, so lange, so lange, weiß ich nicht, Eisenpartikel irgendwie dran, die so nicht seitlich gezogen waren. Das ist Gold, das ist Eisen, das ist Kupfer, das ist Kohle, das ist Redstone, Lapis, Emerald und Dia. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nochmal besser aussieht als die Erze vom letzten Mal oder so. Ja, da habe ich auch mal ein kleines Handmail von gemacht. Gut, so sehen die Dinge aus. So, dann gucken wir gerade nochmal. Jetzt haben wir schon mal die Erze. Und jetzt gehen wir mal zur All-Distribution rund, ähm, die Erzverteilung. Gucken wir mal an. Commodore, JB, vielen Dank. Danke, danke und willkommen. Mal geben, einen Moment. Da müssen wir ganz kurz hier rüber switchen. There we go. Und ab geht's. Dann die Erzverteilung, meine Damen und Herren. Wir haben eine neue Übersicht. Und erstmal sieht so alles so aus, wie auch, ähm, ich glaube, das letzte Mal. Das ist ein bisschen schwierig, einen Unterschied festzustellen. Ich habe die jetzt mal hier gegenüber gelegt. Also, wenn ich hier rüber, das ist die alte, für Snapshot 21W08A. Könnt ihr hier oben sehen. Das ist, äh, gedingst. Und das ist für 21W10A. Die, die sind, die haben nicht das gleiche Format, deswegen verrutscht das so ein kleines bisschen. Also, ups, warte mal ganz kurz, kann ich hier überhaupt, hallo, kann ich, kann ich rüber switchen? Jetzt will die Pfeiltaste nicht funktionieren. Warum kann ich hier jetzt nicht wieder nicht? Egal. Ähm, folgendes. Ich kann euch vorlesen, was passiert ist. Es gibt weniger Dias aktuell. Ach, das ist egal, wenn ich jetzt das nicht switchen kann. Warte mal ganz kurz. Warum, warum, warum kann ich jetzt hier nicht, äh, switchen? Ich habe doch rausgesucht. Ich kann nicht. Hallo? Ist egal. Es ist Wurst. Ne, ich kriege es eigentlich ja nicht nur noch gerade im Livestream, da ist es auf. Also, das ist nicht immer, wenn ein Snapshot freikommt, könnt ihr auch im Livestream mal reinschauen. Da gucke ich mir den direkt an und dann machen wir es wieder zu. Folgendes. Äh, es gibt jetzt mehr Emeralds in Bergen. Anscheinend war das immer noch zu wenig hier oben. Die Spitze ist halt aber insane und die geht, geht die auch tiefer. Jedenfalls, die bohrt sich irgendwie sehr, sehr runter bis zur Höhe 32. Also, 32 und höher können Emerald-Erze kommen. Das ist, äh, krass. Und ich dachte, sonst wären die auch immer ein bisschen nur in höheren Bergspitzen, oder? Naja, also bis, bis für 32 kann überall Emerald-Erze jetzt kommen. In allen Biomen, so wie es aussieht. Nicht nur in Bergbiomen. Ne, Entschuldigung. Orny Mountains Biome. Ich hab mich verlesen. Hier steht ja unten in Bergbiomen. Wer denn? Der war meint. So. Äh, es gibt mehr Lapis. Das war vorher weniger. Das scheint ein bisschen zu wenig gewesen sein. Auch wenn ich das eigentlich recht viel fand. Dann gibt es weniger Copper, Gold und Redstone. Das hat sich reduziert ein bisschen. Ähm, Kupfer finde ich schade, dass es ein bisschen weniger ist. Das ist halt so die Sache, dass wir mal das Baumaterial am Ende nehmen. Das ist hier das Ding. Der Balken hat es ein bisschen reduziert. Der war ein bisschen, äh, größer hier. Das war ein größteres, ein breiteres Dreieck. Das ist ein dünneres. Und, ähm, was ebenfalls passiert ist. Im Moment, Redstone, Gold und Copper. Also Gold wird extrem selten. Schade ich das mal hier unten. Da muss man wahrscheinlich dann im Netz angucken. Gold ist sehr, sehr selten geworden. Was ein echtes Gold hat, auch sau selten. Das ist halt die Sache. Logischerweise wäre es nicht so teuer. Dann, es gibt kleinere Diamant-Glumpen. Dafür aber etwas häufiger. Das heißt, die Diamantrate wurde verringert. Und, es steht aber auch, less Diamonds or, less Diamond or over all though. Also, es gibt weniger Dias als im vorherigen Snapshot-Ding. Vielleicht müssen wir zusammen nochmal die Erzverteilung jetzt ein bisschen genauer angucken. Wachen wir vielleicht mal in einem separaten Video oder so. Aber das ist krank. Reduced Air Exposure. Das heißt, die Dias sind schwerer zu finden, weil man sie in Höhlen findet. Und es sind auch noch weniger geworden. Dias werden richtig teuer, Leute. Sie werden richtig, richtig teuer. Dann, Eisen ist ebenfalls verringert worden von der Menge. Das Dreieck war auch ein bisschen dicker. Ist jetzt kleiner geworden. Und, ähm, also hier so dünner, dass die Menge reduziert worden ist. Und das Eisenerz, diese, diese smaller Blobs, die wir unten gesehen haben. Hier diesen kleinen Haufen. Der ging, glaube ich mal, bis hier minus, minus acht oder bis null oder so. Oder, der ging auf jeden Fall höher. Der ist nochmal reduziert, nochmal kleiner. Eisen wurde drastisch ebenfalls reduziert. Ich würde mal sagen, pack die Eisenfarben aus. Es ist jedenfalls nicht so relevant. Das kann man mit Eisenfarben kompensieren. Aber Dias sind, äh, eventuell ein bisschen, ne, problematischer. Okay, da hat sich ein bisschen was getan. Und ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wie findet ihr die aktuellen Änderungen. Ab in die Kommentare. Nochmal zum Vergleich. Wie gesagt, hier drüben ist die 1,16. Und irgendwie kann ich, irgendwie kann ich hier nicht, äh, switchen. Doch, doch, ich kann, warte mal, das ist doch die, ich kann switchen. Warum kann ich, ich muss ja mal rauszoomen. Und dann kann ich ja mal zur Seite gehen. Ah, jetzt kann ich wieder wechseln. Was ist denn hier los? Okay, hier seht ihr es nochmal ein bisschen besser. Das war das Eisen vorher. Das ist das Eisen jetzt. Runtergesetzt, ein kleiner. Kann man gut sehen? Kann man gut sehen. Gold, äh, Kupfer, kleiner. Dias, kleiner. Äh, Lapis sollte etwas mehr geworden sein. Hier dieser Dings, ein bisschen breiter geworden, ne. Und bei Emeralds sollte irgendwie auch mehr geworden sein. Auch wenn sich das irgendwie, glaube ich, nicht so richtig durch die Grafik erklärt. Und Redstone sieht irgendwie auch ähnlich aus wie vorher. Ist nur ein bisschen kleiner, weil ich halt auch rauszoom. Keine Ahnung. So, das ist die Zusammenfassung. Was sagt er dazu? Gut, dann haben wir das auch schon. Und dann haben wir, fehlt uns noch das mit den Shadern. Da bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher. Habe ich noch nicht ganz gerafft, wie das funktionieren soll. Bin aber auch gerade literally mitten im Stream. Da muss mir noch ein bisschen gelingen. Oder ein bisschen, ein bisschen Dingens und, äh, ein bisschen Gedanken zu machen. So, dann gehen wir wieder in Game. Da gibt es noch ein paar kleine Änderungen. Gehen wir auch nochmal durch. Dann als nächstes noch ein paar kleine Änderungen. Nämlich, äh, Cobbled Deep Slate. Kann man jetzt in Deep Slate reinschmelzen. Also, das war Cobbled Deep Slate. Kannst wieder brennen im Ofen. Genauso wie aus Cobbled Zone kannst du Clean Zone machen. Aus Cobbled Deep Slate kannst du Deep Slate machen. Clean Deep Slate. So in der Art. Ähm, du kannst jetzt das Deep Slate an jeder Achse oder achsenseitig platzieren. Also, wenn du das so setzt oder so setzt, ne, dass das jetzt Orientierung hat wie so ein Baumstamm. Ging vorher nicht. Vorher war das immer nur in eine Richtung orientiert. Das war auch, äh, krass. So, Deep Slate zwei Varianten von. Das ist halt fürs Bauen ganz gut geeignet, ne? Die, äh, Lightning Brots. Die Blitzableiter können jetzt gewaterlockt werden. Das ging vorher nicht. Wobei ich mich wundere, wofür braucht man Blitzableiter im Wasser? Aber ich denke mal, das ist nur für Deko dann wahrscheinlich. Ansonsten können, ähm, haben wir letztes Mal gesehen, dass ganz tief unter der Erde auch Kohleerze von oben generiert worden sind. Das war, weil dann fossil war. Also diese Knochenblöcke. Und, ähm, die Kohleerze von den Knochenblöcken, sind jetzt auch die Deep Slate-Variante davon. Übrigens, wie viel haben hier diese Blossoms eigentlich jetzt hier die Gegend mit Partikeln gefüllt? Weißt du, was ich gleich mal machen werde? Ich werde mal hingehen. Game Rule, Random Tick Speed ist komplett voll aufgelassen. Mal gucken, was passiert nach einer Weile. Die komplette Höhle ist übelst mit den Sporen jetzt gefüllt. Ist aber sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Sehr, sehr atmosphärisch. Okay. Dann gab es noch eine Sache. Die genaue Textur und Ärzte wurden nochmal geupdatet. Das waren die generellen Änderungen. Die hatte ich aber eigentlich schon eben gerade einmal durchgehandelt. So, dann stellen wir das mal hoch. Mal gucken, was passiert, wenn wir Random Tick Speed 3000 machen. Die fliegen ja in die Lava mit rein oder so. Hier oben gucke ich auch nochmal. Ups, oh ne, hier ist die Geode. Alles klar, da habe ich schon gewundert, wo der Eingang davon ist. Weil die haben immer irgendeine Öffnung, immer irgendeinen Eingang. So, Game Rewind up Tick Speed. Die Wines wachsen sowieso jetzt killermäßig runter. Und die... Gibt es hier ein Limit? Oh, lol, okay. Die Lianen, die wachsen bis zum Gehtnichtmehr. Die Glowberries haben ein Limit, wie weit sie wachsen können. Das habe ich vorher noch gar nicht ausprobiert. Gut, dann wird nur 2 für 2 die Cave halt so aussehen, dass sich die Lianen bis in die Unendlichkeit runterstrecken. Und dann würde es irgendwann so aussehen. Ja, gut. Dann wachsen die Lianen zur Seite, wachsen wieder runter zur Seite. Irgendwann ist halt ein riesiges Lianenmeer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das Lianen unendlich langen. Das sieht richtig verbuchert. Das sieht richtig dschungelmäßig aus. Naja, so weit, so gut. Okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel haben wir? Ansonsten war es das schon, das Snapshot-Video. Eine Sekunde. Ich glaube, hier ging es los. Da ging es lang. Ja, Videolänge ist auf jeden Fall gegeben. Es sind schon über 13 Minuten. Ansonsten habe ich auch alles mit erwähnt eigentlich. Jetzt fehlt noch die Sache mit dem Shader. Okay, Leute. Dann gibt es noch eine Sache. Da muss ich aber ein bisschen tiefer noch reingucken. Habe ich nicht ganz gerafft jetzt auf Anhieb. Und zwar gibt es etwas Shader betreffend. Minecraft oder hier, Rendering is now using OpenGL 3.2 Core Profile. Profile all fixed function rendering has been replaced with shader based rendering. Also irgendwas mit Shadern. Ich weiß noch nicht, was genau damit auf sich hat. Die sind jetzt nicht offiziell unterstützt. Aber irgendwie kann man das jetzt, kann man Shader in Resource Packs integrieren, wenn ich das richtig hier gelesen habe. Das ist ein bisschen komplexer. Ich habe den Snapshot noch gerade erst gesehen, während ich halt live gegangen bin. So, oh verdammt, ich habe ein Snapshot draußen. Äh, Snapshot-Vorstellung. Und das war so das Erste, was ich gesehen habe. Ansonsten jede Menge Bugfixes. Habe ich jetzt nichts so übertriebenes Krasses gesehen beim Überfliegen. Wenn es noch was Neues gibt, erfahrt ihr es auf dem Kanal. Wenn es noch was Relevantes ist für ein Video. Ansonsten erwähne ich das noch mit im nächsten Snapshot-Vorstellungsvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls noch was uns dran kommt, erfahrt ihr es auf dem Kanal. Deswegen regelmäßig reinschauen. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao, ciao. Okay, dann haben wir das doch schon. Ja, chat. Axolotls. Ne, die spawnen noch nicht. Habe ich eigentlich wieder zurückgestellt? Ne, habe ich nicht. So, aber das sieht schon krass aus hier. Muss mal neue Gebiete rein. Dass es einfach aussieht oder auch... Das ist auch krass, wie jetzt hier die... Schaut mal, wie die Caves... Einfach einen Weg zu so einem Dungeon bildet, was hier so eine Ecke ist. Und das ist einfach so die Ecke von dieser Cave oder so. Auch nicht schlecht. Ja, Leute, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, geht schon ab hier, muss ich sagen. Geht schon arg ab, dass hier ein Minecraft abgeht. Das nächste Minecraft-Update wird es immens in sich haben. Guck mal, wie viel hier einfach verändert wurde. Darf ich vorstellen, wir sind unterirdisch. Nein, das ist kein Modback. Das ist einfach Minecraft. Kommunal noch ein Resort, neun Monate. Vielen Dank. Ebenfalls, schönen Abend noch. Wir sind jetzt gleich wieder in Create. Das war jetzt nur mal kurz am Anfang, da reinzuchecken. Dann lade ich das doch mal hoch. Und am besten auch die Screenshots, die ich gemacht habe. Und dann sind wir in Create. Dann sollte das Video nachher kommen. Ich hoffe mal, das ist komplett. Lädt hoch. Dann muss ich noch die Screenshots einmal nehmen. Wo werde ich das denn... Da sind die Screenshots. Und die schicke ich mal da rüber. Upload. Upload. Bad Bad hat auch noch gerestert. Vielen lieben Dank. Zwei Monate in Folge. Danke fürs Verlingern. Er hat eigentlich verpasst. Den haben wir schon vorgestern gemacht. Und heute kam das Video. Nein. Und da hinten brennt auch schon die Mine ab. Ja, moin. So, ist das schon das Richtige? Zehnter, dritte. Ja, ist direkt alles hochgeladen schon. Okay. Das Video ist dann hochgeladen. Das heißt, da können wir loslegen. Also, das, was ich aufgenommen habe, ist jetzt schon. Zack. Fertig hochgeladen. Genial. Wir switchen dann mal zu, äh, Create rüber. Auf alle gewartet haben. Der Titel wird sein, leicht süchtig. Der Zug kann fahren. Äh, neue, neue Waggons. Lock und mehr. Abfahrt. Titel geändert. So, dann switche ich mal rüber. Äh, eine Sekunde. Muss ich mal hier, äh, quitten und Create starten. Können wir alles zumachen. Startet Create. Und spielen. Weltbeutig vorgelesen. Zack. Zwei Monate. Ah, habe ich lockt mit CK. Ah, ja, warte. Sorry. Dann gehen wir mal hoch. Nein, startet noch. Ja. Klopp. Und wenn das Ei ploppt, dann ist man nicht gejoined. There we go. There we go. Und dann sind wir wieder in Create drin. Fliegen wir da runter. Upp, lag. Ich habe den schlimmen Finger vermisst. Hö. Wer ist Zug ohne Erlaubnis gefahren? Ich weiß ganz genau, dass jemand gefahren ist. Wieso? Er hat auch warten können. Wenn ich das zeigen kann. Wenn ich das zeigen kann. Naja. Funktioniert ja zum Glück relativ bruchsicher. Aber, ne, man kann nicht viel falsch machen. Ist okay. Ja. Jetzt müssen wir da noch, äh, Ding hinsen. Den erst wieder hochfahren lassen. Ne Lock halt hinbauen. Dann soll ich mir ein bisschen das Design noch anschauen. Wie wir das am allerbesten machen können. Ja. Also, Lock Design. Da war ich noch mal überlegen. Wollen wir erstmal hier hinten anfangen mit dem letzten Wagen? Die Lock ist so das schwerste. Weil die Lock ist auch eigentlich komplett unnötig, um es mal so zu sagen. Das ist nur Deko. Das heißt, aber wenn ich jetzt erstmal dann den Item Transport dran hab. Mal gucken. Also, wenn wir den Item Transportwagons dran haben, wäre der schon einsatzbereit. So, die Lock ist halt Deko vorne dran. Aber die müssen wir auch noch hinkriegen. Ich, äh, hab leider absolut gar keine Zeit gehabt. Äh, gestern Abend hat es kurz ein bisschen später noch. Ich hab keine Zeit gehabt, mich um Lock Design zu kümmern. Äh, äh, wir haben das angefangen, aber ich muss mal gucken. Außerdem müssen wir mal ganz kurz gucken, was kosten denn diese Blöcke? Iron Plates von Quark. Okay, ja, ja, da gibt's aber recht viele davon. Aber so ein, äh, neues Zugding zu bauen, hier hinten, das geht ja recht easy. Na, ich glaub, da muss ich mich auch jetzt mal ran. Also, kurz eine Sekunde, mal hier, oh, viele Sachen schon wieder offen. Einmal Seite neu laden. Und, äh, okay. Jo, dann würde ich sagen, holen wir wieder ganz gut Holz raus. Hier brauchen wir was, da brauchen wir was, da, da und da. Und wir machen einfach mal einen, äh, Waggon für Items. Und da muss ich sagen, bin ich am überlegen vom Design, wie wär's, ne, mit so einem Waggon, der hier so seitlich, also der hier so offen ist, ne, mit so langen Schiebetüren. Also hier am Anfang so Traptor, 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 so drei Traptors oder so, die so eine Schiebetür andeuten, dass man die so zur Seite zuschieben kann. Und innen sind einfach nur Kisten und Regale und sowas in den Dreh. Okay, so, dann müssen wir mal gucken, Kleber brauchen wir noch. Wir brauchen natürlich ein wenig, jetzt nochmal Slaps oder sowas. Ja, Holz holte ich mich gleich vorne. Also, Kleber brauchen wir. Ich hoffe mal, dass das reicht. Wir brauchen Kleber, 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 Kleber. Also Erde, JB hat ein bisschen Erde vorbeigebracht, das ist cool. Da können wir terraformen. Da würde ich einfach dann die komplette, äh, den kompletten Boden hochschießen. Kompletten Boden, die Luft jagen. Nein, also einfach ausfüllen. Brauche ich denn noch? Da wäre da noch auf jeden Fall Spruce. Das brauchen wir. So, und dann müssen wir mal gucken, wie weit man mit anderthalb Tupen Kleber so hinkommen. Wahrscheinlich nicht so ultra weit. Aber mal schauen. Let's go. Mal schauen wir mal rüber. Leons, danke für die 300 Bits. Einen Kohlenwaggon als Sachentransport. Ein, 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 Sekunde, ein, oder ein Kohle, ein Kohle, ein Kohlewaggon als Sachentransport. Ne, kein Kohlewaggon. Das, da kommen dann so Güter rein. Ähm, Kohlewaggon, also Kohlewaggon, das wäre halt so was für so eine Art Tender. Der müsste hinter der Lok kommen. Ähm, aber weil ich die Lok ohne Kohlewaggon mache, also ohne Tender, in Anführungszeichen, das wird einfach so eine große metallische Lok, die kommt dann hier so hin. Und, ähm, ich denke nicht, dass ich einen Kohlewaggon machen werde. Wir machen das mit, warte, ich zeige euch gleich mal sie vorab. Der will so ähnlich sein wie dieser hier, dass dann so Schiebetüren sind, so aus Strapdoors irgendwie, dass man hier so aufmachen kann. Eins nach dem anderen. Oh dann. Erstmal brauchen wir hier wieder eine vernünftige Basis. Da müssen wir auch die Minecraft-Dirn unterkappeln wieder. Kommen wir da eigentlich, warte mal, kannst du eigentlich sinnvoll hoch? Ich brauche, ich brauche mal ganz viele, äh, Dinger. Treppen, 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 Stufen. Ja, damit. Eklat hat gesappt mit Stufe 1 für 5 Monate geresuppt. Kannst du, glaube ich, noch teilen. Ich, also, ich habe, Eklat habe jeden Tag 70 Benachrichtigungen raus oder so gefühlt. Schon wieder ein Resupp von dir. Das Gefühl, der subbt jeden Tag einmal. Gehen wir mal kurz runter. Also, dafür sind sie alles in Ordnung. Danke. Ähm. Ein paar mehr Blöcke noch. Und natürlich ganz viele Trapdoors jetzt gleich wieder. Die kann ich schon mal direkt machen. Ich glaube, ich brauche sogar noch mehr jetzt. Was soll man das schon wieder mal jetzt? Manchmal lande ich komisch im Rezept drin. Das ist irgendwie doof, aber. Okay, weiter geht's. Was hat wohl irgendwie beendet? Höh, wie geht denn das? Dann gehen wir hier lang. Und dann gehen wir hier lang. So, das ist einfach jetzt die Base. Die Basis von dem Ding. Übrigens, ich wünsche mir dann voll Trottel. Ich habe schon wieder auf die Aufnahme nicht gestartet, weil ich hier gerade im Aufnahmemodus war. So, Leute. Weiter geht's. Diesmal läuft auch die Aufnahme. Wir haben hier hinten einen neuen Waggon, den wir jetzt dran packen. Die Zug, also der Zug. Die Lok ist ein bisschen schwierig zu bauen. Ist das Schwierigste überhaupt, glaube ich, auch so vom Design, das schön in die Form zu pressen. Muss ich mal gucken. Aufgeschoben ist aufgehoben oder so. Ne, mal schauen. Äh, pass auf. Der Zug wäre komplett einsatzfähig, auch ohne Lok. Die Lok ist nur Deko. So, und ich mache mir erstmal noch den Hintern an das hintere Ding. Damit ich das Gefühl ein bisschen Progress habe, Leute. So. Und das wird eh nicht sein wie das hier. Nur, ich war mir überlegen, dass wir so grobe Schiebetüren haben, die sogar offen sind. Dass man mal reingucken kann. Dass hier hinten dann, also offene Schiebetüren, wo, oder leicht geöffnete Schiebetüren, wo links und rechts überall Kisten und Barrels und was nicht alles zum Lagern drin ist. Äh, was ich nicht weiß, ist, ob der Zug auch auf Barrels zugreifen kann als Lagermedium. Das wäre natürlich gut zu wissen. Ich weiß es aber nicht so ganz. Deswegen gehe ich mal davon aus, erstmal nur Vanillakisten, äh, davon gejustet werden. Da muss man gucken. Okay. So, dann hauen wir mal hier die... Können wir das? Die Dinger dran. Und dann fünf Blöcke. Ne, ist schon wieder falsch. So, dann selbiges hier wieder. Kann ich überhaupt hier? Drei. Den. Und den. Komm mal in die Trapdoors dran. Äh, hier waren es mal komplette Blöcke nochmal doch. Dann hier. So was, genau, wie auf der Seite. Das war schon wieder too much. Ah, Kleber ist auch gerade wieder kaputt gegangen. Schon wieder, ich brauche mehr Schleimblöcke. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade nicht... Da siehst du, der war nämlich ohne Kleber. So. Wir brauchen nochmal hier so einen Kleber mit, äh, ja, Mending und Unbreaking am besten. Eines Tages. Aber ganz kurz eins, zwei, drei, vier. Ne, das ist zu wenig. So machen wir den hin. Und hier selbiges. Jetzt, Eklat nochmal geteilt, danke. Auch an JLK. Resub, acht Monate. Vielen Dank. Das hier klebt nicht aneinander, weil es ja so verschiedene Züge sind dann. Ähm, ja. Dann bauen wir da mal hoch. Oder so. Drei Blöcke. Dann haben wir überall drei Blöcke hoch. Haben wir nochmal ganz kurz, wie kriegt man am besten Schleim? Schleim kriegt man aus Lime Dye und Dough. Und Dough kriegt man aus Sweetflower. Ja, das geht ja noch. Wie kriegen wir denn eigentlich grün? Haben wir noch viel grünen Farbstoff oder so? Gibt es noch eine andere Methode für Lime Dye? Ah, man kriegt auch hier aus vielen Sachen, wenn man die Crushed Lime Farbstoff raucht. Also eigentlich sämtliche Blumen, oder? Fast. Ja. Gut. Dann müssen wir ein paar Blumen noch finden. Lord Miner ST, danke für den 1000 Bits noch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Projekt. Vielen lieben Dank. Ich bin wirklich leichtsüchtig von der ganzen Zuggeschichte, glaube ich. Weil die Technik so gut funktioniert und alles Mögliche. Ich habe gestern ein Intro noch gemacht, irgendwie spät in der Nacht. Habe einfach gechillt und einfach nur so die Atmosphäre genossen, weil das recht angenehm ist. Aber um Server nur zu stehen, aktuell, ich weiß nicht warum. Irgendwie sehr, sehr satisfying. Vielen, vielen Dank. Auch Freecastle, 19 Monate. Schon so eine lange Zeit. Vielen Dank. Da fehlt nicht mehr viel zu den zwei Jahren schon. Danke dir. Ach, für den Emote geupgradet. Okay. Stufe 2 Emote, klar. Genau. So, Moment. Dann. Ich brauche mal solche Casings. Noch an der Seed Casings. Nein, nicht weil die unbedingt da hin müssen, aber weil die cool aussehen. Ja, und dann werden wir damit ein kleines bisschen. Also an der Seed Casings. Da brauche ich wieder Holz, Holzstämme und auch an der Seite. Machen wir einfach nochmal ein paar. Die können auch so aussehen wie Kisten. Schon fast, finde ich. Äh, and the Seed Casings. Noch ein paar mehr. Kann auch jeder Seed craften, sollte aber ganz gut passen. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Train läuft. Deer Craftern, Rissab. Drei Monate. Echt wieder Zeit für deinen Stream? Das freut mich. Müsst aber nicht immer täglich vom Morgens zusammen zuschauen. So ein mögliches Stream viel zu viel. Äh, zur Not, falls die Zeit eng ist, gerne noch die YouTube folgen. Da ist mal eine grobe Zusammenfassung. Ja, klar. 100 Bits. Danke für den nochmal. Obwohl dein Submiss noch mit reingestellt hat. JeffRain, Rissab, zwei Monate. Allgemein, 10 Bits. Chaos Theorie, 100 Bits. Und Fiesta, 200 Bits. Danke. Danke, danke. Oh, Moment. Ich brauche wieder Kleber. 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 Ich würde mir überlegen, so ein Fenster hier zu machen. Oder. Darf ruhig auch ein kleines Fenster sein. Mit so einem Gitter vielleicht sogar drin. Und hier ist dann offen. Hier sind dann so Schiebetüren. Aber ich weiß nicht, wie weit ich die, äh, machen kann. Ich hätte schon gedacht, dass die dann schließbar sind. Also mal gucken. Deku. Danke für die 100 Bits. Jeffrey, 200 Bits. Deacrafter. Auch die... Da war ich jetzt kurz. Das ist doch... Äh, Treibergurys habt. Und die ersten fünf verschenkten Subs? Infinity auf... Aber gibt's... Geht Infinity? Deacrafter. Filmsab gibt's an NYC. Äh, ZY. Mumble, Ferrislol und Neostrix. Danke. Die ersten fünf Saps gibt's. Vielen, vielen Dank. Auch an Yazis für den Sub. Vielen Dank. Danke, danke. Geht wirklich Infinity? Infinity geht nur auf Bogen auf einmal. Pass mal auf. Äh, wir können das mal prüfen. Eigentlich. Ich hol mal ganz kurz bei der Spark Base. Emeralds, sofern ich die hier noch hab. Läuft eigentlich die Steinproduktion? Ja, die... Oh mein Gott, die Steinproduktion läuft noch. Ja, 4096. Ja, da kommt auch was zusammen. Die Kiesproduktion müsste ich mal hier nochmal ankurbeln. Ja, gucken. Pass auf. Und zwar... Ich hab hier Bücher. Infinity Unbreaking and Mending. Nehm ich aber mal mit. Ne, geh mal zu den Villager nach hier vorne. Höh! Der ist ja fast hier rausgelaufen. Außer hab ich hier grad was angeklebt schon wieder. Höh, warum läuft der denn frei rum? Looting 3? Sufming Edge 3. Warum, warum lauft die denn hier frei rum? Okay. Ähm, Unbreaking... One Infinity. Eventuell gibt's noch gar kein Infinity, kann das sein? Mending, das ist halt so gut, das war. Thick Touch, Projectile Protection. Better Falling 4 ist halt strong. Dark Affinity, Depth Strider, Sharpness. Es gibt noch kein Infinity, Leute. Dann halt nicht. Agile Light, 85 Bits. Vielen Dank. Und 940 Lucky Bits sind auch am Train drauf. Vielen, vielen Dank an dich. Lucky auch nochmal. Wie gesagt, Daily oder so. Hody. Ja, dann mach ich folgendes. Wir holen uns Unbreaking. Und wir holen uns Mending. Das ist ja irgendwo hier vorne. Vielleicht doch vor allem viel, wäre auch nochmal interessant. Bei den Schuhen... Ja, irgendwie... Misten wir da noch... Single Player Testen, ja, würde auch gehen. Da will ich zumindest Mending und Unbreaking 3 auf den Kleber drauf packen. Aber dann auf einen neuen, oder? Oder auf... Ne, ich hab grad keinen neuen, ist egal. Kleber Unbreaking, das geht. Kleber Mending, das geht auch. So, und jetzt, wenn ich also trade und das beispielsweise in der Hand halte, dann geht's ab. Hier könnte ich Sticks traden. Der Kleber ist aber höchstwahrscheinlich so... Hat ja so wenig Punkte, dass der... sich sehr schnell voll hält. Gut, die... Ah, die Leiter hat auch... Die Leiter ist auch aufgegangen dann halt, ne? Ja, der Kleber geht voll. Moment. Machen wir... Was war denn für den Titel für, äh... die Folge eben übrigens noch für den Snapshot? Äh, deh, 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 deeh, deh. Geh zum QB 100 Bits, danke. Leo uns noch 10 Bits nochmals. Vielen, vielen Dank. Bin gerne mit überlegen. Äh, folgenden Titel für... Dings. Äh... Äh... Lush Caves generieren jetzt nochmal neue Erzverteilung und mehr. Oder einfach nur, ja, das nochmal raus, um es kürzer zu halten. Ja, okay. Oh mein Gott, grüne Höhlen. Ja, nee, nicht so ganz. Okay, da werden auch noch Bücher drin. Looting, Silkside, Transpiration, Mending. Ah, und auch Bücher und Emeralds. Okay, ja, und hier rennt halt noch was frei rum. Das war Looting. Also Looting wäre an sich auch ganz schön noch, aber... Ich müsste eigentlich das Schwert an sich mal anschauen. Und ich muss nochmal Efficiency Stufe 6 draufballern. Mir fehlen mal 35 Level für. Ich hab zu wenig Level. Wir müssen ganz dringend mal Richtung Mobfarmen und so gehen. Das mal einen Angriff nehmen, aber das wird halt auch erst... weit kommen. Ich bin zu sehr ein Zugvernaht gerade. Das Ding mal hier runter. Also, dann den Rest aber wieder zurück. Wir haben jetzt... Denke ich mal, ganz gute Karten mit dem Kleber. Der geht nicht mehr so schnell kaputt. Und sollte auch nicht halten. Ups, und da oben ist ein Creeper drauf. Läuft schon wieder. Weg mit dir, Creeper. Weg von meinen Zügen. Du jagst ja schon wieder alles in die Luft. Und den hab ich gerade komplett weggekickt, glaube ich. Gut. Ja, ich würd sagen, wir tackern da ein paar Fackeln dran, ne? Hab ich irgendwo zu viele Fackeln? Die ist zu viel. Die hier vorne ist definitiv auch zu viel. Dann nehm ich einen Kleber in die Off-Wand. Und dann kleben wir hier nur Fackeln wieder fest. Ich würd sagen, einfach eine nach hier. Und eine nach hier. Gut ist. So, also fürs Erste. Da der Kleber jetzt hoffentlich ziemlich lang hält. Können wir doch jetzt bestimmt ein bisschen mehr Plöcke setzen, ohne dass der broken ist. Ich hab einfach Unbreaking und Mending Kleber. Das ist zur Hölle. Warte mal, war hier noch was? Ah, ne, war nur der Kleber. Selbiges hier. Tja, und jetzt kommen hier die Traptos dran. So, und der A. Ja, ist irgendwie schwer zu... zu handeln. Wie können wir denn... Oder ist es offen? Einfach ohne eine Schiebetür, weil die Schiebetür irgendwie schwer zu... platzieren ist. So, bei dem Glas würde ich aber Gitter reinmachen eigentlich. So, dann noch B zu. Ja, ich würd's offen lassen einfach, dass man da reingucken kann. Ja, mach mal so. Ich würd's schwierig. Ich werd jetzt noch Eisengitter mal ganz kurz mir schnappen. Die kommen dann in die Lücken rein. Und dann kommt auch gleich das Dach drauf. So, in der Art. Da kommen Gitter rein. Das war falsch. Hier kommt Gitter rein. Ja, und da kommen jetzt einfach Kisten hin, Regale und Stuff. Aber erst mal das Dach drauf wieder. Dark Oak. Und da hab ich nicht mehr so viel, leider. Aber vielleicht reicht's noch für ein bisschen. Also Slaps reichen auf jeden Fall. Blöcke müssen wir mal gucken. Und Stairs brauchen wir auch noch ein paar mehr. Mal gucken mal. Fangen sie auch an, wie wir da hochkommen. Okay. Ich mach keine Raketenverschwendung. Ich kletter einfach hier hoch. Und mach dann einen auf Trainjumper. Auf einfach hier lang. Zack, und jetzt bin ich hier oben. Ah, nächstes etwas. So, dann die Blöcke weg. Dann kommt hier Dark Oak dran. Und die Stairs. Also nur mal gucken, dass wir die hier... Oh, ich kann hier stehen. Das geht normalerweise gar nicht in Minecraft. Weil du mit deinen Füßen in der Hitbox des Blocks stehst, den du platzierst. Deswegen, also normalerweise geht's nicht. Aber hier scheint es gerade zu gehen. Das ist gut. Sehr gut, voll angenehm. Das ist bestimmt ein Quark-Ding. Hier noch so ein Quark-Feature. So, dann geht's zur Seite. Dann wird der Zug aber auch schon bald fertig sein. Wenn wir Glück haben, Leute, ist der Zug heute fertig. Dann werden wir den auch noch mit einem... mit einer Schematic Cannon einspeichern. Dass wir den kopieren können. So wie ich gehört habe, wird Kleber mit platziert. Folgendes. Ihr habt gesagt, ihr habt gesagt, Kleber wird mit platziert mit der Schematic Cannon. Verbraucht der aber dann auch Kleber? Use der den dann? Oder use der den nicht? Macht der das automatisch? Oder muss ich den ebenfalls mit dann die Supply-Kiste machen? Ja, muss ich. Okay. Wäre ja auch zu einfach ansonsten, ne? Ja, aber keine Durability. Oh, okay. Wenn es keine Durability braucht, wäre es nochmal was anderes. Das wäre schön. Hauen wir nochmal hier. Ordentlich Portion Holz. Ordentlich Portion Traptors. Die kommen aufs Dach. Nein, die muss ich auch festkleben. Und es muss ein Nicht-Verzauberter sein. Es muss eigentlich Verzauberter sein. Warum? Getestet. Okay. Also wenn ihr kein Durability benutzt, ist okay. So, neue Idee. Dann haben wir auch das Dach Mob-Spawn sicher gemacht. Und das hier ist jetzt ein Waggon für Güter. Spark trägt schon gut, aber Züge transportieren Güter. Oder so. Das mal auch. Wie können wir denn, ich würde auch hier eigentlich mit Item-Casings noch. Vorne und hinten machen wir noch eine Tür rein, so wie hier. Das kriegen wir hin. Habe ich noch, ah, hier. Holz. Dann brauchen wir die Dinger wieder. Kleber nicht auf. Ich muss wirklich aufpassen, dass es nicht verbraucht. so. Dann machen wir hier noch mal. Ja, und hier hinten könnten wir doch jetzt eigentlich sowas machen, wie ihr es auch schon mal gesagt habt. Ach, das sind so ein kleines Geländer oder so mit dem Zaun hinten dran. Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Ich denke, wir machen einfach hier einfach, weil wir es können, wieder so ein Ding dran. Dass man einsteigen kann. Ansonsten ist es zu weit. Man müsste jetzt hier irgendwie noch ja, vielleicht nee, das nicht. Das, das, das nicht. nee, die klappen sich nach unten. Warte mal ganz kurz. Hoch, kein Traptos. ja. Wollen wir hoffen, dass das passt. sowas um den Dreh. Ja. Das hier sieht man leider noch. Ich kann die da nicht festkleben. Sind nicht festgeklebt. Ich kann die nicht. nee, ist egal. Ist egal. Ist sowieso schwierig, ansonsten mal wegen dem Zug hier drauf zu gehen. Dann lassen wir das so. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir viele Kisten da reinkriegen. Und, oh mein Gott, was auch noch fehlt. Hold on. Wir müssen doch auch Items da ran schieben können. Wir heißen das Portable Storage Interface. Das brauchen wir. Brass Casing. Wollen wir da Brass? Wir brauchen ein Portable Storage Interface. Ansonsten können wir das doch eh vergessen. Genauer gesagt, zwei oder drei Portable Storage Interfaces, dass wir von jeder Richtung einmal, habe ich hier Kelt mitgenommen? Nein, haben wir nicht. Flattern wir mal rüber. Kelp ist bestimmt hier drin, ja. Einmal hoch. Und hier rein. So, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir nochmal an der Seed-Falle. Dann brauchen wir ein Brass Casing. Was? Was fehlt hier denn? Oh, gar nichts. Boah, ich dachte, es fehlt. Zwei Stück mindestens. Jetzt die Frage ist, wo tüten wir die dann mal dran? Wo darf der Zug denn tanken? Wo soll der denn Items reinziehen? Wo machen wir den Input hier? auf derselben Höhe wie die? Also, hier vorne haben wir, das ist halt der Tank-Output meinetwegen, der Tank-Input kann halt oben drauf sein, ja. Wir können es auch so machen, dass der Input oben ist und die Outputs irgendwie zur Seite, aber trotzdem müssen wir irgendwo die Outputs hinmachen, aber wo machen wir die Outputs hin? Nein, 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 die Items werden nicht immer oben rausgeladen, oder? Ich würde den Output auch irgendwie seitlich machen, aber wo packe ich den denn in den Zug rein? Oder in die Fenster oder einfach mal oder hier hinten halt ran, das? Wow, ich habe das einfach gewon-hitted. Dass hier so ein Output hin kommt, zerruiniert es aber irgendwie ein bisschen, oder? Das ist irgendwie nicht so gut. Irgendwo hier drunter? Ja, nee, da hängen ja die Traptors, da geht es ja auch nicht drunter. Und das Gitter, nee, ist auch nicht so schön. Ja, die Mitte, ihr könnt doch vergessen halt, ne? Soll ja offen sein, dass man so rein, erstens reinhüpfen und auch reingucken kann. Also was ja noch anbieten könnte, wäre halt vielleicht hier. So. Auf beiden Seiten und halt eins im Dach. So zum Entleeren. das ist für mich irgendwie die einzige sinnvolle Alternative. Da haben wir leider nicht so viele Möglichkeiten. Ich würde es halt gerade nochmal hier so ein Ende seit Funnel ziehen und nochmal so ein Portable Storage machen. Und das müssen wir jetzt nochmal festkleben. Oben aufs Dach. Also das ist die sinnvollste Lösung. Entweder hier oder hinten. Was ist besser? Vorne oder hinten als Einfüllding. Hier vorne ist halt für die Tanks ist halt in der Mitte beziehungsweise von oben. Von oben mache ich jetzt auch noch einen Einfluss, falls das jemand möchte, aber wir machen noch einen Ausfluss an der Seite. Okay, pass auf. So, dann fragen wir nochmal einen Chat. Manage Pole. Items einfüllen. Vorne oder hinten? Start Pole. Abstimmung im Chat. Könnt gerne abstimmen, aber die meisten sagen hinten, oder? Na, die meisten sagen hinten. 70% sagen hinten ist besser als vorne. Ja. Leute, oben kommt auch eine hin. Es kommt hinten eine rechts, eine links und eine oben drauf, genauso wie beim Zug da vorne. Ne, das war schon richtig. Dann nehmen wir den Zug. So, jetzt muss ich mal aufs Dach. machen wir dann die Mitte, die ist wahrscheinlich hier. So, und hier kommt dann einfach jetzt das Ding drauf. Das hier kommt wieder weg. Selbiges, wie wir schon hier vorne haben. Okay. Dann haben wir auch hier schon die Einfülldinger parat. Und jetzt brauchen wir noch massig Kisten. Ja, das wird eindeutig. Von der Abstimmung her. rein seitlich raus. Ja, wie gesagt, das ist dann machbar, wie die Leute dann wollen. So, stopp mal. Dann haben wir ein bisschen Holz. Dann haben wir Spruce Holz. Dann brauche ich ein paar Vanillakisten. Und zwar eine gute Menge Vanillakisten. So, wir brauchen nämlich ja, so ein Holzding. Können wir auch noch mal verhauen. Zehn Kisten mehr. Da muss ein bisschen mehr noch rein. Kleines bisschen mehr. Testfahrt ist noch nicht ready für die Testfahrt jetzt. Wir werden gleich noch mal gucken, wie das aussieht mit drei Waggons. Ob der da auch um die Kurven und alles rum kommt, das gucken wir gleich. Ich habe jetzt mal 20 Kisten gemacht. Dann jetzt sie, also und hier, wir können noch Barrels nehmen und sonst was, ne? Also Dings und ich mache ein paar Barrels einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob die Fässer auch zählen. aber sie werden halt gegebenenfalls coole aussehen, deswegen. Hallo? Hm, das war seltsam. Da war irgendwie noch eins drin oder irgendwie nicht. Und let's go. Dann wieder Kleber in die Offhand. Fässer gehen. Fässer sind besser. Können direkt unter die Decke her. Wir gucken mal. Dann kleben wir doch die Fässer über unter die Decke. dass wir irgendwie sowas hier machen jetzt. Ich habe mir überlegt, noch ein bisschen mit Traptors ansonsten zu arbeiten, aber hier eine Kiste, die können wir da nicht öffnen. Machen wir mal nicht. Ja, dann wird es halt eher simpel, oder? Ohne Fenster, solide Wände. Ja, ein bisschen. Ich wollte nicht, dass es einfach nur ein Dings ist. Soll ja optisch für uns noch ein bisschen interessant aussehen. So, ich würde noch sagen, ein, zwei ein bisschen Holz brauchen wir nochmal. So viel Holz hier drin. Können wir noch umcraften. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Fässerchen. Crafting-Table hier, nicht unbedingt. Ich versuche zu vermeiden, für die kleinen Strecken Raketen zu brauchen. Ich habe das Gefühl, man kann sowieso irgendwie extremst gut. Guck mal, sind das hier schon wieder? Das ist aber auch nicht normal. Guckt euch das mal an. Ohne Rakete. Man kann irgendwie so sich die Movements wieder aufbauen und dann die ganze Zeit, guckt euch das mal an. Yo. Yo. Das ist aber auch nicht normal, ne? Ne, 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 das ist nicht normal. Das ist nicht, äh, normal. Definitiv nicht. Craft-Tack funktioniert das nicht. Habe ich schon wieder bei Kleber verteilt, aus Versehen. Man kann immer so ein Stückchen höher hüpfen und dann mit der Elytra gut fliegen. Das ist, das ist nicht normal. So. In Craft-Tack geht das nicht, wenn da nur eine Ausnahme durch den Back oder so ist. Aber hier geht's nicht. Neue Fässer brauchen wir. Fass und zwar zwei Stück noch. Die tackere ich einfach in die Decke. Damit haben wir auch den Güterzug eigentlich fertig. Jetzt brauchen wir noch, ah, Stangen plus Metalldinger. Da müssen wir noch die Räder dran hauen. Wir brauchen noch wieder so einen Valve. Kupfer. Ah, extrem viele Kupferplatten, ne? Da habe ich nochmal eine Rakete genommen. So, das haben wir da hin. Nein, zu weit weg. Dahin. Klonk. Sehr schön, den haben wir schon mal. Ich brauche mehr Antizid-Alois schon wieder. Ob ich mir auch noch mal Eisen. Heilorten, Resub, 14 Monate. Vielen Dank. Und dumme für den Resub, 15 Monate. Müssen die Inputs nicht verbunden werden? Äh, nö. Inputs muss gar nichts sein. Ja, das reicht. Und abflog. Das passt schon so. Stack hier, Stack hier, Stack hier, Stack an der Seed. Dann machen wir an der Seed-Aloi und habe ich direkt, ja, komplett voll. Dann habe ich irgendwo noch den Farbstoff. Brauche ich den Farbstoff? Ich meine, ich hätte den mitgenommen. Oh, da ist das wirklich noch mal in der Kiste drüben. Oh, dann bin ich jetzt in meiner Kiste drüben. Vier Stück hiervon. Dann brauche ich die Shafts. Die Metal-Dinger und Shafts brauche ich noch mal neue. Sehr gut. Und jetzt brauche ich doch noch mal Light-Grey-Dye. Und die haben wir eventuell. Äh, habe ich die mitgenommen? Ich muss die mitgenommen haben. Doch, ich habe Light-Grey-Dye doch mitgenommen. Jetzt auf die Schiene geflogen. Das darf eigentlich nicht sein. Irgendwo hier ist doch bestimmt jetzt... Da haben wir es doch. So, sag das doch gleich. Dann haben wir hier die... Weiter ganz kurz. Da. Ach, drüber muss man das machen. Vier. Gut, und jetzt können wir die Räder noch dran schrauben. Leute, dann... Der Stream geht noch nicht so lange. Wir haben schon den nächsten... Fertig. Ach, stopp. Nee, das war richtig. Dann den nächsten Zug... Dann den nächsten Waggon fertig. Der ging sehr schnell. Sehr, 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 sehr schnell. Ein Serverpack von den meisten Servern. Ja, ja. Kraftwerk haben wir doch nicht. Okay, irgendwie runter. Drangeklebt. 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 So, dann mal wieder zu. Da gab es wahrscheinlich Fehler beim Verarbeiten vom Video, vom Snapshot. Wird neu hochgeladen jetzt. Dann auch ein neues. Metal Bracket dran. Und die Valve dran. Next. Kann das nicht so schön platzieren, aber von hier unten. Und hier vorne auch. Dann muss ich noch die Minecats verbinden und dann können wir eine Testwand machen. Und dann fehlt noch die Lock. Ups, dann haben wir den Schaft. Falsch. Genau das meine ich. Der war richtig. Wir müssen das von unten machen. Ansonsten, ähm, sieht das nicht so gut aus. Und hier das Ding. Und damit sollte das alles gehen. Jetzt brauche ich noch ein Minecraft Coupling. Das wird gemacht, dass alle sieht. Und Iron Sheet. Das andere wird irgendwie durch den Bug bekommen, glaube ich mal. Aber egal. Und er sieht alle da ein Iron Sheet. Minecraft Coupling. Da ist doch. So, wenn alles richtig funktioniert, müssen wir hier hingehen. Ah, pass auf. Jetzt fehlt es noch. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe die Minecats vergessen. Minecraft. Ich hoffe, ich kann weglaufen. Ohne das. Das hier. Oder ich kann das, äh, die, dass die Auswahl ändern. Ohne, das ist jetzt. Da kommt ein Minecut hin. Und hier vorne kommt ein Minecut hin. Kann ich das zurücksetzen? Nee, warte. Das und. Das. Und da ist die Stange jetzt auch drin. Sehr schön. Wenn alles klappt. Müsst ihr die Kiste jetzt fahren können. Get ready. Leute, wir machen den erst, die erste Testfahrt von dem fast fertigen Zug. Es fehlt nur noch die Lok. Oha. So, Leute. Let's go. Testfahrt von allen drei Waggons. Ja. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. So. Der Zug fährt um die Ecke. Dann war jetzt so gut. Ich bin, ich bin, ich hab's reingeschafft. Wird um die Ecke, alles klar. Wie der Zug einfach hier oben runter eiert. Ja. Irgendwie wäre das cool, wenn der sogar noch länger, wenn man noch mehr Waggons hätte und so. Wollen wir hoffen, dass er es hoch schafft. Nein, er hat es nicht hoch geschafft. Nein, er hat es nicht hoch geschafft. Er ist entgleist. Und crash. Und was macht das Pferd auf dem Zug? Nein. Und es crasht. Warum hat er das schon wieder nicht hoch geschafft? Ähm. Das ist ein bisschen problematisch, meine Freunde. Jetzt hab ich hier die Züge gecrashed. Und zwar komplett. Aber warum? Zwei haben es geschafft. Warum schafft es der dritte jetzt nicht da hoch? Das geht nicht. Dann müssen wir nochmal mehr Abstand nehmen. Müssen die Schienen neu bauen. Und irgendwie muss ich jetzt hinkriegen, den Zug jetzt hier wieder zurückzufahren. Aber wie? Wie schaffe ich jetzt den Zug jetzt wieder? Ich war so zuversichtlich, dass das klappt. Nehmen die Rancher und was passiert dann? Dann zerstöre ich das Coupling. Und dann stehen die Züge hier und zerstören sich gegenseitig. Das wäre absolute Katastrophe. Oh nein. Wie kann ich denn? Kann ich die Couplings hier vernichten zwischendrin? Aber ich muss mal ein paar Metall lernen. Wieso haben wir das? Ne, das muss ja nicht klar sein. Wenn es mit zwei funktioniert, warum geht es dann mit drei nicht? Das hat alles so gut geklappt. Die Wege sind zu steil hier oder was? Powered Rail benutzen ich den Zug zum Beispiel. Leute, das Ofen-Minecart hat Zug drauf. Das ist ja nicht das Problem. Das Ofen-Minecart zieht doch die ganze Zeit. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich muss wahrscheinlich hier die Richtungsrails nutzen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen mies. Die nehme ich nochmal. Okay, wir müssen ein paar... Also die Kohle, die da drin ist, die hält ein bisschen. Wir müssen mal gerade gucken. Wir brauchen neu von den Rails. Das ist ganz kritisch. Ach man, ich war mir so... Ich war so sicher, dass das gut funktionieren wird jetzt. In der Kurve. Die Dinger waren overstressed. Das ist ein Richtungsrails wegen einem Bug, wo der Zug in den Stein kommt und erfährt. Richtungsrails. Da brauche ich aber auch wieder Electron-Tubes. Da brauche ich wieder Rose-Quartz und alles. Also wir brauchen nochmal neue hier von Rose-Quartz. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch was übrig habe mit der Base. Jetzt ist der komplett gecrasht und einander versackt, glaube ich. Oh nein. Habe ich denn noch Rosen-Quartz? Ich habe keinen Rosen-Quartz mehr. Paper, Redstone, Quartz. Muss ich mir schnell machen. Ich hätte den vorher einscannen sollen. Wenn ich den Zug jetzt rette, werde ich den sowas von einspeichern. Ich habe den Schematic-Kennen, bevor damit irgendwann nochmal was passiert. Ich sage es euch. So, dann brauchen wir hierfür Gold und Sticks. Aber erstmal, ach stopp, die Electron-Tube, ne? Wie machen wir nochmal die Electron-Tube? Halt einfach keine Schienen. Redstone, Fackel und Ingots. Ich habe keinen Redstone jetzt schon wieder. Oh, ist das so buggy. Ja, Nuggets kriegen wir hin. Sticks, Redstone. Jetzt brauche ich noch Gold für die Schienen. Ich glaube, da habe ich einfach auch zu wenige jetzt. Egal, ich habe 13 davon. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Schalter brauche ich auch wieder. Und Abfahrt. Ja, ich weiß halt nicht. Macht das Sinn, die hier sozusagen einfach so in Zweierpaketen? Hm. Schalter dran. Ich kann halt hier nicht. Ja, Zug. Ja, Zug. Strong. Ich hätte wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen einfach diese Power-Drails hier hinballern müssen. Ja. Problem ist hier vorne. Ich muss mal ganz kurz disconnecten und wieder reconnecten. Damit der, weil der sieht gerade aus, wenn er arg entgleist wäre. Nee. Das Ofen-Mine-Kart hier nicht richtig drauf, oder wie? Ja. Aber wo hängt der denn? Wo ist der denn over-stressed? Ah, warte. Also hier vorne hängt der jetzt halt einfach fest, standardmäßig. Weil er ein Gleis ist. Ja. Die Frage ist, ob wir den Zug hier hochkriegen damit. Warte, 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 warte. Na, jetzt habe ich ihn ja zur Seite gedinkt. Ich komme da nicht ran. Der ist einfach jetzt gerade stuck hier unten. Aber ich kriege den halt auch hier nicht hoch, weil er hinten die Rail ist. Ja. Jetzt haben wir ihn zumindest schon mal wieder auf die Schienen gekriegt. Ist er irgendwo over-stressed? Nein, ist es nicht. Das Ding ist einfach ein bisschen verpeilt. Ja, okay. Jetzt kann ich hier keine Schiene setzen, weil ja der... dass mein Kart direkt da drauf steht. Ja, okay. Das hat funktioniert. Ja. Ich befürchte, wenn ich jetzt das hier abbaue... Dann ein Gleis, der. Und er hat sich wieder gefangen. Oh mein Gott. Nein, Zug, du geh... Nein, der fährt nicht zurück. Du fährst jetzt vorwärts. Ich habe keinen Schalter mehr. Oh nein, ich habe sie in die falsche Richtung gestellt. Die sind in die andere Richtung orientiert. Die geht falsch rum. Ah ja, Leute. Ich habe da ein kleines Problem. Fragt nicht. Ich habe da ein kleines Problem, aber bitte fragt nicht. Der große Zug-Crash. Ähm, ja. Es ist mal wieder eine... tolle Herausforderung hier. Ich brauche ein paar neue Schaltern. Dort werde ich jetzt noch ein Dings reinbauen. So, Sekunde. Leute, ich bin ein bisschen stressed out gerade. Ich hoffe, man das kann mal nachvollziehen. Muss mal ganz dringend hier gucken, wie wir das jetzt machen. Perfektes Thumbnail. Genau, dafür habe ich eben das Ding hier drin geschlachtet. Das ist der einzige Grund. Aber ich hoffe echt, dass ich den Zug jetzt noch hier hochgezogen kriege. Das wäre schon echt cool. Und dann kann ich den im Kreis verlassen, richtig anhalten. Und dann ohne... Ich darf den nicht abbauen. Wenn ich den jetzt abbau, ist das wahrscheinlich wieder Feierabend. Ups. Hä, wieso? Das ist doch richtig rumgedreht. Komm schon. Nee, der kann nicht hoch da. Welches Coupling? Wahrscheinlich hier vorne hängt es noch, ne? Ich bin gerade sehr zuversichtlich, dass ich die Kiste früher... Das sieht falsch aus einfach hier gerade. Er ist halt ineinander reingeglitscht. Ja, fahr halt so in den Bahnhof rein. Hallo Zug? Fährt er richtig? Nein, tut er nicht. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken, ob er es hinkriegen würde, hier langzufahren. Er ist noch ineinander geglitscht. Wir müssen jetzt wieder so zwiebelmäßig auseinanderfahren. Oh nein, sag doch nicht, dass der hier hinten schon wieder jetzt hängt. Der hat es doch schon einmal rüber geschafft. Also ich darf dir nicht die Kappeln. Wenn ich denn die Kappel ist, ist ein Problem. Dann bleiben hier die Wagen einzeln stehen und hängen wahrscheinlich ineinander und das wäre ganz, ganz schlimm. Was ist denn, wenn ich hier hinten hingehe und habe es einfach mal so ein Ding umdrehe? Ich möchte halt gucken, ob das sich irgendwie mal entheddert. Leute, nein, mit Ranch nehmen ist nicht drin. Wenn ich denn mit Ranch nehmen, geht er kaputt. Dann ist alles umsonst. So, das ist raus. Dann packe ich jetzt eine normale Braille einfach drunter. Kann ich da irgendwo? So. Ja, ich muss jetzt ein bisschen basteln, bis ich das Ding wieder entheddert habe. Ich mache übrigens immer nur eine Schiene. Nicht mehrere. Ich drehe das gerade mal zur anderen Seite rum. Ich mache immer nur eine Schiene am besten. Nicht mehrere. Was ist denn, wenn ich den mal umdrehe hier gerade? Können wir mal zurückfahren lassen? Also, es muss sich hier mal ein bisschen was bewegen. Der muss sich mal irgendwie entglitschen. Der ist halt ineinander verhakt einfach gerade. Und das ist so nicht richtig. Ich müsste den praktisch einmal entgleisen lassen. damit er wieder richtig drauf fährt, früher oder später. Dann machen wir das mal wieder. Dann machen wir das mal am besten. Naja, das darf nach vorne. Die anderen drehen sich jetzt in die falsche Richtung, ne? Der will sich da vorne aber auch gleich wieder umdrehen und zurückfahren. Und dann ist der hier noch ein Resub. Dann ist der hier noch ein Resub. Vielen Dank für Monate. Real Life Magie. Zwei Emeralds. Das mir in der Turbwunde in Hamburg hat ca. 130.000 Bäume verbaut. Spark by the Wave. Wie viele Bäume hast du in Grey schon gepflanzt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die meisten abgerissen. Aber ich habe auch gerade ganz andere Probleme. Ande in Resub. Tobi und Jeanette in Resub. Vielen Dank. Hawk, Dreck Gaming. 20 Bits. Und ansonsten hatte ich alles. Komm schon, hat er sich getrennt? Nein. Immer noch nicht. Äh. Äh. Ja. Ich werde ihn jetzt noch mal absichtlich entgleisen lassen hier vorne gleich. Am besten mal, oder? Ja, wir lassen ihn jetzt noch hier vorne entgleisen. Und schnappen uns einen. Äh. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Schienen, glaube ich, dafür. Etwas mehr Schienen wäre nice. So. Der fährt jetzt wieder los. Aber ich muss aber ganz dringend schlafen jetzt schon wieder. Ich habe... Mobs sind jetzt hier ganz, ganz gefährlich. So. Äh. 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 Das brauche ich Joe gerade nicht im Sinn von Hilfe. Äh. Äh. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, äh, dass es noch zusätzliches Chaos dann gibt. Und das zusätzliche Chaos würde ich gerne vermeiden. Äh. 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 weiter. Also erst mal, hinten ist erst mal ein Gleis, das ist okay. Aber ich müsste den einmal komplett entgleisen lassen, oder? Vielleicht auf einer geraderen Strecke, nicht unbedingt hier. Ich weiß nicht, ob ich um den powern muss, aber... So, den habe ich jetzt hier gedingst, ja. Nee, das ist immer noch... Kiss ist immer noch stuck hier drin. Das dahinterliegende Minecart... Muss ich in die andere Richtung fahren. Nicht hier hin. Sondern zurück. Ach, hier klickt alles aufeinander. Alles aufeinander einfach. Okay. Komm ich da irgendwie dran? Nee. Ja, da vorne fiel da jetzt einfach eine Schiene. Ja, die sind ja komplett geklumpft, aber ich weiß auch gar nicht, warum die überhaupt geklumpft sind. Das hat vorher so perfekt gepasst mit zwei. Was ist denn, wenn ich den rückwärts jetzt ziehe? Also. Ich kann doch hier auf einer Schiene bestimmt setzen. Aber... Nee. Das kannst du da unten auch vergessen. Habe ich das Minecraft hier? Das verklumpt nur noch schlimmer. Kann das sein? Oder lag das an dem Pferd eben? Ich weiß ja nicht, wie ich das hier wegkriegen kann. Und die Wasserlöcher sind auch problematisch. Ja, also das ist erst mal ein Gleis. Das ist klar. Ja. Die Schiene kann mal hier weg. Die Schiene da drauf vielleicht. Warum ist die denn hier so stuck? Nee. Ach, der Zug, der kommt einfach nicht voran. Leute, das entkupp... Wenn ich die entkupple, dann stehen die hier in Blöcken, übereinander geschrieben, und zerstören sich gegenseitig. Das geht nicht. Das ist das Problem. Jetzt hängen die halt wieder hier unten an diesem Klumpen fest. Ach, weil die Schiene hier wieder... Pass auf, die kann ich noch mal umdrehen jetzt. Können wir jetzt mal nach vorne drehen. Deswegen fährt auch die ganze Zeit hier... runter. Ich komme halt hier nicht hier ran, so richtig. Das Problem ist, dass die ineinander klumpen. So, und das Ding hier unten kann halt nicht hochgezogen werden. Weil dafür keine Schienen da sind. Also, jetzt bin ich oben gelandet. Ach, ich kriege den nicht hoch. Ja, Joe. Sparky. Hast du unter jedem Minecart ein Furnace-Minecart? Nein, nur unter einem. Okay. Vorne an der Zugmaschine. Das Problem ist, dass die ineinander geklumpft sind. Wenn ich die jetzt entkoppel, zerstören sich die Züge von alleine. Die müssen sich von alleine enthettern. Und dann kann ich auf Kaderstrecke... Kannst du nicht einfach den Zug mit einer Ranch abbauen? Nein, kann ich nicht. Weil dann werden die Entitäten zu Blöcken und sind ineinander geklumpft und zerstören sich gegenseitig komplett. Mit der Ranch? Den nehmen? Ja. Das geht nicht bei Doppel-Minecarts. Wenn du ein Entity hast, wo zwei Minecarts waren, kannst du die nicht mit der Ranch nehmen. Dann zerstörst du mit der Ranch das Coupling oder die beiden Minecarts und du hast das Ding wieder als Blöcke da stehen. Und dann ist es komplett ruiniert. Okay. Alle schon getestet. Und die sind halt beim Fahren, haben sich ineinander verheddert. Also zu zweit konnte der Zug da ohne Probleme langfahren. Aber habe ich einen dritten dazu gemacht, auf einmal ging es nicht mehr. Mhm. Ich glaube, wenn wir das alles auf Red... Okay, ja gut, okay, okay, gut, gut. Dann ist das jetzt Trial and Error, größtenteils. Sonst musst du halt wirklich riskieren, dass die sich einmal wieder hinsetzen. Und dann, ja... Kannst du dir nicht die Kupplung während der Fahrt irgendwie wieder entfernen? Nein, kann ich nicht. Bin ich mir relativ sicher. Und du hast es auch schon ausprobiert, die mit dem Rechtsklick und Shift-Rechtsklick mit einer Ranch, dir das Ding an die Hand zu nehmen. Das hat auch nicht geklappt. Ja. Was weiß ich jetzt mit dem Zug? Ich hätte ihn vorher einscannen, müssen wir das gemerkt erkennen. Habe ich nicht gemacht. Ja, ja, ja. Er hätte hätte rausgemacht, aber das ist jetzt nicht... Aber ich war mir so sicher, dass das funktionieren wird. Ah, ah, was du machen könntest. Ich weiß, was du machen könntest. Was denn? Du könntest den mittleren Zug zerstören. Per Hand zerstören. Dadurch wird sich der mittlere Zug entkoppeln und hinsetzen und die anderen beiden fahren weg in die anderen beiden Richtungen. Dann kannst du dich nochmal separat entkoppeln. Also, wenn du das mittlere Element zerstörst, das Minecart, wird sich ja das assemble. Aber die anderen beiden sind dann noch nicht entsembled und sind entkoppelt. Aber die sind auch nicht aneinander gekoppelt dann. Logischerweise, weil der... Ja, ist nicht schlimm, aber dann kannst du sie abnehmen. Dann kannst du mit der Ranch die abbauen. Nein, kann ich auch nicht. Weil es ja... Hä? Das ist doch eine Zwei-Minecart-Struktur. Die hat doch eine vorderne Hinterachse. Und alles, was eine vorderne Hinterachse hat, auf zwei Minecarts sitzt, kann man nicht einsammeln. Ach, der sitzt auf... Ach, jetzt... Ah, jetzt... Es sind sechs Minecarts, die aufeinander fahren. Okay, hast du denn alle miteinander gekoppelt? Nein, ich habe den ersten Zug mit dem zweiten und den zweiten mit dem dritten. Ah, ich glaube aber, dass du trotzdem... Nee, oder? Musst du die nicht trotzdem miteinander koppeln? Also auch untereinander? Nein. Ich glaube, wenn du diese zwei Assembler baust, dann ist das diese neue Mechanik seit dem neuesten Update, dass die sich automatisch stellen. Als eine Einheit. Ja, aber müssen die nicht... Ja, aber müssen die nicht trotzdem zusätzlich nochmal gekoppelt werden? Nein, warum denn? Funktioniert doch. Das ist ja gar nicht das Problem. Okay. Also wenn du kannst... Hm, ich verstehe, ich verstehe. Trotzdem, versuch sonst den mittleren Zug erstmal kaputt zu machen. Dass du quasi, dass der eine Zug am besten, ne, das ein Teil sich löst. Wenn du ein Teil gelöst hast, kannst du das versuchen wegfahren zu lassen. Also würde ich jetzt dran gehen. Ich will mit Glück versuchen, dass ich den hier richtig entkoppeln kann einfach oder damit das funktioniert. Ich habe so was von... Überhaupt keine Lust, den Zug nochmal zu bauen. Tja. Ich habe da jetzt zehn Stunden dran gesessen. Kann ich mir vorstellen. Vor allem die Blöcke werden sich gegenseitig ja zerstören, ne? Ah, du weißt jetzt ja, wie er gebaut wird. Du musst das Design ja nicht aus dem Boden neu entwickeln, oder? Ich weiß, wie er gebaut wird, ja. Aber trotzdem. Und wenn du ihn gebaut hast, musst du ihn dringend dann eins kennen. Gut, okay, okay. Ich verstehe schon. Da können wir auch schwer helfen. Alles klar. Ja, das wusste ich schon von Anfang an, deswegen... Ja, und mit der Chat das auch mal weiß. Der Chat scheint ja nicht zu wissen. Ja, der Chat hat gerade so hart genervt. Wir sollen dir helfen. Spug sagt, Spug sagt, wir sollen dir helfen. Spug will, dass du überkommst. Ja, und ich sage, das wird wahrscheinlich nichts bringen. Und jetzt sagt Joe, ja, es bringt nichts. Richtig. Es bringt nichts. Also, Spark macht alles schon richtig. Es gibt nichts, was wir ihm noch helfen könnten. Also, er macht alles richtig falsch. Und er macht alles falsch richtig. Er macht alles richtig falsch. Kein Spaß. Also, es wäre uns auch passiert. Also, Kopf hoch, Spuggy. Wird schon. Ja, ich muss mit Trial and Error gucken. You will get it. Ansonsten einfach mal, keine Ahnung, vielleicht versuch, die Schienen abzubauen. Das ist der Zug komplett entgleist. Legst drauf an, einfach mal Chaos-Prinzip und vielleicht bringt das was. Naja, habe ich ja schon. Naja. Ich habe ein ehrgeiziges Ziel, wenn alles klappt, soll heute die erste Seite des Fahrstuhls laufen. Also, hui. Jo. Das wird auch lustig. Ach so, genau. Köpfe. Hm. Da waren wir stehen geblieben. So. Äh, ich mache vor allem, ich muss eine, ich muss eine weitere Strecke machen. Die vorhandene Strecke mit den Kurven ist nicht gut geeignet. Ich brauche ein bisschen Erde zum Auffüllen. Und dann mache ich jetzt mal ganz kurz hier was. Dann brauche ich ein bisschen Blöcke. Und ich muss mal dieses, dieses Wasserloch hier weg machen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, dieses Wasserloch. Ganz, 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 ganz schlimm. So. Ich beschäftige mich schon die ganze Zeit hier mit den, äh, Zügen. Also, ich habe es grob gerafft, glaube ich. Aber wir können die... Also, das Problem war nur, dass er sich so verwurstelt hat. Jetzt, weil er sich verwurstelt hat, hängt er. Ansonsten würde der langfahren können, höchstwahrscheinlich. So. Ich schlafe das mal weg hier. So. So. Blumen alle mal weg. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir den irgendwie, wenn wir das wieder einschalten vielleicht, die Kurve kriegen. das weiß ich halt jetzt nicht. Ja, oh. Ja. Warum hängt er denn hier immer noch? Was hängt da denn so? Alle entgleisen auf das erste Mine-Card. Ja, das ist ja wieder schön und gut. Warte mal ganz kurz. So, jetzt fährt er erstmal nach vorne. Ist aber immer noch ineinander verhakt. Ist immer noch geradewegs ineinander verhakt. Dann fülle ich mal ganz kurz hier wieder auf. Ich darf die hinten einfach gar nicht runterfahren lassen oder so. Also wir müssen mal gucken, die Höhenunterschiede sind ganz gefährlich für die Züge. Ganz, 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 ganz gefährlich die Höhenunterschiede. Sind hier Schienen, bauen wir mal ab. Ich hoffe einfach nur, dass das Mine-Card noch ein bisschen länger bepowert wird. Durch die Kohle, dass das einfach ausreicht und dass es jetzt die ganze Zeit immer Power hat. Solange das Problem sich out of blocks, keine Erde mehr, was zur Hölle. Ja. Habe ich nochmal neue. Ganz viel Schrott kommt weg. Ganz viel Dings kommt rein. das ist auch Schrott. So. Ich brauche nochmal eine Enderkiste am besten und nochmal neue Raketen, weil die gehen nämlich nicht mehr alle. Dann machen wir das hier mal zu. Haben die ganzen Schienen mal mit weg. Die lasern wir auch mal hoch. Leute, ich kriege das noch hin, ne? Ist euch schon klar. Ich hoffe mal, das ist euch bewusst, dass wir das noch hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wie ihr daran zweifeln könnt. Ihr Zweifler. dann fahren wir mal hier rückwärts. Dann fahren wir mal hier rückwärts. Eine hoffentlich lang genugne Strecke. Das Problem ist, dass die ineinander geglitscht sind und praktisch, dass das Minecraft auf der Schiene vor dem ist. Also ich müsste es um eine Kurve, glaube ich, ziehen und entgleist um eine Kurve ziehen. Dann müssen wir mal kurz gucken. Guck mal hier. Sämtliches Gras wegmachen und sowas. Ja, dann gibt es schon wieder so Löcher drin. So. Entgleist und wo kommen die ganzen Löcher hier? Ja, ich muss immer ganz kurz wegmachen. Das ganze Gras muss mal weg. So, wenn ich jetzt hier hingehe, ein bisschen Schrott hier weg. Der Baum kann auch mal weg. Dann müssen wir halt jetzt mal ein bisschen rigoros hier sein. Okay. Oder warte mal ganz kurz. Also. Das hier gerade aus. So eine Art. Und wenn der Zug hier drüber fährt, falls er das dann überhaupt tut richtig. Warte mal ganz kurz. Wir müssen hier nochmal dann. Ja, erst mal zurückfahren, die Kiste. Erst mal zurückfahren. Nein, das nicht. Ich habe schon wieder keine Schaufel dabei. Einfach. Warte mal. Ich habe meine Kiste oben stehen gelassen. Mann. Pass auf. Die Schiene kommt jetzt da dran. Das funktioniert. Ich sehe nicht, ob da die Schiene ist. ich glaube, die ist da nicht. nicht. So, jetzt fällt die schon mal zurück. Ja, und da wird schon wieder spaßig. Da kann die Kiste halt einfach nicht rum. Es ist halt einfach unmöglich, dass die, das Teil da durchfährt. Ganze Dinger hier müssen, mal weg. So, hold on. Der Rest muss einfach komplett entgleisen. Da baue ich jetzt mal alle Schienen ab. was irgendwie geht. Komplett entgleist. So, und das Ding müsste ich jetzt einmal, wenn es geht, irgendwie keine Ahnung, um die Ecke fahren lassen oder sowas. Ich habe kaum noch Schienen hier drin. Wollen wir die auch entpacken? Nee. Ich muss das irgendwie mal drehen hier. Okay. Okay. Kriege ich den gedreht? Nein, kriege ich nicht. Jetzt hat sich die Fahrtrichtung geändert. Ach, Gott. Es ist einfach alles klump. Ich kriege die auch nicht auseinander so easy. Es ist schon wieder Nacht. Ich brauche Essen. So. Ich bin einfach komplett hier drin gelandet. Ich komme einfach nicht hier ran. Kriege ich da irgendwie die Power Drill drunter? Ich glaube nicht. Wenn das sich jetzt entkoppelt hat, ich darf das Maika noch nicht zerstören. Kannst du doch vergessen, ey. Ich habe langsam das Gefühl, es ist einfach schneller, wenn ich den Zug komplett zerstöre. Alles vernichte, alles umsonst gebaut habe. Und, ähm, einfach nochmal neu aufbaue. Ich kriege hier einfach keine, keine Rails dran. Ich hole da nochmal eine Wrench. Hier ist schon wieder ganz viel Shit im Moment da. Jetzt kann ich nicht mal in das Ofen-Minecar dran. Probier was. Ein Singleplayer. Singleplayer. Leute, wenn das Aufsammeln von dem Zug ein Big Brain Move wäre, dann hätte ich den schon längst gemacht. Testen mal gerade was. Wir haben jetzt hier Minecart, 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 Minecart. Irgendwie drei Hebel im Inventar. Eigentlich brauche ich auch, naja, ich brauche jetzt solch Controller, jetzt nehmen Sie es egal. Coupling. Jetzt habe ich hier eine Entity oder zwei Entities. Und wenn ich hier rangehe mit dem Ding, oh, ich muss mal das Ding aus der Ofen nehmen, den Kleber ganz dringend. Removed Couplings from Minecraft. Und was passiert? Das Ding wird zur Entity. Und das Ding wird auch wieder zur Entity. Es fährt wieder nicht. Das heißt, die Züge sind dann broken. Das ist jetzt eine Entity. Aber das kann man so schwer bestimmen, ne? Ich kann die Teile mal ganz kurz hier wieder hinpacken. Das sind zwei Entities. Und sobald ich das mit der Range einsammeln will, plupp, was ist? Ja, dann habe ich, warte mal kurz, ich habe eine Entity dann zerstört. Die andere bleibt eine Entity. Hast du auf 3 B in Hitboxen? Ja, ja. Das wäre noch ein Ding. Aber ich will nicht zerstören. Und wenn ich das hier beispielsweise mit einsammeln will, geht nicht. Ich kann das nicht einsammeln. Also, zweiachsige Minecarts sind nicht einsammelbar. Also, ich könnte höchstens einen zerstören. Mit Wasser? Das ist vielleicht noch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob Wasser die Minecarts wegschieben. Da müssen wir gerade mal gucken. Shepard, danke für den Resort. 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh, egal. Sonst darf ich nicht mehr. So, let's go. Ja, nee. Aber eventuell habe ich jetzt hier wieder das Minecart gefunden, an dem ich arbeiten kann. So, weißt du was? Ich kann hier überall mal die Special Rails rausmachen, weil ich glaube, dass der Zug in den Bahnhof einfährt. Das werden wir vergessen können. Ich brauche die ganzen Schalte und die ganzen Rails mal. Wieder. So, da vorne ist halt wichtig. Also, das Berg auffahren ist ein Problem. Der Zug fährt einwandfrei, nur das Berg auffahren ist ganz, 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 ganz kritisch. ganz, ganz kritisch für alle mögliche. Strich, den Mittleren zerstören, dann die Ersten in die Halle fahren lassen, in den Zweiten wieder assemblen und von der anderen Richtung, warte ganz kurz, den Mittleren zerstören, dann den Ersten in die Halle fahren und disassemble, den Zweiten wieder assemblen und von der anderen Richtung in die Halle und dann in die Dritte in die Halle. Ja, Strich, das Problem ist, wenn ich die disassemble jetzt hier unten, das Problem ist nicht, dass dann da eine Entity draus wird, äh, dass da wieder Blöcke draus werden. Das Problem ist, dass die ineinander verhakt sind, aber wenn ich einen disassemble würde, ach, warte mal ganz kurz, dann, dann, wenn die anderen beiden noch Entities sind, dann ist das egal, dann würde der durch den trotzdem durchfahren, ne? Äh, warte, warte, solange, solange der Printstoppe ist, würde ich eigentlich gerne trotzdem mal probieren. Ich geb mich noch nicht geschlagen, den Zug, äh, irgendwie sinnvoll an der Weideichter reinzukriegen. Noch nicht. Noch bin ich, äh, hartnäckig, ohne dass ich ihn versuchen will, äh, zu zerstören. Er hat sich ganz, ganz böse einfach mal verhakt. Und ich, ich geb mich noch nicht geschlagen. Wenn man nicht ständig irgendwelche Seeds und Stuff ins Inventar kriegen würde. weißt du? Dann wäre das ja schon mal was. Probieren wir noch mal. Komm ich da seitlich dran? Jetzt. Klappt nicht, warum nicht? Da müsste er doch eigentlich hinwollen. Dann brauche ich noch mal so eine Rail. Oh, Nebel hat er da, ne? Hä, jetzt habe ich die in die andere Richtung gesetzt. Erzähl mir doch keinen. Als ob. Ach, der Kloß hängt einfach. Zug mit dem Gegensatz und Power-Race auseinanderziehen, das geht, glaube ich, nicht so gut, weil ich nur ein einziges Mindcard habe, das ziehen kann. Und das ist halt das vorne drin. Es ist einfach ein super Problem hier. Okay, ich, äh, zerstöre den mittleren. Es ist einfach komplett stuck und ich kann es jetzt gar nicht mehr so richtig überhaupt bewegen, ne? Tut sich noch irgendwas? Trennt er sich ein bisschen auf hier vielleicht? Oder warte, ich habe eine Idee, ich kann doch einfach die, ähm, wirklich alle Schienen aufbauen und versuchen, die Minecarts wegzuschwemmen, einfach nur noch untereinander. Ja, auch noch, der trennt sich auf so. Das probiere ich noch mal. Wie läuft das denn gerade hier? Pass mal auf. Das ist hier, ja, das ist schon wieder maximal mies. Problem ist auch, ich glaube, ich habe die so festgefahren, das Problem, ach Gott, jetzt ist doch schon wieder Nacht. Ich habe keine Kapazität für Mobs hier jetzt. das Problem sind jetzt unten schon wieder, ich muss die irgendwie auseinanderkriegen. ja, das sieht schon gut aus ungefähr jetzt. Das hinter Ding muss ich erstmal ausfalten hier. Das ist gut. Wir falten das jetzt auseinander. Mit Wasser. Ich würde sagen, Faltbarkeit ist gegeben. Wir drehen das jetzt einfach komplett hier weg. Wir falten einfach den Zug jetzt auseinander mit Wasser. Das Problem ist, die Schienen haben immer feste Bahnen vorgegeben. Logischerweise. Weil Schienen. Und das ist ein Problem. Die Maika, die wollten die ganze Zeit rumfahren. Also ich habe halt gedacht, wenn ich sie so verknoten kann, kann ich sie auch wieder entknoten. Aber das ist nicht so ganz so leicht der Fall. Wir falten den Zug erstmal in die Richtung weg. Wenn wir das mit Wasser auf einer flachen Ebene hinkriegen können, ist das schon echt nice. Ansonsten, mal angenommen, das Ding wäre ultra stuck, hätten wir ein Problem. Also irgendwie auf so einer, weiß ich nicht, irgendwo ein Loch, wenn ein halbes Loch drin hängt, wäre das ein Problem. Hier muss ich sowieso noch eines Tages mal zumachen. Das machen wir mal alles hier zu. Komplett. Jetzt brauche ich wieder neue Erde. alles voll mit Erde und dann geht es wieder zurück. Dann machen wir den hier komplett voll, den hier voll, den hier voll. Dann füllen wir auch die komplette Ebene hier mal schon mal auf mit Erde. Komplette Fläche. Naja, nee, hier nicht. Ähm, Mist. Habe ich dann die Enderkiste hingestellt? Habe ich dann die Enderkiste hingestellt? Habe ich die Enderkiste abgebaut und ich konnte die nicht einsammeln, deswegen ist die weggeploppt? Vermissen meine Enderkiste. Oder in einer Truhe, in welcher? Hä? Im Bett? Habe ich die denn da reingezahnt? Wieder aus Versehen reingemucht. Naja, okay. Hier ist nämlich meine Schaufel drin. Mann, ich werde mal voll gemüllt mit Grünzeug. Andre Loll hat auch noch gesagt mit Twitch Prime, vielen Dank. Palekon Resub zwei Monate Tacke und Depri 200 Bits halt das vorder Minecraft-Ofen mit Blöcken fest, dann dreht sich der Rest leichter. Ne, das vordere ist auch, also, ist kein Problem erstmal. Das würde ich so lassen. Ich würde die Power Drill da gerne noch einsammeln eigentlich. Komm ich da irgendwie ran? Ist auch egal. So, hier hängen zwei Minecarts ineinander. Ich muss die irgendwie voneinander trennen. So, auseinander trennen. Klappt da was? Alter, das ist gar nicht mal die Vorderseite. Das hier ist die Vorderseite, oder? Warte, jetzt ist die alles mal weg. Also, auf jeden Fall ist das hintere Ding haben wir jetzt erstmal so gut wie auseinander gedreht. Kann ich irgendwie hinten mal was von der Strecke wegmachen eben? Ganz kurz. muss das alles neu planen. Kann ich das Ding nach hinten wegziehen einfach? Ja, ein bisschen tut sich da was. kleines bisschen ich kann gerade das Problem ist ich kann nicht erkennen was wo hängt. Das Minecart hängt an dem. Das ist der Zug. und das ist das hintere. Das hat sich irgendwie gedreht. Kann das sein? Das hat einen Turn gemacht. Muss erstmal auseinander schwimmen. Tut sich da was? Ja, da tut sich was. Kann ich ihn einsammeln gerade? Ah, ich kann nicht mal in den Wassereimer ran. Hilfe. Oh. So, und das hier ist vorne und das Minecart kann ich jetzt einmal hier rumdrehen. Guck mal, der Zug hat sich doch ent... jetzt... Aha. Aha. Strich, danke für die Zweifel. Was muss wagen, Zug zu reparieren? Eine Doppelkiste Dirt, nein, Wasser einmal. Richtig. Eine Doppelkiste Dreck und einen Wassereimer brauchen wir. So, wir werden den nicht fail assemblen, das ist euch schon klar jetzt hier, ne? Pass auf, dann machen wir das hier hinten mal weg. Das ist natürlich gnadenlos korrekt. dass wir ein Wasser einmal brauchen und eine Doppelkiste Dreck, um den Zug zu reparieren. Ich weiß gar nicht, wie ihr etwas anderes erwarten könnt. Jeffrey, danke, immer Probleme mit Zügen, geht eigentlich anders. Züge machen immer Stress hier. Wenn wir das jetzt hier gefixt haben. Irgendwie war ziemlich am zubetten. Das war ziemlich Nerven aufreiben, fand ich jetzt gerade. Das war wirklich ziemlich Nerven aufreiben. Also hier ist folgendes Problem, dieses Minecart denkt sich auch, es wäre es und es hat sich gedreht, einfach. Das Coupling hat sich gedreht, weil diese Stange müsste auf der Hinterseite sein, ist auf der Vorderseite und da hat ein bisschen was ganz, 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 ganz Böse rumgebackt. Wollte ich denn die Schaufel? Hier ist die Schaufel. Nein. Das machen wir auch mal weg. Ja klar, wenn ich den ausgestreckt entkoppel ich den und sammle den einzeln ein, das machen wir noch. Gleich, gleich, gleich. Ganz ehrlich, ich versuche es gar nicht den zurückzufahren. Wir entkoppeln den einfach und gut ist. Die Frage ist aber, kriegen wir das irgendwie hin, dieses Minecut da weg zu schwimmen? Nach da hinten. Ja, das geht. Oh! Hä, ich kriege den sogar komplett gefixt. Oh mein Gott. Ich kriege den sogar komplett gefixt. Eigentlich wäre es schon fast mein Ziel gewesen, den hier gerade hoch reinfahren zu lassen oder so. Aber, äh, ich würde nicht schnell rechtzeitig hochkommen, um dann zu stoppen, ne? Meint ihr, wir können das Ding hier hochfahren lassen? So, wir müssen probieren, den da hochfahren zu lassen. Oh nein. Nein. Ich habe den jetzt komplett entkoppelt mit Wasser und wir könnten den eigentlich da hochfahren lassen. Also, jetzt ist halt wirklich nichts mehr im Weg. Die Stangen sind halt alle da, der müsste halt richtig gedings werden eigentlich. Ja, ansonsten wird es ein bisschen schwieriger, aber den hier reinzufahren. Da muss ich mal gucken. Den müssen wir ein bisschen nach hinten schieben eigentlich. Geht aber nicht. Kann ich nicht nach hinten ziehen. Ja, ich muss an die Assembler denken, das ist klar. Der würde sich jetzt halt, der zieht sich halt hier jetzt so in die Länge. Ansonsten. Ja, Scannen kann ich erst, wenn er eine Blockform ist. Die Frage ist, ob wir den einfach da hochfahren können. Sollten wir sowas machen, wie den hier hochfahren, um dann anzuhalten einfach. Dann müssen wir aber das etwas anders, glaube ich, machen, oder? Ja, nee, kannst du wieder vergessen von dem Höhenunterschied hier. Wie kann ich den am besten ich könnte das entkoppeln gleich? Warte mal ganz kurz. Ich schiebe den mal gerade hin. Ich schiebe den in die richtige Blickrichtung. Dann bleibt das gleich eine Entity und das entkoppel ich. Dann steht er in Nord-Süd-Richtung. Ich sammle den mit dem Assembler komplett ein. Das ist mein Plan jetzt. Hallo? Oh, ich hasse das auf Server. Ich hasse das. Ich sammle ihn einfach ein mit dem Assembler. Kein Risiko mehr. Dann machen wir es einfach jetzt einmal richtig. Ende Gelände. So, jetzt kommt die Ranch zum Einsatz und ich hoffe, wenn mein Plan funktioniert, ist das ganz geil. es hat funktioniert. Dann haben wir jetzt den fertig. Dann haben wir jetzt den fertig. Jetzt brauche ich die Assembler. Aber weißt du, was dafür crafte ich mir neu? Oder habe ich noch welche übrig? Einen habe ich noch. Ich brauche aber mehr. Mann, was ist das denn mit diesem ganzen Grünzeug die ganze Zeit? Müllt alles voll und die Erde brauche ich aber gerade auch nicht mehr. Ich brauche neue Minecraft Assembler aus Andeside Alloy, Redstone und Holz. Andeside Alloy, Redstone und Holz. Warte aber mal sieben Stück. Warum sieben? Weil ich schon einen hatte irgendwo. Da war der letzte. PKX hat er auch wieder eingesammelt. Redstone raus, das raus, mit Assembler mit und wo ist das an der Minecart? Das liegt nach unten. Okay. Habe ich denn eingesammelt jetzt, das Minecart? Wo ist denn das Minecart hin? Hinten liegt eins noch. Komm schon. Ich habe es eingesammelt. Sehr schön. Und jetzt machen wir folgendes. jetzt machen wir Rails hin. Das andere liegt auch noch hier. So, in der Art, dann mache ich hier unten einen, Leute, wir sind so kurz vor dem Durchbruch, Schalter dran. Dann kommt jetzt hier gleich einen Minecart rein. Get ready. Und damit habe ich den ersten Zug eingesammelt. Als Ganzes. Wir haben den ersten Zug. Jetzt brauchen wir den nächsten. Und also das muss ich natürlich merken, das ist der erste Zug, der kommt nach hier. Der ist aber gar nicht der Zug. Dann schiebe ich das Ding jetzt gerade. Warum zum Geier auch das nicht richtig funktioniert. Wir müssen überall an der Strecke, wo es irgendeine Richtung, Endrichtungsänderung gibt, bergauf, bergab, um eine Kurve oder ähnliches. Wir müssen gucken, wie wir das machen. Und ich glaube auch, wir müssen größere Kurven machen, nicht so enger. Also noch größere, als wir eigentlich schon haben. Haut das irgendwie grob hin? Eventuell. So, Nord-Süd-Achse. Sollte glaube ich relativ gut gegeben sein, aber ich würde sie jetzt aber nochmal so weiterschieben. Wir brauchen näher einfach kommt das ungefähr hin. Ungefähr haben wir jetzt die Nord-Süd-Achse. Get ready Leute, ey, machen das. So, dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Dann machen wir jetzt hier wieder eine Rail hin. Ein ganz Kleber. Obwohl der, egal, das müsste funktionieren. Ja, der war genau, der war ungenutzt. Dann einmal das Ding. Minecraft rein. Dann brauche ich hier das plus den Hebel. Dann habe ich den nächsten Zug eingesammelt. was habe ich euch vorhin gesagt? Ich habe euch gesagt, Leute, ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir das nicht hinkriegen. Ihr glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass wir das nicht schaffen. wer von euch hat aufgegeben? Einzel-Chat. Da sind ziemlich viele Einzelne im Chat. Soll ich euch mal was verraten? Genau dieses nicht aufgeben, also war der Schlüssel zum Erfolg im Leben. Kann man jetzt ein bisschen hart von Minecraft übertragen, aber boom. Slittern wir hier runter. Deswegen kann ich auch einsammeln. Dann machen wir wieder einen Assembler drauf. Das ist kein Zitat von Naruto, das ist halt einfach eine Feststellung auch von mir. So, wieder was gelernt heute, ne? Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der ganze Zug ist weg. Wir haben haben komplett eingesammelt. Also, was lernen wir daraus? Ähm, wir müssen die Strecken größer bauen. Größer. Viel, viel, viel größer. Ich würde locker hier noch mal ein, zwei Chunks oder so nach oben machen. Hauptsache, dass die Kiste richtig fährt. Ich würde die Höhen viel, viel weniger oder viel, viel, nicht so steil machen, viel, viel sanfter ansteigen lassen. Also, entweder es geht hoch oder um die Kurve und zwar für den ganzen Zug, aber nicht beides. Und das macht uns ja schon mal arge Probleme hier. Ähm, Folgentitel würde ich sagen, Spark crash den Zug und dann natürlich auch so entsprechende Thumbnail dazu. Gut, ich habe ja natürlich das Schienensystem jetzt komplett zerstört. Von oben gesehen. Was seht, ich würde dann jetzt auch mal hier die ganze Zeit. Ich muss es mit Erde auffüllen. Erstmal Terraform das Gelände machen, bevor ich die Schienenstrecke neu mache. Die Züge funktionieren, die sitzen natürlich alle. Hä, ich weiß gar nicht, wieso ihr denn an mir gezweifelt? Hä? Wieso habt ihr an mir gezweifelt? Niemals. Als ob wir das nicht hinkriegen. Verstehe ich nicht. Das ist unverständlich. So, also erster Waggon, zweiter Waggon, dritter Waggon. Kann ich jederzeit wieder hinsetzen, alles gut. Muss mal ein bisschen essen oder noch. Das ist Zug auf dem Wall fahren, haben es einen Tönig. Ja, müssen wir mal gucken. Weil müssen wir mal schauen, das sieht auch gegebenenfalls nicht so schön aus. müssen das irgendwie hinkriegen. Kann ich dir nochmal packe ich da rein und das kann ich jetzt als ganzen Stack nehmen. Wir brauchen wirklich nicht Raketen nutzen, um hier so die Strecke zu fliegen. Ich fliege ja schon von alleine gefühlt hier einfach. So, dann brauchen wir nochmal ein bisschen Inventarplatz. Inventarplatz, das raus, das raus. Dann kann ich wieder in die Enderkiste die Schaufel zurückpacken, brauchen wir eigentlich nicht. So, damit hat sich auch das mit den Raketen erledigt. Braucht erstmal auch keine Wrench mehr. Hab ich eigentlich hier Überschuss? Stuff? Ja, zu viel Zeug hier drin. Zu viel Zeug hier drin. Das ist die Tresine. muss mal genau bedenken, was ich wo reinlege, weil ansonsten habe ich ein Problem. So, jetzt alles, was keine Miete zahlt, war wieder raus. Auch die Minecarts, auch das Redstone. Jetzt kann ich mal alles, was ich in Erde habe. Herbe damit. Erde, 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 alles an Erde. Das nutzen wir jetzt, um aufzubauen. Vollgas. Leons, 200 Bits, vielen Dank. Kraytsu wird durch Wasser und zwar gerettet und gerettet, repariert, ja. Alles fein. Ne, ich muss jetzt einfach noch die Wagen Stück für Stück oben reinsetzen, alles fertig. Also ich wäre sofort wieder einsatzbereit eigentlich. Aber, bevor wir das machen, Streckenplanung auffüllen und alles mögliche, was hier zu tun hat. Das Gelände ist nicht geeignet hierfür, einfach. Das Gelände ist aber nicht geeignet. Tobmasin hat gerestubt zwölf Monate das Jahresvoll. Vielen Dank. So, die WT10 bis Jeff, hörte ich dich 200 Bits? Ja, echt übelste Probleme. Cooper, Minecraft und gerestubt 16 Monate für die Rente. Ist gebongt. Danke. Gönne ich mir mit genau 87 ein Eis. So, Moment. Dann machen wir hier wieder zu. Die ganzen Blumen müssen weg. Sand mache ich zu. Ja, ich wollte hier auch nicht schlampen. Ich wollte das einfach richtig schön aufschütten auch. Hier muss ich auch mal gucken. Also, das wird bestimmt auch noch aufgefüllt. Ey, dass das so ein Problem macht mit den Höhenunterschieden. Das ist unfassbar. Es tut mir leid, ich muss ein bisschen Stuff fällen. Das ist halt einfach nicht. Auch hier, das mit den Höhenunterschieden, das ist zu steil. Es ist zu steil. Ich muss gleich mit Scaffordings hier wieder bauen. Aber eins nach dem anderen füllen erstmal hier auf. Das war ein Fail. Aber ich glaube, ich muss sowieso noch eins hochgehen hier. Komplette Erde auffüllen. Ich muss ganz, 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 ganz dringend das komplette Terrain hier auffüllen. Gibt's doch nicht. Wie viel man auch roden muss immer zwischendrin. Okay, ich hab mal ganz gut übrig. Dann hier vorne. Was ist denn, wenn wir den Zug ein bisschen früher abfeilen lassen? Aber ganz ehrlich, diese Höhe würde ich auch nicht so ultra arg anheben. Also da, wo ich gerade laufe, das kann ruhig hier so flach bleiben. Jetzt müssen wir es noch irgendwie angleichen können. Irgendwie angleichen. Okay, dann zockt ein Resub 18 Monate. Danke. Moin, wie geht's? Und du schaust alles mit den Zügen? Wünsch dir einen schönen Abend. wenn du es gerade mitbekommen hast, aber es war ein Desaster. Creative Minds Official hat noch gereasht ab. Danke, auch in LX ebenfalls. Fünf Monats. Danke. Ja, ähm, wir müssen das Schienensystem ein bisschen überarbeiten. Aber das geht so nicht. Das ist not acceptable. will. Also auf jeden Fall hier müssen wir noch ein bisschen anheben. So, das hier hinten nehmen wir auch nochmal an. Aber auch, damit es auch gut aussieht am Ende. Not Ersatz an der Bits. Es reicht auch ein Bahndamm. Da muss nicht die ganze Fläche auch. Ja, aber der sieht nicht so schön aus. Das ist das Problem. Und ist auch noch ein bisschen schwieriger als einfach oder aufwendiger als einfach das zu integrieren. Wir können auch nicht zu arg zum 3 life übergreifen alles um so möglichst passend zu machen. Ich hätte keinen Bahndamm hier gemacht, dass der entsprechend hoch ist, weil an gewissen Stellen ist das Ding halt einfach dann 5 Meter hoch. Das ist ein Problem. Die Minecraft-Welt ist einfach nicht dafür geeignet, so langen Zug fahren zu lassen. Und ich bin auch gerade wirklich am Überlegen, ob ich wirklich noch eine Zugmaschine vorknallen soll. Also Entweder um Kurve oder um Höhen hoch. Kannst wieder so eine ganz lange Schiene machst, wo der Zug drauf fassen, haben wir komplett ein oder mehrere Blöcke hoch und runter verlassen mit Red Son quasi wie ein Aufzug. Schleuse mit Schiffen Ohren Ja nee Das machen wir nicht. Dann von Hawk Try Gaming 200 Bits Also für mich sah es aus, als dass man die Kurve müsste und hoch wie du aber du sagst das war wohl das Problem Dann kann man eine Rosenquanz machen wenn ja könnt du eine bauen wegen der Schienen gut dass wir müssen ja ich weiß nicht ob das 100%ig funktioniert aber das hat auch erstmal keine Priorität ich Höhenunterschiede und Kurven das ist problematisch das ist sehr sehr problematisch da müssen wir ganz kurz gucken ich mach nochmal das auch hier das komplette Ding weg alles weg ich reiß das hier nochmal ab ja ich mein dass man hier so gerade reinfahren kann bergauf das ist schön und gut aber was ist denn laut was ist denn besser kurze kurze Strecken wo es steiler hochgeht es kann sein dass manchmal ein paar Sachen durchrutschen einfach und alles unter 200 Bits hat auch gar kein Alert das wird auch gar nicht eingeblendet da nur weich hier Leons 10 Bits Meister J Reel 200 Bits noch eh klar 3092 Bits jetzt habe ich den einen Train zerlegt jetzt zerlegt ihr den nächsten Train oder wie Depri 300 Bits auch nochmal vielen Dank danke danke also pass auf Regel ich muss für den Schienenbau folgende Regeln festlegen wenn wir bergauf fahren brauchen wir immer die Controller Rails wenn pass auf wenn der Zug bergauf oder bergab fährt also bergab glaube ich bergab ist glaube ich egal aber bergauf fährt immer Controller Rails und die Frage wie es ist mit um die Kurve fahren da müssen wir auch nochmal gucken du hast das größte disaster verpasst also einfach ich habe den kompletten Zug fast ruiniert komplett alles was wir gebaut haben wäre fast im Eimer gewesen es wäre schon fast vorüber gewesen hier mal gucken dass wir es jetzt hier angleichen die Frage ist wie können wir das gut machen also zunächst mal wir müssen eine größere Kurve machen für den Zug die Kurve ist zu klein wir müssen ich habe ich habe schon in großen Maßstäben gedacht aber es hat nicht ausgereicht das ist zu klein er muss in einer größeren Kurve fahren es geht nicht der entgleist und was glaubt ihr was abgewinnt ist und wenn wir vier Waggons sind also Leute mehr als vier Waggons machen wir nicht zock zocki tv matthias wrig debat huch deko 100 bits vielen dank deutschland 22 bits dr will mal 300 bits spark bewirbt dich bei die brauchen gute ingenieure nein ich bin lieber minecrafter ähm anja das gut muss ich auch nochmal irgendwie mal auffüllen ich mach hier nochmal die alles was im Boden ankommt ist weg und die straßen kobra böses eklat schlangen sind toll die straßen kobra wirft 10 1000 bits hier rein und das ding ist fast auf level 5 die straßen kobra nochmals vielen lieben dank für den support eh klar i'm sorry irgendwie rip jetzt melden die war auch rip und direkt ist die strafe gefolgt die straßen kobra ist nächster bits boss fiesta 200 bits aragon 200 bits okay also die laune hebt sich langsam wieder an wir haben die geschichte rumgekriegt und lessons learned wir müssen das schienennetz besser bauen ansonsten gibt es nämlich crash also wir lernen ja und das heißt fürs nächste mal wissen wir wie wir besser mit schien dass wir die schienennetze viel großläufiger bauen müssen es geht nicht anders schienennetze großläufig bauen check und ich habe keine erde mehr wir haben einfach keine erde mehr laun sieht man weil es richtig er mag er du willst nicht wissen was es für eine fiesta war ich habe den kompletten zug drei wagons ich habe neun waggon gebaut auch noch den ressourcen waggon ich habe den kompletten zug gecrashed und der hat sich ineinander verhakt also die wagons haben sich ineinander reingesteckt abgebaut hätten sich die blöcke überschrieben und gegenseitig zerstört und der komplette Zug wäre vernichtet alles wo ich die letzten drei tage streams weiß ich zehn stunden oder noch länger dran gesessen wäre vernichtet worden aber wir konnten es noch fixen es hat noch ein bisschen gedauert aber das ergebnis spricht für sich wir haben es hingekriegt und wie gesagt lessons learned wir müssen gucken wie wir das hier mit den Dinger machen ja so und wir kommen halt einfach nicht drum rum wir müssen ein cleveres Zugsystem machen ich brauche noch was scaffoldings vielleicht damit ich auch hier wieder ein bisschen was im Erde bauen kann dann ich darf nicht so viele Raketen mal verschwenden jetzt Alex danke dir für den Resub zehn Monate zu den 100 Bits 200 Bits Fiesta ne halt vor 200 Bits halt schon so die 10 nochmal Paleko 100 vielen Dank dann pass mal auf also das hier oben muss ein bisschen größer noch gehen in etwa wir müssen es aber ich muss nicht übertreiben ich kann auch ich kann auch ein bisschen mit der Hand bauen hier und anpassen das ist ja noch besser so ich mache jetzt mal das finale Terrain angleichen von dem Ausgang hier oben so in der Art und wir müssen alles mit dem Controller jetzt machen wir brauchen ganz viel Rosenquarz das werden wir dann auch nochmal herstellen auf Dauer so dann geht es hier runter mache ich noch mit der Hand so ein bisschen dann mal ein bisschen aufschütten weil ich kann das mit dem Tool nicht so schön machen also ein bisschen grobschlechtiger für grobe Sachen manchmal Deutschland noch mal 222 wird es danke und Hawk Track Gaming noch mal 200 die Kurvengröße war glaube ich weniger das Problem eher dass er hoch musste ich glaube dass er kurvig war nee pass auf es gibt einen Bug bei den Minecarts wenn die gekappelt sind dass die in beide Richtungen dann gleichzeitig fahren wollen wenn sie bergauf fahren und ich vermute mal wir müssen okay pass auf eine Regel ich muss Controller Rails nehmen damit der auch wirklich immer fährt in eine Richtung die müssen immer wenn es bergauf geht da sein wenn es um die Kurve geht ist es nicht so schlimm das schafft der Zug auch so aber dann darf es nur um die Kurve gehen und die Frage ist ich muss bestimmt einen Zuglänge Abstand halten oder zumindest einen Teil davon bevor ich dann aus einer Diagonale hochgehen kann irgendwie sowas ja kriegen wir hin fürs nächste Mal ich werde was überlegen also normalerweise geht es ja auch hier hoch 1 2 3 4 5 6 Blöcke dann geht es runter dann 1 2 3 5 6 Blöcke dann geht es runter irgendwie sowas aber die Frage ist wie ich überhaupt die Schienen bauen dass das hier gut aussieht ich weiß noch gar nicht wie optisch überhaupt Schienen bauen kann die so bergauf gehen also die sollen ja auch noch mal schienen irgendwann eines Tages ist nicht nur hier die die Cobblestone Teile ja wir gucken mal hier drüben gleich auch nochmal an hey Leute Dasek 500 Bits Palekko 1000 Bits Deko 200 Bits Dr. Wilma 300 Bits so die 2 Bits und Level 4 lief noch durch Level 4 Remotes Leute danke an alle wieder ja jetzt haben wir den Train eingesammelt dann lief halt eben nochmal der Twitch Hype Train drauf aber wir haben es auch geschafft so muss das sein wir kriegen alles gefixt wenn wir es nur wollen zumindest die Hoffnung so und hier müssen wir auch nochmal schauen was für ein Verzweifler stream heute schon wieder ja wir müssen jetzt hier hingehen und ganz dringend die Strecke hier drüben anheben also hier heben wir das an an anderer Stelle machen wir es runter der Zug muss ja immer hier runter fahren und warte mal oh nein nein der Zug muss ja hier runter fahren und hoch fahren aber wenn ich die Power Drills in eine Richtung nach oben fahren lassen will dann kann er nicht mehr runter fahren das ist ein Problem die Minecarts wenn die gekappelten Berge auffahren fangen die an zu backen also wenn der Zug jetzt hier hoch fahren würde dann mit Power Drills das geht aber ohne Power Drills kann er nicht runter normale Power ja aber das Problem ist normale Power geben ja nur Speed die gehen wir nicht die Richtung an das ist ein Problem Paleko 1000 Blitz nochmal immer wieder gerne bist du ein cooler Streamer Paleko vielen lieben Dank an dich danke danke für den Support super super lieb boah wie machen wir das denn wir kriegen ein Problem wir kriegen ein kleines bisschen Trouble Trouble in Mineville wer kennt's noch also zunächst mal die Strecke muss der halt ja dann wird das halt eben doch ein bisschen Bahndammig werden geht nicht anders dann haben wir hier erstmal einen Bahndamm oder nee das ist ja eigentlich egal wir kommen ja um das Problem nicht drum rum dass der irgendwann mal in beide Richtungen weg auffahren muss oder da kommen wir nicht drum rum der muss ja sowieso immer in beide Richtungen fahren egal ob ich das hier vorne baue oder weiter hinten aber was auf der fährt aber auch eine Schleife was ist denn wenn wir hier einen Bahndamm erstmal haben oder hier geht's erstmal geradeaus weiter und dann dahinter wo der Bahndamm endet fährt er dann die Schleife und kommt wieder hoch und dann fährt er die Strecke die beidseitig benutzt wird immer auf der Höhe oben ja das geht weil ich auch noch ein Zappgift an Ruckenbock danke auch Dekro sechs Emeralds damit die Emeraldkas nicht verstaubt ach passt schon das kommt das kommt danke Dekro vielen lieben Dank Zapps und Bitsen momentan sehr beliebt hat ein bisschen geswitcht ich glaube weil das direkt über Twitch geht ist das eingenehmer als Donations Donations geht halt über einen separaten Dienstleister was halt nicht in Twitch eingebettet ist und deswegen ist das glaube ich ja das wäre eine Option hier müssen wir praktisch nicht nur praktisch sondern auch theoretisch beides auf einmal hier müssen wir wirklich den geradeaus fahren lassen auf dem Bahndamm und vom Bahndamm müsste der Zug dann eigentlich wieder hier unten drauf fahren aber ich glaube das kann ich kann ich jetzt mal stoppen für den Anfang reicht es ganz ehrlich für den Anfang reicht es wenn er hier im Kreis fährt aber das bringt nichts ich muss ja trotzdem den ab und zu mal Berg auffallen lassen oder so Journey Map ich fand auch die Kurve hier unten war vielleicht ein bisschen eng dass das alles ein bisschen weitläufiger ist das wäre nicht verkehrt das geht locker noch zwei Chunks hoch hier fährt er dann rein hier fährt er wieder zurück oder 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 nee warte mal ganz kurz wir werden eins zwei drei vier fünf sechs normale Schienen eins zwei drei sechs normale Schienen geht es wieder runter eine hiervon und dann wird es hier wieder am normalen weitergehen wahrscheinlich das mit dem Bahndamm ist jetzt eine Sache es wäre auch vollkommen okay wenn der Zug jetzt einfach hier anfangen würde und seine Schlaufe fährt also hier fährt er einfach dann eine Runde aber warte mal das ist doch egal ja das wäre egal der Zug fängt dann hier oben einfach an seine Runde zu fahren tja Leute alles nicht so einfach keine Sorge wir kriegen das hin und deswegen ist diese Planung so ich stelle mir vor die Fabriken und die Gebäude wären alle schon da gewesen und ich hätte das irgendwie da rein dazwischen gewitschen müssen ach du Alter Nordhäuser 200 Witz du brauchst ein Detektorail mit Kondensator in Nullberg aufstrecke bepowert ja aber wenn das nicht bepowert ist die Richtungsrails geben auch die Richtung an und Powerwinders wenn die nicht bepowert sind können die Züge entgegenfahren wenn sie nicht bepowert sind das muss ich gerade mal testen dann Strich vielen Dank für die 200 lass nicht die Crate mit Pistons verschieben ich glaube ja aber das mit dem Kondensator ist besser ich dachte dass auch wenn die nicht gepowert sind wenn die gepowert sind geben die Speed aber die geben immer die Richtung an pass auf das muss ich gerade mal testen und zwar hier vorne können wir den oder wird der gerade betanken ne wieder nicht den lassen wir einfach gerade mal ein Rötchen fahren und ich mache jetzt mal folgendes das sind halt einfach ungepowerte Rails da fährt der einfach knall da drüber was ist denn wenn ich äh entgegengesetzt jetzt hier nicht gepowerte Richtungsschienen mache fährt der da drüber weil wenn ja wäre das gut dann hat sich das Problem gelöst soeben ich dachte dass die Richtungen beibehalten aber nur wenn sie gepowert sind und ja nein siehste das habe ich dir gesagt die sind nicht gepowert trotzdem kann der Zug da nicht drüber fahren weil das ist das Hauptminecard sozusagen und die Richtung wird hier weiter angegeben das heißt ein Kondensator mit Dings bringt nichts das habe ich mir schon gedacht die bleiben auch an ungepowerten Richtungsschienen hängen kann ich hier nicht schon wieder und jetzt fährt die Kiste falsch rum aber keine Sorge vorne dreht sich jetzt gleich wieder richtig ja die normalen Power Drills ja das ist ja schön und gut aber die normalen Power Drills lösen doch das Problem mit der Richtung nicht wenn die gekappelten Minecarts Anfälle kriegen und vor und zurück fahren die Geschwindigkeit ist doch egal da geht es nicht um die Geschwindigkeit dass es den Berg nicht hoch schafft den Berg schafft dass es hoch dass ich das Furnace Minecart so will ich brauche gar keine Power Drills dafür aber weil es den Bug ist zwischen diesen Couplings dass das hin und her buckt und deswegen wieder runter fährt das ist das Problem jetzt dann müsst mal die Richtungsrails und Pistons austauschen also auch irgendwie ne da gibt es eine andere Lösung da kriegen wir eine andere Lösung hin dann ein Eselbeer das liest vielen Dank für die 10 Emirates guten Tag guten Abend du hast die Ehre freut mich vielen lieben Dank und ich lese den Namen immer vor eigentlich danke dir Deutschland 2 1 es gibt drei verschiedene Möglichkeiten Bahndamen zweigleisig fahren oder Ausweichstellen wo du die Beschleunigungsrayline baust ja ne zweigleisig das soll warte mal ganz kurz wait 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 wir können also eine Parallelschiene sozusagen machen eine mit Powered eine ohne Powered wenn der Zug runterfährt geht er aber wie gesagt wir haben ja hier oben schon das Teil wenn der von dieser Richtung kommt fährt er ohne die gepowerten runter wenn er von unten kommt fährt er mit den gepowerten hoch das heißt wir haben da vorne eine Detektor Rail die schaltet sich die Weiche um dass die ungepowerten nach unten fahren sollen unten wird es wieder zusammen gemerged und wenn der Zug über die zweite Detektor Rail fährt dann wird das wieder umgestellt dass er standardmäßig geradeaus einfach nur hochfahren muss das würde auch gehen oder aber halt ich trenne das ich mache einen kleinen Bahndamm der geht nach hier vorne hier knickt es dann rechts ab für die Runde die Schleife und der Zug der von links kommt muss ja nur mit Powered hochfahren wieder auf den Bahndamm drauf und dann ist er auf derselben Höhe und kann einfach geradeaus durchfahren das war meine Lösung Frage ist halt wie smooth das dann ist und die andere Sache ist vom Bahndamm aus müssen wir ja noch den Zug dann abführen in die Halle da rein für den Fall des Falles warte jetzt mal ganz kurz ist das eigentlich wenn wir dann hier so abführen das halt standardmäßig kann man das mit einem Hebel ja genau und wenn der Zug jetzt so fährt wird er immer gerade aus eiern ja das ist ein Ding aber da muss ich ja auch jedes Mal wieder die Weiche umstellen wenn er von vorne kommt das jedes Mal das ist auch so nervig was ist denn wenn ich den Zug nicht auf den Bahndamm aufführe sondern auf die Schleife kurz bevor er zurück kommt da muss ich nämlich jedes Mal wenn Zugverkehr kommt von vorne hier immer die Weiche umschalten auch wenn ich das doch nur voll selten nutze den da rausfahren zu lassen ja geht nochmal unnötig dann lass ihn noch einfach vorher auf die auf die Schleife wieder auffahren so zurück also Bahn dann irgendwie so bis wir haben ein gutes Stückchen halt ne warte mal ganz kurz wie machen wir das am besten ich hab ne Idee Was ist denn heute schon wieder los mit den Bits? Einfach. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal ein Lucky. Davor die Straßenlubber und alle. Das Battle ist einfach immer on fire. Danke. Ich muss einfach nur so ein kleines bisschen in den Kopf haben. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Eine Lösung, eine Lösung. Die tut gut. Und zwar, das kann hier alles weg. Ich habe eine Lösung. Wenn man es also mal nur ein bisschen schneller bauen könnte, wäre das auch schön. Hat ein bisschen was auch mit Terraforming zu tun, aber das kriegen wir hin. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Aber ich habe gesagt, dass wir es hinkriegen. Gleich habe ich keine Steine mehr, wetten. Ja, ich habe gleich keine Steine mehr. Gehe mir ein Kobbelstern aus, den ich sonst zu viel habe. Wir machen die Strecke so, dass die einfach auf dem Bahndamm abgeht. Ich werde das alles hier auffüllen, wo ich gerade noch draufstehe. Das ist kein Problem. Ja. Dann muss der nicht bergauf fahren, wenn der in die Halle reinfährt. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier hochgehen. Kado hat die ihren Sapp noch. Vielen Dank. Oh, ich kann Erde mehr. Ja, ne, also Blöcke kommen dann noch Stück für Stück. So sporadisch. Achso, wo ich gerade dabei bin. Ich habe ja auch Scaffordings mitgenommen. Nein, Scaffordings, nicht Schienen. Dann können wir nämlich auch hier ein bisschen Erde uns farmen. Scaffordings bauen wir da ab. Das machen wir flach. Vorne können wir gleich auffüllen, aber ich muss noch ein bisschen mehr gleich holen. Hold on. Sehr gut. Das war ein bisschen rumgepackt. So, dann die Hebel wieder raus. Dann werde ich da vorne ein bisschen Erde abfarmen von dem Hügel. Weil der Zug, der muss hier vorne vorbei. Und das ist ein bisschen zu hoch noch. Hier, der Erdhaufen, der muss weg. Den kriegen wir jetzt auch weg. Das hat sich erledigt. Dann nehme ich mir mal die Erde hier wieder mit. Und die verfrachten wir nach da drüben. Dann nehme ich von dem Berg hier was weg, fülle den anderen auf und dann haben wir es einheitlich. So sollte das sein. Ich kaufe dir auch nochmal ein Subgift. Auch das erste Subgift von dir. Vielen Dank an Resix. Gau hat die auch nochmal. Grüße und vielen, vielen Dank. Super lieb. Ja, da war noch irgendwo weitere Stacks Erde drin, aber trotzdem. Ich mache immer wieder neue. Stichwort Nachhaltigkeit. Ich brauche sowieso mehr. Noch viel mehr. Mit den Stacks kann ich mir auch nichts kaufen. Mit der Hand voll wird das nichts. So, da waren noch welche. Ja, und jetzt hier nochmal. So. Dann kommen da noch die Schienen hin. Das ist einfach wieder eine Arbeit. Und dann noch die Lokomotive. Dann ist der Zug, also zweigliedrig hat funktioniert. Drei Waggons war eine Katastrophe. Was glaubt ihr, was das mit vier Waggons erst wird? Das wird eine absolute Katastrophe. Da wird da nichts mehr zu retten sein. Also wir müssen auch gleich die Wagen noch einscannen. Das machen wir auch noch. Schematik kennen, dass wir die Züge jederzeit, äh, sie von alleine wieder aufbauen könnten. Dass wir die Vorlage haben. Ah, ich mach mal mit Erde wieder zu. Also Buttons vielleicht, aber man muss nur die richtige einspeichern. Dann kannst du immer nach unten graben. Du playst sogar die Buttons. Und playst neue. Musst die richtig einspeichern. Mit Buttons. Okay. Und wie sollen die geplaced werden dann? Mit den Buttons. Oder warum funktionieren Buttons gut? Ich nutze halt Scaffoldings. Also, dass die, äh, die ploppen dann ab wieder, ne? Also mit Fackeln würde es ja genau gehen. Genauso gehen, aber. Haben wir da Buttons auf dem Boden? Ich probiere mal gerade. So. Und jetzt kann ich dann, ähm, ja gut. Und wie kann ich jetzt wieder einsammeln, theoretisch? Ich will ja gar nicht tiefer gehen jetzt. Das war's ja schon. Ja, guck mal, die Buttons, die kann ich jetzt nicht richtig einsammeln. Deswegen nehme ich ja Scaffoldings. Zum Graben ist ja, ja, zum Graben ist schön und gut. Aber ich will ja nicht graben. Das hat jetzt nicht geholfen. Also jetzt muss ich die langsam abbauen. Mit Scaffoldings geht das viel schneller. Mit Wasser. Ja, aber da haben wir es auch. Ich bin mit Fackeln. Scaffoldings sind viel besser. Viel, viel besser. Nee, nee, nee. Scaffoldings. Das Problem ist mit Wassereimern, wenn ich das hier platziere, dann fließt das zur Seite runter, schwimmt da Sachen weg und so. Das ist nicht gut. Aber ganz gut, kann ich nicht einfach, äh, Buttons jetzt mit Scaffoldings replacen. Nee, jetzt, ich kann dich nicht replacen, weil ich die ganze Zeit anklicke. Nee, ne, 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 ne. Ne, ne, button sind nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Jetzt heißt es, wir haben abbauen. Oh, das ist Fristzeit. Hawkdra Gaming nochmal. Vielen Dank für die 100 Blitz. Mit 4 Wagen gibt es eine Apokopelips? Ich kann nicht richtig reden. Mit 4 Wagen wird es eine Apokalypse. Richtig. Das wird eine absolute Katastrophe. Ja, also wenn man weitläufig genug hat, die Schienensteuerung, wenn man alles richtig bedenkt, dann müsste es gehen. So, und das halt jetzt. Also ich finde, das wäre voll nichts besser. Next. Ja, das reicht doch erstmal eigentlich. So, alles wieder eingesammelt. Hier habe ich dann erstmal Platz. Da haben wir in Replace Mode, wieder den Place Mode gebastelt. So, und gleich ist wieder alle. Genau jetzt. Aber so kommt das dann halt. Also falls jemand Erde loswerden will, muss ich einfach bei mir melden. Ich brauche die Massen. Irgendwann werde ich noch Flockes Space überbauen. Oh nein, sie ist zum Glück weit genug weg da hinten. Okay, nächster Schritt. Wieder einen Button eingesammelt. Nächster Step. Das Ding fährt hier raus. Und hier vorne. Ah, warte mal. Ich muss neue Steine holen. Oh, fix neue Steine. Das ist nur im Kino. Spark und die Zug-Abbuker-Blipse. Ja, so in der Art etwa. Ganz grob in die Richtung könnte es gehen. Der Train-Killer. Irgendwie sowas. Kannst du suchen, was macht's mal gerade? Alles kaputt mache ich hier. Ach, dann geht's jetzt hier lang. Nein, das war doch schon wieder falsch. Warte, jetzt kommt der schon wieder durcheinander. Das war doch... Das ist doch... Warte mal, das ist doch wieder Müll. Das ist doch einfach schon wieder Müll. Hier ist jetzt... Moment, die Mitte vom 1, 2, 3, 4. Hier ist jetzt die Mitte vom Chunk. Okay. So. Machen wir das nämlich. Müssen wir für eine Weiche stellen? Ja, müssen wir. Der Zug muss... ...sich halt hier splitten, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das machen wir weg. Und zwar genauso splitten, wie wir es unten hatten. Also hier. Genau dasselbe wird hier oben auch passieren. Und dort wird eine Weiche sein, die den Zug einerseits nach rechts fahren lässt. Oder nach links verlässt, beziehungsweise von links zurückkommen lässt. Boom. Kann ich das da runter mal weg machen eigentlich? Ich glaube, dass das in diesem Jahr dann beim Manterflug zum Mars stattfinden wird. Ja. Wobei ich nicht unbedingt sicher bin, ob das eine Glaubensfrage ist, aber... ...denke schon, dass das gemacht wird. Gut. Hier wird aufgesplittet, genauso wie im anderen Ding. Hier haben wir dann jetzt einmal ein Ding. Und hier geht es jetzt bergauf. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber so von der Höhenunterschied, aber... ...4, 5, 6, 7... ...der Unterschied von Minecraft 8, 9 mache ich jetzt einfach mal. So, da haben wir einfach 9 Blöcke. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9... Der Zug muss halt ein bisschen geteraformed kriegen, ansonsten kannst du es vergessen. 6, 7, 8, 9... Da ist die Frage, wie hoch soll der... Also, pass auf. Der Train... ...hier ist jetzt die Splittung. Der Train fährt hier nach links, holt hier die Fabriken ab. Also, hier oben ist Basti, zockt. Da ist Flocke. Der fährt halt einmal eine Tour. Und hier oben sind wahrscheinlich auch noch Sachen, die werden gebaut oder so. Irgendwo hier in dem Bereich. Der fährt dann einmal im Kreis. Meinetwegen hier so entlang. Einmal so rum. Und dann kommt er wieder zurück. Hier vorbei. Wahrscheinlich bei Flocke fährt er vorbei. Und dann kommt er meinetwegen auch hier bei Sparky an der AG vorbei. Wenn man sich da irgendwas hin macht, so. Und fährt dann hier drauf. Der kommt also von dieser Richtung. Und das Ding hier reißen wir wieder komplett ab. Das kann weg. Wofür müsste ich eigentlich wieder, wenn ich... Nein, ich habe noch Erde dabei. Zumachen. So, und das reißen wir auch wieder ab. Und groß muss das halt nicht sein. Gut. Dann sind wir jetzt hier gleich. An der Seite. Irgendwie sowas. Und hier muss ich schon tiefer legen. Und das Ding muss schon früher tiefer gelegt werden. Oh Mann, einfach. Die immer diese Infrastruktur bauen. Geht aber nicht anders. Den bauen wir ab. Hier geht es halt jetzt lang. Lassen wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geht sich gnadenlos durch. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und jetzt passt das auch schon eigentlich. Gut. Und hier vorne kommt eine Weiche hin. Und ja, ich muss das von dieser Seite aus machen, weil ansonsten schlecht. Warte mal ganz kurz. Kann ich das, kann ich das nicht? Geht das nicht parallel? Wenn wir jetzt hier eine Schiene haben. Hier ist dann auch eine Schiene. Da ist rausgenommen. Also von hier. Ja, dass sie sich... Ne? Ja, muss halt doch schon nach hier hin so. Ja, so, okay. Ja, ja. Und das Teil muss jetzt auch nie gestellt werden. Das funktioniert einfach. Das ist schon die richtige Richtung. Ich würde sagen, an kritischen Stellen können wir das ja so machen, dass wir auch hier dann Powered Rails einfach haben. Also die Controller Rails, dass hier eine ist, die zeigt nach vorne und hier eine ist, die zeigt nach vorne. Das heißt, wenn ihr einfach hier drüber rutscht, dass genau in dem Moment das weiter nach vorne grätscht. Oder kann das Sinn machen, dass wir hier überall Controller hin machen. Also auch die, die so zur Seite geht, die fährt auf die Controller drauf und die Controller prügelt das einfach geradeaus weiter durch. Würde das funktionieren, dass das Minecart von dem Zug, das Furnace Minecart, von dieser ungepowerten Rail nach hier drüben hin rutscht, auf irgendwie drei gepowert, die einfach gerade nach vorne zeigen. Und das ist dann so ein... Geht das? Also ob es so minimal entgleist, in Anführungszeichen. Ich weiß noch, ob das gut ist. Naja. So, und hier vorne würde ich sagen, immer einfach drei Rails. Eine davor, eine in der Mitte, eine oben drauf. Dann wieder normale Schienen, davor Mitte oben drauf, davor Mitte oben drauf. Und wenn das an Block hoch geht, brauche ich drei von den Rails. So, und hier vorne ist halt wieder der Klassiker dann. Müssen wir erstmal gucken. Fürs Erste sieht er so aus. Hier wird auch eine Weiche kommen einfach, die immer gestellt wird. Wenn der Zug ankommt, wird die so gestellt, dass er wieder zurückfallen kann. Wenn er von hier kommt, wird sie sich einmal nach rechts drehen für eine Weile. Und dann schaltet sie wieder um. Ja, ich glaube, in die Richtung würde das funktionieren jetzt hier. Ich kann die jumpen lassen. Genau, das ist nämlich die Frage, ob wir die jumpen lassen können. So, und jetzt haben wir natürlich noch Folgendes. Ne, warte mal, das war doch schon richtig. Ich bin einfach ein Trottel. Einfach nur ein Trottel. Ich habe das ja abgebaut, aber das war richtig. Ist aber näher. Oh, das wird verdammt eng. Es wird verdammt eng. Oder aber. Also ich wollte diesen Wall nicht so groß bauen. Ich könnte aber hier folgendes jetzt machen. Dass ich die Strecke hier langfahre. Hier fährt die dann geradeaus, meinetwegen. Das wird halt nicht gehen. Ich kann das jetzt nicht nach vorne verknüpfen. Aber was ich machen kann, ist das jetzt hier. Da habe ich noch Stein, Stein. Das kann ich ja verknüpfen. Oder ist das zu doof hier. Ja, ne, ist doof. Dann geht der Zug lang. Und der fährt dann einfach hier drauf oder von hier ab. So, Leute. Ein Problem weniger. Leider Zugang am Gebäude hängen. Nö, bleibt der nicht. Ist halt jetzt eine schärfere Kurve, ne. Dann wird der hier langfahren. Und also wird hier schon ein bisschen dran schrabben. Aber das kann ich jetzt mal verzeihen. Sieht ja nicht so schön aus, aber. Ist halt unter Umständen ein Problem. Ne, warte mal. Das ist auch schon wieder zu weit hier drüben. Machen wir das da am besten. So in der Art. Wie sieht denn das aus? Wäre das schlimm, wenn der hängen bleibt oder so? Oder aber. Ach, ich muss doch ordentlich immer Chunk basiert hier vorne bauen. Das wird doch sowieso wahrscheinlich alles geladen. Ich kriege Anfälle, Leute. Wir müssen doch gar nicht darauf achten, dass das hier im Chunk drin liegt. Weil. Leute, weil. Das betrifft doch nur die Gegenden, die geforced loaded werden müssen. Außerhalb hiervon. Also das wird zwar auch vielleicht geforced loaded werden, damit das System immer läuft. Aber die können ja jetzt hier ein bisschen geklumpter, weil es eben am Bahnhof ist. Wird wahrscheinlich sowieso alles geladen. Meine Güte, ey. Ich kann doch einfach folgendes machen. So grob bis zur Mitte vielleicht gehen und das dann von hier rüber ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben Blöcke. Das wäre der achte Block. So. Und dann gehe ich jetzt einfach hier rüber. Ich kann mich auch mal nie entscheiden. Das ist immer so eine Planungssache auch. So in der Art. Bin ich hier genau an der Ecke, oder? Jetzt fährt die Kiste nach hier vorne. Bis hier. Bitteschön. Und dann haben wir das doch auch hier. Dann kommt das hier wieder weg. Dann hat sich das... A fire Chris hat auch gesagt. Vielen Dank. Chili Kili hat gesagt. Dankeschön. Und PhilippTV hat geresubbt neun Monate in Folge. Das freut mich. Kommen zurück. Und die Kurven richtig ab. Ja, nee. Das passt schon. Das sieht dann von oben auf der Minimap aus wie ein... U-Bahn-Plan. Echt diagonal, was. Dauert jetzt kurz zum Updaten. Dann schauen wir mal. Dann fahren die Züge nämlich hier drauf. Dann nach vorne wieder um die Ecke. Ich hoffe echt, dass das passt und reicht. Oder dass der Abstand auch nicht zu groß ist. Meint ihr, wir kriegen den einmal hier rum? Den Zug, dass der hier drauf fährt. Und die direkt wieder abbiegt. Weil der das geht. Dann würde er auch hier vernünftig gerade reinfahren. Und alles. Das Problem war ja eher, dass es halt bergauf ging. Der Zug nicht wusste, wo lange er hinfahren muss. So. Das ist die Sache. Wenn wir gerade mal gucken, wie wir das am besten hier machen. So machen wir das erst mal. Und wie machen wir das eigentlich später immer? Ganz ehrlich, ich glaube, später mache ich das so, dass ich das überhaupt... Können wir das überhaupt sinnvoll steuern? Ohne jedes Mal umzuschalten. Also wenn ein Zug von vorne kommt, muss es halt so geschaltet sein. Wenn er von hinten kommt, muss es in die andere Richtung geschaltet sein. Also je nachdem, wo er kommt, dass das Ding immer einmal umschaltet. Are you sure? Aber dann muss es auch manuell gesteuert werden können. Für den Fall des Falles, dass man ihn rausholen will. Oder ich... Ich mache es einfach per Hand. Das Manuelle muss es dann überschreiben können. Und ach du... Eieieiei. AGB ist schon raus. So. Dann haben wir den. Haben wir den fürs erste erst mal. Hier geht es um die Ecke. Das soll der Zug alleine schaffen. Hier vorne brauche ich jetzt gleich die Directional Rails. Einen drauf, einen drunter, einen dahinter. Einen drauf, einen drunter, einen dahinter. Einen drauf, einen drunter, einen dahinter. Dann geht es hier zurück. Hier muss er nur runterfahren. Das heißt, es ist okay. Oder sollten wir auch bei bergab... Also bei bergab habe ich bisher noch nicht gesehen, dass er Probleme macht. Sollten wir bei bergab ebenfalls... Was machen? Sollten da auch am besten Directional Rails hin. Ja, sicher, sehr sicher, ne? So. Das brauche ich erstmal neue. Also die craft ich mir. Ich brauche ganz viel Rosenquarz. Für Redstone. Wir machen sicher. Ob es runter oder hoch geht, ist egal. Egal, ob hoch oder runter. Wir werden immer Rails machen. Und wir haben genug Redstone, wir haben genug Quarz. Ich muss Sandpapier machen. Ab geht's. Ich mache jetzt ganz viele Schienen. Ganz viele Schienen. Subconsumer vor allem erkennt das Ohr, Leute. Ich habe nicht drauf geachtet. Sekunde. Level 2. There we go. Danke, Leute. Nächste Challenge freigeschaltet. Nein. Alles gut. Huch, was ist mir passiert? Ja, Skelett. Okay. Schießt auf mich. Da ist ein riesen Loch drin. Was ist hier da runter gebaut? Völlig random. Okay. Next. Das geht vor links gleich nochmal raus. Brauche ich später vielleicht nochmal. Wenn ich terraformen will. Aber da vorne tut sich ein bisschen was so langsam. Also das ist jetzt die endgültige Strecke. Ich hoffe, dass hier in diesem Kreis der Zug eine Weile fahren kann. Ich werde den gleich hinbauen. Setzen, scannen mit der Schematic Cannon. Dass wir ein Blueprint von dem Zug haben. Und den jederzeit zusammenbauen können. Falls ihr mal komplett crashet. Ich habe keine Lust, dass wir eins zusammenbauen müssen. Das geht. Dann machen wir mal hier die Dinger weg. Dann machen wir mal die Scaffoldings weg. Kabel ist dann weg. Ganz unnötigerweise wieder ein Button eingesammelt. Aber dafür muss die Schienenstrecke erstmal fertig werden. Rosenquarz. Let's go. Wo ist der schlimme Finger? Den habe ich hier oben. Benny, habe ich vorgegeben? Sieben Monate. Danke für den Resub. Danke, danke. So. Und zwar, wir brauchen... Quarz. Das hatten wir irgendwo hier. Da. Auch in einer guten Menge. Und wir brauchen Redstone. Redstone. Das war, glaube ich, irgendwo hier. Viel zu wenig für meinen Geschmack schon wieder. Achso, ja. Vergess ich immer. Okay. Okay. Richtig aufpassen, Joe. Hast du gehört? Richtig. Alles klar. Hab's verstanden. Das war wieder... Das war eine Aktion. Ich sag's dir. Ich würde mal ganz kurz eben noch eine ganz kleine Aufnahme beenden. Spucky. Alles gut. Bin ich hier volle Mühe reingeplatzt? Kein Problem. Alles gut. Nee, ich bin weg. Super klar. Okay. Ich wollte ihn schocken. Dann redest du mein Schreibzeug, da komm ich so rein. Richtig. So richtig weggerichtigt. So richtig aufpassen müssen wir damit. Das ist saugefährlich. Ich brauch Sandpapier des Todes. Hat jemand genug Sandpapier? Kann man das Rosenquarz automatisiert? Nein, kann man nicht. Warum kann man das... Man muss Rosenquarz immer per Hand rubbeln. Es geht nicht anders. Papier und Sand. Haben wir Sand irgendwo? Ja, das Endstone drin. Was haben wir denn mal wieder nicht? Sand haben wir wieder nicht. Ja, kannst du das schon wieder vergessen. Also ob wir niemand Sand hat... Oh, ich hole mehr Sand. Purpur-Schist. Ah, da war ja was. Warum haben wir immer nie Sand? Aber ich brauche nicht so viel davon zum Glück. Hat da schon wieder jemand... Davor hat jemand auch vor Ort Sand gefahren, ne? Da vorne ist so eine kleine Insel, hat jemand Sand gebuddelt. Knallhart. Ähm... Hab ich... Ähm... Okay. Wir tun das. Ich hab nicht viel Zeug, aber... Ich hab schon wieder keine Blöcke dabei. Ich versteinere den Meeresboden. Jetzt hab ich Sand. Meeresboden erfolgreich versteinert. Jetzt brauche ich noch Sugarcane für Papier. Ungefähr ein Stack. Das reicht. Crafting Table, Papier. Besten Dank. Sandpaper kann man nicht snacken. Und jetzt wisst ihr, was wir machen. Wir werden jetzt erstmal eine halbe Stunde rubbeln. Das kann weg. Also das sind die Offhand. Das sind die Mainhand. Die ganze Zeit rechts hier gedrückt halten. Ich kann noch einmal swappen in der Seele. Das kommt raus. Das kommt raus. Das hier hin. Das hier hin. Einfach die ganze Zeit. Verbraucht sie auch so schnell. Tja, das Deck muss weg. Das hält doch überhaupt nicht, das Ding. Da kann ich zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich kann gerade mal acht Stück damit durchrubbeln, bevor es kaputt geht. Ich glaube, es hackt. Aber ich brauche nicht so viel, wie ich gedacht habe. Erfischen sie Wüns drauf und läuft. Primi, danke dir, die zwei Morales noch. So, dann 22, 22. Perfekt. Philipp, ein Reeser. Fünf Monate noch. Danke dir. Ich mache das jetzt alles zu Rosenquarz, wenn ich schon mal dabei bin. Einmal ordentlich. So, das polieren und nicht fressen. Ja, das sieht so aus. Wir müssen das so einmal durchrubbeln hier. Das Sandpapier hält nur für acht Dinger. Ich glaube, es hackt. Nächstes. Dann warte ich mir an WC-Demots schicken, weil Leute das zum Spammen nutzen. Hier so, ob es gegessen wird. Ja, ich esse das auch. Alles gut. Aber schade, dass man es nicht automatisieren kann. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum Final. Zwei. Eins. Und letztes. Und das hat perfekt gepasst. Äh, jo. Dann gehen wir zurück. Boing. Oh. Das sollte auch nicht funktionieren. Nein, das ist nicht Buggy. Überhaupt nicht ist das Buggy. Doch. Äh, also auf einigen Sommer geht das halt. Rosenquarz. Wir brauchen jetzt Sheen. Ich glaube, ich würde mal nicht ganz all in gehen. Ich brauche jetzt einen halben Stack. Sheen. Übrigens, ich habe ja vorhin gesagt, wer hat den Zug ohne Erlaubnis gefahren. Deswegen. Weil halt solche Sachen passieren uns. Ei, ei, ei. Was ist denn das hier eigentlich? The One Pro Breed Me? Ah, von der Mod. So, was brauchen wir jetzt noch? Ähm. Habe ich die Sheen? Ich habe die Sheen eingesch... Wieso habe ich das eingespeichert? Wieso habe ich das eingespeichert? Aus Versehen. Habe ich in Rage eingeschpeichert. Wir brauchen jetzt hier, äh, Electron Tubes. Eisen Nuggets. Ah, pass auf. Jetzt geht es aber los. Jetzt geht es aber los. Ich brauche Gold. Und zwar... Gut viel Gold. Hat jemand Gold? Oh mein Gott. Wie war das? Ein Gemeinschaftsprojekt? Ich werde jetzt alles an Gold blindern. Alles. Alles. Einfach alles. Lass mich raten, hier ist gar nichts. Kann das sein, dass der Druckkräft gerade alles in, ähm... In Ancient Debris und Netherite umgewandelt hat? Oder so? Ne, ich hatte irgendwas in Ancient Debris abgebaut. Leute, ich wollte alles nehmen. Es ist nichts da. Ich wollte alles nehmen. Alles. Es ist nichts da. Hallo. Haben wir irgendwo Gold? Ähm, hatten. Das ist schlecht. Bisschen was gebraucht. RGB hatte bei sich Gold. Äh, nein, keins mehr da. Wow, wow, wow. Hm. Ja. Dann. Ein Problem. Ja, ne, ich brauche halt für die Schienen. Also wir brauchen massig Gold. Das darf, wer macht eine Goldfabrik. Das kann doch... Ich glaube, ne... Ja, ich weiß nicht. Die Goldfabrik steht glaube ich noch gar nicht. Oder macht überhaupt jemand eine Goldfabrik? Kann doch... Kann doch jemand übernehmen von den Neuen, die das noch nicht gemacht haben oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz mies schwer, sowas zu bauen, oder? Nö. Der Fahrstuhl nimmt auch ganz langsam Form an. Also die Kabine ist fertig. Die erste Tür ist auch schon eingebaut. Das ist ziemlich geil. Ganz cool. Ich hoffe, dass ich den Freitag soweit zum Laufen bringe und ja. Bin gespannt. Spaggy, ich will mich ausklinken, ich bin müde. Hau rein, ne? Okay, okay, bye. Bye, bye. Und er ist literally weg aus dem Discord. Das ging fix. Minecraft 5. Danke für den Resub. Sieben Monate. Hey, sieben Monate. Ich grüße meine Freundin Chantal, die das leider erst morgen serviert. Ein Jahr und ein Monat. Danke dir. Wenn du den Stream nachschaut, ist das drin. Vielen, vielen Dank. Philipp hatte ich vorgelesen. Kytos. Noch ein und halb Bits. Danke. Genau, ich bin gefolgt. Das ging nach hier unten, bis nach drüber. Hat er schon gesehen. Okay. Und er ist weg. Ne, da ist man schon. Null. Wir haben einfach null Gold. Null. Zero. Nichts. Lass ich mal versuchen, vielleicht nochmal in die Mine kurz reinzugucken, ob man noch irgendwas übersehen wurde. Ich glaube, ich werde händisch dann nochmal durchlaufen. Dein Bohrer hat Gold. Erstens, welcher Bohrer? Ich habe keinen Bohrer. Außen habe ich Joe gefragt. Der hat den Bohrer und der hat gesagt, ist es nichts, sagt gar nichts. Null. Äh, ich würde mal den Tunnel, glaube ich, hier entlang gehen und gucken, ob man da irgendwo Gold an den Ecken hat, insofern das nicht mitgenommen wurde. Weil er sieht nämlich gerade ganz gut aus, dass hier noch Sachen übrig sind. Wie weit ist der Bohrer überhaupt hier gefahren? Oben sind Buttons und da seht ihr schon wieder Gold. Ich brauche, äh, sechs Gold für wieviel Schienen? Vier? Irgendwie sowas? So, unsere Mission ist, äh, das Gold zu sammeln. Da soll das. Habe ich eigentlich Koppels und irgendwas mit dem Stein und Metall begrenzt? Ja. Ich laufe mal hier lang. Ja, Skelett. Aua. Da hinten bei Gold. Jo, was ist eigentlich los mit dir? Wo ist eigentlich mein Arm? Da ist der Arm. Ich brauche den Arm. Also ich kranze jetzt einfach sämtiges Gold zusammen, was noch irgendwo hier in dem Tunnel drin hängt. Ja, der ist allerdings. Ich habe auch kein Looting drauf. Lass mal jetzt kurz gucken, wie es hier aussieht. Oh, hier ist der andere Bohrer durch. Okay. Ich brauche ein paar Steinewente zum händischen Bauen. Ich nehme gerade mal mit. 6 Gold gleich 6, 7. Okay, es gibt 6 Power Rates. Okay, trotzdem. Mehr, mehr, mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen einfach eine Armee von Gold. Besten Dank, den haben wir hier. Vorne habe ich diesen Limestone geschlagen. Ist hier noch irgendwo Gold zufällig? Ja. Das nehmen wir auch alles mit. 23 schon. Ist was liegen geblieben? Ja, natürlich ist was liegen geblieben. Jetzt hier weiter. Hot self spawnen Fische drin. Ich habe schon so viel Gold am Start. Das nehmen wir mal mit. Übrigens, Erze werden richtig selten gefühlt in der neuen Snapshot. Das Video muss draußen sein auch schon. Ja. Ich habe schon gar nicht geguckt. Oh, was ist denn das hier? Ah, ein Lapis-Ding. Okay. Eine Lapis-Kröte. Eine Lakröte. Ja, ich muss mal ein paar Sachen essen. Jo. Ups, ich mache mal den hier. Gerade auch. Alter. Warum hat man denn hier so einen Hunger? So einen Abartigen. Das ist nicht normal in Minecraft. Ich kann die Kackviecher nicht mal sehen hier. Das ist furchtbar. Weg, 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 weg. Autsch. Habe ich auch nochmal Gold. Ich sterbe hier unten einfach an Mobs. Auch gar nicht ausgeleuchtet. Autsch, Autsch, Autsch. Ein bisschen irritierend. Dieser Arm irritiert mich einfach. Skelette ist immer ein großes Problem. Da an der Decke und irgendwo weiter war auch noch was. Weiß aber gar nicht mehr, wo genau das war. Liegt das weiter in die Richtung hier, wo Gold an der Decke war? Oder ging es nochmal zurück? Ne, es ging nochmal zurück. Irgendwo hier. Hier war noch Gold an der Decke, aber... Oh, da ist eine unsichtbare Spinne noch drauf. Ja, dann kloppt euch halt gegenseitig kaputt. Mein Schwert ist halt auch Müll. Wann brauche ich denn hier ein Schwert? Ich bin am Bauen. Nie brauche ich das eigentlich. Ich laufe mal weiter durch jetzt. Zu viele Mobs, die... Ich hoffe, die spawnen gleich wieder. Ich bin weitergelaufen. Mal auch weg. Oh, ich habe keine Ahnung, wie die Echelmord heißt. Müsste die Jungs fragen. Komme ich irgendwo hier entlang? Ich bin jetzt kommt auf der Seite durch. Ja, aber er wäre auch nochmal. Jo, Skelett. Nervt, so hart. So hart. Ich brauche ein Smite-5-Schwert wieder. Ich brauche ein ganz dringendes Smite-5-Schwert wieder in den Craft-Attack. Ich glaube, ich fliege einfach die Strecke jetzt hier zurück dann. Da geht er. Muss nicht laufen. Oder soll ich laufen auf der anderen Seite rüber? Könnt ihr auch mal. Oh, das Zink ist aber richtig... Oh, Creeper. Jo, hier hat er einen Turn gemacht. Alles klar. Weiter ging es hier nicht. Okay. Ein bisschen Turn gemacht. Aber warte, ich muss mal die Strecke hier durch. Man kann doch auch Gold-Erz verdoppeln, oder? Dann lass das doch auch direkt dann machen. Verdoppeln das Gold-Erz dann direkt mal mit. So, 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 ich bin gerade ein kleines bisschen konzentriert. Weil das mit den Mobs ist nicht ohne. Ich habe mich einfach nicht um die Quippen gekümmert. Ich will bauen, Leute. Bauen, bauen, bauen. Oh, ja. Das ist schlecht jetzt hier schon wieder. Oh, liegen da auch so Schneidenbälle. Sag ich auch nicht nein übrigens. Ups. Ja, der Wand wäre noch Gold. Aber die eine Quelle lasse ich da gerade mal. Hinten haben wir. Wenigstens kann man so in der Decke bauen, das alles erreichen. Über einen Stack habe ich. Gehen wir mal zurück. Weiter weiter. Oh, hier unten drunter direkt ist. So, jetzt komme ich hier wieder raus. Okay. Tja, ist die Frage. Soll ich noch die andere Seite mitnehmen? Also wenn ich schon mal da bin, kann ich auch alles mitblündern, oder? Pass auf. Dann nehmen wir doch nochmal hier die... Oh, was ist denn hier bloß? Sehr gut. Die hat es komplett zerlegt. Hier ist der Bohrer nicht weitergefahren. Warum sind die nicht weitergefahren hier? Noch weiter zurückfahren können noch. Den nehmen wir mit. Dann gehen wir hier mal zurück. Spinnen wir übrigens einfach durch so ein Ding durch. Wie ein Schach knallhart. Okay. Sieht nicht so aus, als wenn noch hier was wäre. Dach hier oben. An Abfahrt. Da ist wieder was. Ja, ein bisschen mehr los. Ach, hier kommen jetzt 70 Millionen Viecher wieder raus. Mit dem Schwert kann ich es halt vergessen. Lass mir einfach mal übrig hier. Oh, und Brüder ist noch. Ja, das nehmen wir mit. Direkt wieder raus. Und hier vorne geht es auch zurück. So, dann machen wir jetzt vorhin das. Abflug. Oh, kommt ein bisschen schnell gerade vor, aber... Da gebe ich lieber mal ein paar Raketen aus, um jetzt hier gut zurück zu kommen. Ups. Weiter, 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 weiter. Ja. Und wir können raus. So, ich habe fast zwei Stacks Gold mitgenommen. Die werden jetzt vervielfältigt. Dann habe ich erstmal genug. Verschiedene Projekte. So, jetzt kannst du endlich wieder gucken. Kytos, hatte ich vorgelesen, glaube ich. Joginato und Reset, drei Monate. Strich, 200 Bits. Ja, Smite erst mal haben, erst mal machen. Das Problem ist, das frisst Zeit. Und jetzt so zum Projektbeginn. Ich möchte irgendwie lieber bauen, lieber Progres machen, lieber Cool. Ich kann, ich kann... Ich spiele so oft Minecraft und ich muss jedes Mal das Equipment von neu zusammenkriegen. Das ist ja eigentlich nicht, dass das Progres dauert, aber... Es geht nicht ums Können. Es geht ums... Es ist halt nervig. Jedes Mal wieder. So, dann Max RNG hat noch gerestert. Oh, hat der noch was geschrieben? So. Äh. Good. Tronic, ein Reset, zehn Monate. Vielen Dank. Why? Hä? Verwirrt. Pass auf. Das macht nichts. Ich bin auch verwirrt. Okay. So, pass auf. Äh, das kann man doch sicherlich crushen, oder? Ja, da kriegen wir mehr raus. So, wir crushen jetzt dieses ganze ekelhafte Golderz durch, was wir jetzt in Ewigkeiten gesucht haben. Und uns selbst crushen wir auch durch. Im Crushing-Beal bei Warenhüfen aus Versehen. Ähm. Ich probier's mal. Golderz rein. Golderz rein. Auf dass das Crushing beginnen mag. Ja. Das funktioniert. 58. 58. Hier auch noch mal. Ich glaub, irgendwo ist noch was stuck drin. Irgendwo fehlt noch was, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo hast du weit rausgerutscht? Nee, hier geht nur Sugar raus. Nee, nee, nee. Müsste richtig sein. Also, okay. Okay. Okay, ja. Das ist wahrscheinlich richtig. Und hier unten haben wir einen Drawer mit Stuff drin. Riesens Zeug hier, ja. Und da geht auch nur das rein. Nö, ich hab alles. Okay, dann haben wir das Gold. Das wird dann jetzt noch durchgebrannt. Sonst irgendwas zum Crushing? Nö, nicht unbedingt. Ähm... So, hier ist alles hier raus. Kugelt ein bisschen. Ja, schon durch. Da war es nicht schnell. Oder vielleicht war noch was drin. Ist egal. Ich brauche alles. Ich brauche alles. 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 Mo-ha-ha-ha-ha-ha. Ähm... Stimme abgeschmissen. Hackeless, Dave. Danke für die 1000 Wits. Weil es einfach immer rockst. Danke dir. Auch Tronic 10 Monate. Vielen lieben Dank. Musst du waschen? Hö? Nö, oder? Nö, ich muss das einfach brennen. So, kriege ich Crushed Oras. Ja, wenn ich das wasche, wird das zu Nuggets. Ja, dann kriege ich ein bisschen mehr, aber ganz ehrlich, zu spät. Soll ich das Schienen bauen? Gibt es diesmal richtig? Ja, nee, dafür ist das da. Das ist ja... Also ich... Das Schienensystem, das gilt für alle. Für alle Fabriken machen wir das. Mit wie wir da jeden anschließen können. Und ich fahre mir immer alles hier selber. Das habe ich jetzt auch mit dem Gold. Ich glaube, da war noch ein bisschen was in der Kiste eben drin. Aber mal gucken, wie viel übrig ist. Hauen wir den sonst wieder zurück. Dann gehen wir mal hier lang. Gucken hier rein. Da wäre noch vier Gold drin gewesen. Das wäre jetzt nicht der Hammer, aber... Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt, wenn wir so viel Gold haben, wir verschwenden lassen. Und machen uns goldene Bars. Goldene Gitter. Einfach nur, weil wir es können, weil wir so rich sind. Oh nein. Hier. Rosenquarz. Gold. Und was war noch für die Schienen? Sticks. Die habe ich rausgeschmissen. Übrigens, sehr geil. Wir haben hier nochmal sechs Schleimbälle. Das ist nochmal für einen neuen Superkleber im Fall des Falles. Und ich muss da gerade mal gucken. Ja. Dann packen wir das mal hier rüber. Ups. Überschuss, 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 Überschuss. Schrott, 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 Schrott. Schrott, Schrott. Brauchen wir gerade nicht. Also, was wir gerade nicht brauchen, definieren wir mal als Schrott. Das ist noch eine Kiste mit Gold. Das sagt, wer und wo und warum. So, Sticks kann ich doch machen hier. So. Controller Rails. 60. Ein Anfang ist es. Aber auch nur ein Anfang. Pixel-Nike. Ist das so richtig? Vielen Dank für den Sub. Willkommen, der Spark Army. Freut mich. Danke dir. Ich mache jetzt mal hier. Ups. Hier rüber. So. So. Hier. Ups. Falsche Richtung. Moment. Da muss ich aufpassen. Da lang, da lang, da lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Das ist schon richtig. Wir machen das immer so, dass wir von unten einfach die Hebel dran machen. Dass die immer permanent hier in Richtung zeigen. Okay. Marcel Bon hat auch gerestert. Fünf Monate. Vielen Dank. Danke fürs Verlängern. Willkommen zurück. Müssen wir das machen? Müssen wir das? Ist so teuer. Komm. Auch hier. Egal ob hoch. Egal ob runter. Bei Spark geht es immer drüber und drunter. Jo. Egal wo lang. Immer Rails. Das war nicht so gut. Der Schalter muss nämlich hier. Das war nicht so. Fällt halt nicht immer. Schon wieder hier gedingst. Hat hier aus Infinity in Ries ab 16 Monate. Vielen lieben Dank an dich. Moment. Oh nicht so, naja. Äh, andersrum. Andersrum. Ja, der Gravel wird halt drauf schweben, ist halt doof. So, jedes Mal Regel. Schlecht was. Jedes Mal, wenn wir runtergehen oder hochgehen, drei schienen. Eins, zwei, hier geht's runter. Hier geht's runter, hier geht's runter. Dann gehen wir drei Blöcke runter und dann auch drei Blöcke wieder hoch. Jetzt müssen wir noch dran powern. Soweit so gut. Hä? Oh. Das erklärt's. Hä, läuft schon wieder ein Train. Deku, danke. Instant Flash hat gesagt mit Switch Prime. Was habt ihr losgekriegt? Äh, Theos und Finti. 16 Monate Stufe 3. 16 Monate, ich bin weg. Hörbchenzwack. Kann jetzt erstmal noch arbeiten. Du hast verpasst, nur das absolute Chaos verpasst. Wir haben unseren kompletten Zug, den wir letzten drei Tage aufgebaut haben, komplett geschrottet. Und ich hab ihn wieder gerettet. Und das war kino-reif. Nein, alles gut. Leute, vielen lieben Dank. Dr. Wilmer auch für die 100 Witz noch. Danke, danke. Ja, andere Blöcke sind auch noch besser aus, aber Copyright ist einfach das am einfachsten verfügbar. Aber. Außerdem, es fällt auch nicht so auf unter den Schienen. Schaut mal. Man sieht es in den Schienen kaum. Die Schienen decken das da ab, deswegen ist das fein. So, und jetzt hab ich eigentlich, äh, ja. Warum ist das Gemäte kennen? Jetzt speichern wir unseren Zug ein. Das Schienensystem steht, Zug wird eingespeichert, gescannt, dass wir ihn jederzeit aufbauen könnten, blablabla. Damit das passt. Warum sind eigentlich immer so viele... Warum, warum sind Kisten immer so klein? Da warst ja gar nichts rein. Warum fliegen immer meine, mein Schwert, mein Schwert fliegt, wenn ich den Block picke oder so und die guten Gehort bars voll, fliegt immer das Schwert raus, weil das unnötig ist oder was. Nur wenn es entschartete, genau nur entschartete Sachen bleiben unten drin. Na, da war was. Ähm, das Gemäte kennen. Wo haben wir die? Also erstmal Schematics an sich brauchen wir. Paper, Light Blue Dye, das ist klar. Dann nochmal eine Feder. Hühner haben wir auch irgendwo, das ist gut, dann können wir die Dinger machen. Schematic Cannon. Wo ist die denn überhaupt? Wo ist denn die Kanone? Ach, ganz oben. Okay, äh, Dispenser. Smoothstone kriegen wir hin. Castle und Block of Iron. Ich mach's mal Spenser. Das ist mal ein Bud Spencer. Da, Papier hab ich auch wieder. Das brauchen wir jetzt gleich. Bogen. Wir brauchen wieder Kobbel. Wir brauchen wieder Redstone. Dann machen wir Dispenser. Schematic Cannon. Eisenglöcke hab ich. Da muss ich Cleanstone nochmal durchbrennen. Dann können wir ganz kurz einen Ofen machen. Was geht mir schon wieder ab? Schober. 1000 Bits. Devin. 10 Bits. Kytos. 200 Bits. Da können wir nochmal 200 Bits. Vielen, vielen Dank, Leute. Schober, danke dir. Passt irgendwie schon wieder voll gut das Zugthema hier. Eisenblöcke haben wir. Das wäre nicht so das Issue. Dann brauchen wir noch einen normalen Kessel. Dann haben wir's. Kessel kriegen wir doch auch hin. Dann einmal haben wir die Schematic Cannon. Oh, Papier liegt hier noch. So, man baue eine Schematic Cannon. Danke. Brauchen wir. Brauchen wir eine Schematic Table. Brauchen wir Slaps drüber. Die haben wir aber auch. Da haben wir das. Schematic Table. Dann brauche ich Schematics. Brauche ich Federn. Und Federn haben wir doch bestimmt. Hier und da ein bisschen. Also da waren Hühnchen noch. Aber. Irgendwann haben wir eine Farm. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier vorne was in der Kiste liegt. Herr Kytos. Nochmal 200 Bits. Strich. 500 Bits, wenn der Tray nicht ausläuft. Ja. 5% noch. Und 0, 0, 0, 0, 0, 0. Strich 100 Bits. Ausgelaufen? Ich glaube ausgelaufen. Level 1. Alles gut. Ne, der muss ja nicht jedes Mal bis komplett. Danke Leute. Oh, hier wäre auch noch Stein drin gewesen ansonsten. Jeder. Ich weiß, ich kann shiften, aber ich bin es gewohnt reinzugucken, weil ich mich nicht auf das shiften in jedem Projekt verlassen kann. Dann werde ich mir das jetzt angeböhnen, dann hier das wieder triggern. Da ist eine Feder drin. Wenn ich noch ein paar mehr Federn anscheinend nicht, egal. Ich mache nochmal das eine Hühnchen da vorne weg. So. Er hat keine Feder gedroppt. Ich brauche auch aus dem hellblauen Farbstoff. Das kriegen wir mal auch hin. Weil Lab ist nahezu, die haben wir da vorne. Wenn ich, hier war es doch gerade. Und Knochen haben wir auch. Baummehl. White dye. Blue dye. Light blue dye. Jetzt geht's los. Empty schematic. Warte ganz kurz. Schematic and quill. Achso, ich muss erstmal ein empty schematic machen. Können wir ganz kurz hier basteln. Machen wir ein paar davon. Dann schematic and quill. Uses as a recipe ingredient and for writing a schematic table. Und das ist saving a structure in your world as an empty file. Ja, da geht's nämlich schon wieder los. Das brauche ich. Ich brauche jetzt noch ein paar Federn, um das einzuspeichern. Ah, mir steht richtig. Ach. Gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Ja, ein bisschen. So, dann speichern wir als erstes mal unseren Zug ein, würde ich sagen. Aber Leute, wo ich kann mal dabei bin, bin ich schon wieder vier Stunden ohne Pause dran. Ich bin sofort wieder da. In spätestens fünf Minuten geht's weiter. Und dann bin ich wieder. Bis gleich. Wenn wir schon mal dabei sind. Das Wort wieder da. 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 Vielen Dank. 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 Ab geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nicht, dass jetzt wieder die komplette Fabrikhalle vernichtet wird. Nicht, dass die komplette Fabrikhalle vernichtet wird. Wir testen es erst. JB sucht. Ach, er will. Oh, er will. Ah, er will. So, 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 er will. Und jetzt schon mal. Passagier, er will. Und, er will. So, er will. Ich bin gerade am überlegen. So, er will. Und zwar, er will. brauchen. So, er will. und, er will. So, er will. Komplett. Ja, er will. So, er will. So, er will. So, er will. Kann ich hier. Ah. Ein gewissen fest. BM. Grease ab 6 Monate. Danke. Draconas 3 Monate. Auch vielen lieben Dank. Komm zurück, Leute. Moment. So, schaut mal hier. Den Zug, den haben wir jetzt hier drin. Mit den Leitern. Ah, die Leitern sind hier noch abgeschnitten. Okay, das ist schlecht. Ich müsste also noch einen weiter gehen. nicht nur nach hier, sondern sogar nach hier. Nächster Versuch. Von nicht hier unten. Bis da oben. War das Sinn? Ich habe jetzt den kompletten Zug im Würfel drin. Ja. Ja. Müsste, müsste, äh. Müsste drin sein. Ja. Müsste drin sein. Und das ist der Zug. So, und wie kann man das jetzt? Schematik. Ähm. Tankwaggon. Speichern. Ist das jetzt als MPT schon gespeichert? Nee. Das hat doch nicht geklappt. Ich habe da auf Haken geklickt. Warte mal ganz kurz. Ah, doch. Doch, doch. Ich habe es. Doch, ist drin. Und jetzt habe ich hier einen Tankwaggon. Ein BT. Wie machen wir das denn? Ah, und jetzt kann ich hier einen Tankwaggon. Ein BT. Wie machen wir das denn? Das schreibe ich jetzt auf so eine Empty Schematik. Ja. 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 Ja, ist egal. Jetzt habe ich das jetzt falsch geschrieben. Das ist so. Ob so was geht. So, dann haben wir den Tankwaggon schon mal. Okay. Wir haben eine Tankwaggon. Skimate. Wenn ich das jetzt hier reinlegen würde. Müsste doch auch Rezeptbuch angezeigt werden. Oder? Nee, warte. Du musst ja ein Buch reinlegen. Checklist Printer. Ah, ja. Okay. Ja, das geht. Also der Wagen ist jetzt drin. Gut. Tankwagen Check. Dann machen wir jetzt das nächste. Nämlich. Jetzt habe ich den falsch noch ausgetan. Hier, das kommt da rein. Dann als nächstes. Wie triggert mich das jetzt? Müssen wir das nochmal einspeichern? Warte mal, kann ich die Schematik auch wieder löschen dann? Muss ich das nochmal einspeichern? Nur weil es jetzt falsch geschrieben worden ist. Das ist eigentlich schon intern zu triggern. Dann kann ich das jetzt wieder clear? Hä? Ah, nein, 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 nein. Äh, wie kann ich das jetzt wieder löschen? Das ist natürlich jetzt auch nur falsch angezeigt. Also hier sind nicht wirklich Blöcke. Das ist nicht das Problem. Wie kann ich denn die Ansicht wieder löschen? So, noch Fragen, was man hier alles machen kann? Wie kann ich das Ding löschen? Diese Ansicht hier. Soll ich ihn versehen? Aus der Hand nehmen? Ja, nee. Eben nicht. Kann ich relocken? Okay. Okay, relocken hat's ge... Nein. Doch. Wie können wir denn... Blueprint aus der Hotbar. Ah, ja. Okay. Aber wenn ich jetzt wieder hinnehmen würde, dann... Habe ich die ja hier im Inventar. Die ganze Zeit. Macht das dann überhaupt Sinn, die... ...nicht schon mal in Form zu fahren? Könnte ich jetzt halt hier theoretisch schon wieder reinstellen, ne? Einfach in die Position, wo die Kiste auch wirklich ist. So in der Art. Aber hier kann man das Ding jetzt runterschieben. Ah, da kann man... Jetzt kann ich die verschieben, theoretisch. Ja. Wir nehmen die einfach mal raus. So. Ich kann sie nicht... Äh... So, nächste Schematic. Da packen wir einfach mal rein. Von... Nein. Das ist schon wieder falsch. Das ist der Per... Person mal so. Gehen wir ganz kurz mal auch hier hoch. Ah, pass auf. Jetzt ist es schon wieder los. Weil... Oder habe ich den? Ah, gut. Ich habe den von weit genug hinten genommen. Ja. Da muss ich ja einen Block weiter hinter gehen. So in der Art, ne? Müsste auch alles drin sein. Nein. Jetzt ist es nicht. Muss mir nur eins nach vorne. Genau. So. Dann klettern wir wieder hier hoch. Dann machen wir den bis hier hin. So. Das müsste hinpassen. Jetzt habe ich geschifftet anstatt normal gerechts klickt. Mann. Man muss normalen Rechtsklick machen. Kein Shift-Rechtsklick. Mit Shift-Rechtsklick löscht man es wieder. Oh nein. Ich habe Shift-Rechtsklick gemacht. Jetzt Rechtsklick. Ähm. Oh nein. Jetzt habe ich den Koppel eingespeichert. Jetzt habe ich den. Ich dachte ich hätte ihn abgebaut. Warte mal. Kann ich das überschreiben eigentlich? Oh Leute. Kann ich überschreiben? Wäre jetzt kein Problem, wenn ich einfach nochmal hingehe. Muss ich überschreiben können, oder? Jetzt ist das Unterstrich 1. Personenwagon Unterstrich 1 ist das. Weil es dieselbe, weil es derselbe Name ist. Oh mein Gott. Oder? Ja. Alles gefällt. Das Tankwagon ist ohne einen G. Personenwagon hat einen Unterstrich 1 hinten dran. Und weil es auf dem Server ist, kann ich den Ordner nicht öffnen. Und das ändern. Kannst du mal ordentlich umbinden öffnen. Ja, ihr seid Witzbolde. Das ist eine Server-Datei. Oder warte. Stopp, stopp. Das ist eine Singleplayer-Datei. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Das ist eine Singleplayer-Datei. Es ist stimmt. Das ist doch eine Singleplayer-Datei. Ja, das hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. So, guck mal. Das habe ich hier nur noch hier. Personenwagon und Tankweiger. Das könnte ich... Ne, warte mal ganz kurz. Ja klar, das kann ich... Warte, 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 warte. Schematik. Geil. Unfassbar geil. So, dann machen wir hier mal den Personenwagon auch nochmal auf ein Schematik schreiben. Also, hier unten steht halt noch eine andere MPT drin. Wie kann ich diese... Soll ich nicht einfach nochmal eine neue Schematik holen? Ja, warte, das ist doch eigentlich gar nicht so teuer. Ach stimmt, die Feder brauchen wir ja nur einmal. Ich schmeiß das Ding einfach weg. Oh, Leute. Der richtige war doch Unterstrich 1. Jo, ich habe auch den Unterstrich 1 zu dem... Da habe ich das Unterstrich 1 weggemacht und den anderen gelöscht. Das ist schon der richtige. So. Oh mein Gott. Wir haben doch... Ich brauche doch keine Federn dafür. Ich dachte ich brauche Federn dafür. Nein, brauchen wir doch gar nicht. Den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt. Aber ganz viele von den Empty Schematics einfach ansonsten. Kann ich nicht stacken. Ist egal. So. Das wieder zurück. Das auch zurück. Und dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt spreche ich so... Ach man, einfach für die innere Monk, ne? Überschreib doch einfach. Wenn ich überschreibe, steht da Unterstrich 1 dahinter. So. Wir machen jetzt folgendes. Das Ding wird vernichtet. Das ist eine verbotene Schematik. Da ist nur ein G drin. Deswegen ist sie verboten. Darf da die spawnen. Und wir machen uns ein neues Schematik. Tankwaggon. Ach, den selben Blueprint. Ja, aber ich wusste nicht. Ich dachte, den kann ich nicht mehr nehmen oder so. Weil der schon... Der sieht so anders aus. Ich wusste jetzt nicht, dass man Blueprints überschreiben kann. Aber ist ja egal. Tankwagon, Personenwaggon. Fertig. Nächstes. Äh... Cargowaggon. Kommt als nächstes. Den mache ich jetzt hier hinten hin. Wird eingespeichert. Nein, könnte ich die jederzeit oder manche sagen. Also wenn ich irgendwo crashen und euch zusammenbauen will, hole ich die einfach hin, schmeiße alles rein. Fertig. Gut. Next. Cargowaggon. Muss ich mal wieder hochlaufen. Und zwar der kommt nur nach hier. Weil das ja zum Personenwaggon gehört. So, das ist jetzt hier richtig rum. Und ja, unten sind noch Fackeln und sowas. Die kann ich dann auslassen. Die werden aber nicht gesetzt. Rechtsklick. Cargowaggon mit 2G. Zufrieden? Safe. Das nehmen wir jetzt. So, dann... packe ich da auch mal die Scomatic rein. Und ja, wir können auch Schienen einscannen. Schienen machen wir auch. So eine, ein-Chunk-Schiene oder sowas. Alle Teile eingespeichert. Dann machen wir noch mal einen. Und wir scannen jetzt Rails ein. Und die Rails, die müssen wir halt... Ja... Obwohl, es ist ja egal, ob das Chunk ist. Das Chunk quasi ist total Bums. Also... Mach das auf. Ähm... Hier. Von da unten. Ich mach es trotzdem einfach mal so einen Chunk lang. Bis hier. Ne? Kann ich ja wieder... Also... Einmal gucken. Von unten. Hier so Dings hoch. Das ist ein Schienending. Schienen Nord-Süd-Richtung. Rechtsklick. Schienen Nord-Süd. Speichert. JB baut ja da vorne, ne? Ja, das hat er jetzt schon per Hand gemacht. Das können wir noch mal... Da... Da geh ich jetzt nicht mit nach links drüber. Das machen wir dann für später mal. Wir können auch eine Kurve nehmen. Ja, guck mal, wie weit das schon ist mit dem Replacement Tool. So, geht das? Ja, der ist schon fast fertig. Okay, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht mehr. Da geht er noch rüber. Und Abflug. Machen wir einfach mal für irgendwann. So, das Schematic kann ich halt dann auch austeilen an andere Spieler. Die können das dann nutzen. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt schon einspeichern. Das würde man den Platz wegnehmen. Das ist ja gespeichert als Pfeil bei mir im Ordner. Von daher passt das. So, Leute. Dem Zug kann nichts mehr passieren. Also selbst wenn. Ich könnte ihn halt einfach mit der Schematic-Herne wieder zusammenschießen, ey. Die Frage ist, wir sollten uns mehrere Schematic-Herne machen, als ich den kompletten Zug auf einmal reinschießen kann. So. Nord-Suite, du kannst die drehen. Ach, stimmt. Ich kann die ja rotieren. Sorry. Nicht dran gedacht. Also Nord-Suite ist es standardmäßig. Ja, ja, egal. Dann muss ich nur einmal einscannen. Das kann sich erledigen. Perfekt. So. Wer kann das... Wer kannte das Cargo... Den Cargo-Wagon noch nicht? Dann seid ihr erst später zum Spiel. Den haben wir am Anfang gemacht. Den, den, den gab's schon. Cargo-Wagon passt hoffentlich auch. So. Jetzt geht's noch eigentlich um, äh... Eigentlich um die Zugmaschine. Aber... Ich glaub, wir sind wieder so weit, dass wir testen können, oder? Wir müssen jetzt wieder testen, ob das alles funktioniert. Ich laufe mal die Strecke einmal komplett ab. Wir müssen testen, ob's funktioniert. Bitte lass es einfach funktionieren. Überall, wo's hochgeht, Powered Rails. Und wenn's um ne Kurve geht, darf's nicht gleichzeitig hochgehen. Das haben wir hier. Mit nem bisschen Abstand dazwischen. Wenn der Zug jetzt wieder crasht. Endet der Stream. Jetzt um Chat. Bitte können testen. Bitte können testen. Ja, das hilft aber nichts. Wir müssen das testen. Wenn's nicht funktioniert, dann... ...ist ja die ganze Arbeit umsonst. Hä? Was ist jetzt passiert? Kampfkröte, danke auch für den Resort. 16 Monate. Äh, was sind die Vorteile von dem Kran deiner Hand? Ganz einfach. Man kann damit... ...weiter reichen. Schau mal, ich kann hier vorne richtig weit schlagen. Richtig weit abbauen. Guck mal, wie weit die Range ist. Der hinten nicht mehr, aber hier. Einfach eine super Range, ne? Bis hier zu diesem Block. Und das sind hier, keine Ahnung... ...paar Blöcke. Und Dark Totoro auch gerissen. 14 Monate gerade werden wir bekommen. Und gemerkt, Sat muss sofort erneut werden. Los Leute, alle fleißig zusammen. Äh, das was Dark Totoro sagt. Gebe ich gleich weiter. Vielen Dank. Ja. Ich würde sagen, wir... Warte mal ganz... Ist das überhaupt ein... Ist das überhaupt ein... Ne, das ist ein normales Minecraft. Das ist kein... Furnace-Mine-Cart gerade hier unten. Okay. Wir machen vorne ein Furnace... Oh, noch was. Wie viel von dem Brennstoff ist eigentlich... ...verbraucht worden? Oh, viel zum Beispiel. Der hätte ja noch... Der hätte ja noch einen halben... ...den ganzen Stream hier rumtuckern können. So, kann ich mal hier die Minecarts einsammeln? Okay. Alles andere darf mal normal Minecart bleiben. Hier ebenfalls. Kann man normales reinsetzen. Ähm... Da sind was rechtbar noch. Ein normales hier. Ein normales da vorne. Und ein Furnace-Mine-Cart ganz vorne. Hab ich die irgendwo? Eins, zwei, drei. Oh, da sind die. Und ein Furnace auch. Ja, klar sind alle noch da. Furnace-Mine-Cart ganz vorne. Also wir müssen... Wir müssen das testen. Wenn wir es nicht testen, was denn sonst? Kann ich... Ah, jetzt kann ich wieder eigentlich einsammeln hier, ne? Ah, da wurde das ja mal eigentlich... Okay. Furnace-Mine-Cart. Das muss richtig reingesetzt werden vor allen Dingen. Das Testen ist auch gerade das Wichtige. Jo, wir bauen eine Rakete, mit der fliegen wir zum Mond. Hm, wollen wir sie vorher testen? Nee, das geht schon. Als ob wir die Rakete vorher testen. Nein, wir setzen uns rein und gucken, was passiert. No risk, no fun, oder was? Also hab ich den ganzen zu crash. Ich crash erst mal nur die drei Waggons, die jetzt eingeschweigert hat. Gibt Tage, du bringst es ab, wie so ein Flock ist. Flock im Chat? Vielen, vielen Dank. Flock im Chat, oder war das gerade random? Oh doch, Flock ist im kleinen Chat. Das Markt im Brot ist fertig. Da kann ich ja dann einen Zug bald vorbeischicken. Wir brauchen noch eine Goldfamme. Am besten, dass das Leute machen, die das noch nicht... Ja, Couplings mit der Sache machen. Am besten, dass das mal Leute machen, die das vorher noch nicht gemacht haben. Also für die das neu ist. Flock, wenn du langweiligst was zu tun hast, ne? Goldfarm und so, kann man immer gebrauchen. So als Idee. Sprecherfarm, Discount oder so ab. Weiß ich nicht. Weil ich hatte letztes Jahr schon gemacht. Dann wollen wir das mal an Leute geben, die das noch nicht gemacht haben. So. Flock, ich hab vorhin komplett den Zug geschreddert, ne? Der hat sich ineinander verheddert, verkantet, vereckt für alles. Die Kupplung. Hey, wie komm ich denn jetzt auf fünf Kupplungen? Wie komm ich auf fünf? Ich hab nur zwei. Okay. So, pass auf. Dann machen wir den Zug zusammen. Der hat sich ineinander verhakt. Ineinander verkettet und verhakt. Und war dann broken. So. Das ist übrigens das Cargo-Ding. Wie gesagt, testen jetzt. Begucken, ob das passiert. Leute, es ist soweit. Okay. So Leute, es ist soweit. Der Zug steht wieder richtig. Wir haben Streckenoptimierung gemacht. Viel ist passiert. Einmal komplett rum. Neue Streckenführung vor allen Dingen auch. Muss auch auf den Weg bauen. Überall da. Ihr seht hier die roten Dinger. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Aber überall da, wo es bergauf und bergab geht, gibt es jetzt Richtungsschienen. Damit der Zug nicht einen an die Klatsche kriegt. Und wenn alles jetzt klappt. Voll Rio, ab geht's. Also fahren tut ja schon mal wieder viel wieder normal. Das müsste gehen. Und kann ich... Ah! Ich hab's drauf geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's drauf geschafft. Ja, 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 ja. Zug, 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 Zug. Ohne Dampflok vorne links noch. Die kommt noch. Tukka, 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 Tukka. Gleich geht's hier vorne weg ab. Aber ich find das schön, hier die, 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 die... Manchmal seht ihr das, wie so das Minecraft wackelt und sie ran stößt. Wie so einen echten Zug. So. Bitte lass ihn da vorne nicht entgleißen. Bitte tu es. Bitte nicht entgleißen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Ja, es geht. Es geht, Leute. Es geht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Es geht einfach. Es geht. Wir haben es gefixt und die Gleisführung ist auch so gut. Es geht einfach. Achterbahn. Jo, wer will ein Looping bauen? Ja, Leute. Und dann kann das halt sein, dass hier sowas über die Schienen fährt, ne? Jetzt noch eine... Stellt euch einen Dampflok vor. Da will ich noch basteln, dass die schön aussieht. Ja. Ich habe schon gesagt, beim Project Zug, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich einfach ein fahrendes Holzbrett, wo Kisten drauf sind, die das abholen. Ey, also... No complaints. Das, äh... Sieht gut aus, oder? Sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und er crasht auch hier nicht dagegen. Schienenführung passt. Jawohl, du Stream geht weiter. Schon wieder gedroht hier. Wenn der jetzt entgleist, dann ist Feierabend. Dann warte ich, bis er entgleist ist und dann punche ich den zwei Stunden lang mit einem Brot in der Hand. Ist das nicht satisfying, dann zu sehen, wenn ein Plan funktioniert? Also wir müssen, klar, hier noch Schienen bauen. Das muss hoch geteraformt werden. Ich hoffe, man ist euch klar. Vielleicht können wir auch hier dann ein bisschen aufschütten. Vielleicht müssen wir das hier auch gar nicht. Na, dann mal gucken. Äh, Erde. Ich brauche Erde. Falls jemand zufällig 20 Doppelgisten Erde hat, bitte melden. Kann man Erde produzieren? Nee, kann man, glaube ich nicht. Muss man abbauen. Jo. So. Das ist schön, wenn der Plan funktioniert. Kann ich hier... Ah, ich kann da nicht hochhüpfen. Äh, ich wollte nochmal aufsteigen, aber... So, wir lassen ihn jetzt durchfahren und halten jetzt wieder rechtzeitig an, dass er hier richtig einfährt. Wenn die Lok vorne ist, dann entgleist er in der Senke sowieso wieder. Nö. Auch wenn die Lok dran ist nicht. Also, äh, die Minecraft... Es geht nur darum, dass das Coupling von einem Coupling zum nächsten keine Probleme macht. Und dafür reicht die Strecke. Das ist auch total bumms, wie lang der Zug ist. Komplett Wurscht. Mit O. Wurscht. Ist das dann. So, muss ich aber ganz kurz nachher vorne. Dass ich die Kiste richtig anmache und... Er steht einfach perfekt, dass hier Platz ist für die Lok. Er steht einfach perfekt. Wir haben es langsam raus. Und selbst wenn er crashen wird, wir haben die Schematics eingespeichert. Wir könnten das Ding mit der Kanone einfach wieder hinschießen. Und müssten es nicht selbst bauen. Das ist ein Erfolgserlebnis. Oh, yes. Ah, Genickbruch. Sorry, ich musste mal ganz kurz mich strecken. JB hat die Erde gebracht, die habe ich schon alle weggeschossen. Aufzufahren, Boot holen. Äh, ja, also folgendes. Wir haben hier natürlich noch kein Sammelsystem ans Haupthaus und ähnliches. Ähm, muss man ganz kurz gucken. Warum ist hier der Tree der Nacht? Kann ich Day? Ah. Ähm, so. Flock ist hier oben, genau. Flock Factory. Äh, fürs Erste haben wir... Also das ist die kleine Rundstrecke, ne? Die auch schon mal schön chunk mittig liegt. Da geht es dann zur Seite runter. Hier kriegen wir so einen kleinen Damm. Der geht nach vorn. Und der Zug muss jetzt folgendes machen. Der Zug muss eine Rundtour machen. So. Und die Frage ist halt, wer wo noch eine Fabrik oder irgendwas hat. Ähm, Flock ist ja hier oben. Hier will Basti zockt was machen, glaube ich. Da hat er sie runtergekramen. Deine Fabrik. Also wir müssen einmal irgendwie so eine Rundtour hier oben machen, dass sie es dann schließt, wo deiner hinfährt und dann hier runterfährt sozusagen. Ähm, ich würde sagen, der Zug fängt an, die Fabriken abzuklappern. Wenn... Ja gut, wir es irgendwo ablagern können, weil wir haben ja noch gar nichts, wo der es hin transportieren kann. Und die Strecke steht da noch nicht. Das steht auf dem Schirm. Ich glaube, Flock ist die erste Factory, die fertig hat und liefern kann. Von allen die erste Fabrik, die abliefern kann. RGB, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Und ansonsten gibt es noch nicht so viel. Hm. Ah, ich soll mir was holen. Hä? Was? Wieso? Achso, weil ich nicht mehr viel habe. Was? Genau. Ich dachte, ich soll den... Also... Und jetzt Brot holen. Das ist, als ob ich den Zug gegessen lang schicken soll. Ja, das dauert noch ein kleines bisschen. Wir müssen ja wirklich alle Touren haben und so. Ich brauche übrigens keine Raketen. Fast. Um zu blöd, Blöcke hochzulaufen, jedes Mal. So, dann... Was denn? Hier, guck dir das mal an. Wird gecraftet. Dann... Wo geht denn das hin? Das geht gecraftet. Ah, da unten ein Drawer rein. Ich dachte, das wird hier hinten raus und dann ist die Seite weggeworfen. Oh. Da habe ich wieder ein Stack Brot. Alles fein. Und dann geht es wieder zurück. Dann flattern wir da runter. Ja, das ist jetzt kein Raketen-Speed-Boost-Flug. Aber man kann auch so... Das ist manchmal so ein Server-Bug, dass du einfach aus... Fällig random so einfach wieder leichter fliegen kannst, ne? Vom Boden abprallst du halb. Und dann Flug hast. Aber normalerweise nicht. Ein kann Brot. Oh, ich habe nicht genau geguckt, wie viel es war. Kann sein. Ja, also Essen ist jetzt genug für alle da. Als nächstes goldene Karotten. Stimmt, du brauchst ja auch goldene Karotten. Also du musst ja eh Gold holen. Dann... Flocke, Goldfabrik, wie sieht es aus? Dann bau die doch da direkt vor Ort. Creamy hat übrigens noch einen Philips am Verschenken. Danke. So, wir machen es als nächstes. Ähm... Das weg, quick, quick, quick. So ein halber Brathahn rum. Lokomotive. Ich habe gestern zum Stream-Ende ein bisschen was gebastelt. Ne, ich zeig's euch. Ja. Trifft's noch nicht so ganz. Sieht noch aus wie eine eiserte Jungfrau. Aber... Ne. Da müssen wir was machen. Ähm... Ich hatte ja mal ein Video gefunden, um vielleicht mal gucken können. So ein bisschen ähnlich. Der hat auch so eine Lok gebaut. Ist halt schwierig zu sehen. Kommt aber in etwa so nah. Kommt sogar sehr, sehr gut nah. Ja, keine Ahnung. Also das... Das war halt so... Mein, mein, mein... Meine Idee. Oder mein Ansatz. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier oben das irgendwie noch... So machen? Nope. Ah, stopp. Ich brauche hier Kleberneufend. Sonst kann ich das vergessen. Mach Bohrer vorne hin. Sollen wir echt vorne einen Bohrer haben? Nein. Oder, 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 oder... Oder, 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 oder... Ja, hm... Ne, ich platze hier die ganze Zeit daneben. Irgendwie sowas. Da einen Block rein. Oder eher noch nach hinten. Nope, das kann auch weg. Strich, 200 Blitz. Netherworld-Blöcke würden auch gut dazu passen. Ja, Netherworld-Blöcke sind teuer. Also, wir können jederzeit immer upgraden und Zeug machen. Aber ich bin eigentlich auch schon ganz froh, wenn das... Wenn die Kiste so... Wenn die überhaupt erstmal irgendwie funktioniert. Wie sieht denn eine Lok von hinten einfach aus? Was können wir denn da machen? Haut das schon hin? Wollen wir einfach das Ding schon so nehmen? Hier sieht halt irgendwie noch ein bisschen... Ja... Wie sowas. Unten ist halt auch noch ein bisschen unspezifisch. Ruhlewagen fehlt. Ja, auf den verzichten wir auch mal. Auf den würde ich eigentlich verzichten. Also, das ist schon richtig. Wir machen zwei Blöcke nach hinten. Dann geht das hier direkt mit dem Wagen überein. Puffer fehlen hier vorne so zwei... Ja, die Stompen, die lassen wir auch mal. Ich würde die eigentlich schon so nehmen fast. Und da. Hier unten ist es noch ein bisschen langweilig, ne? Stairs. Polished. Slabs. Vielleicht auch nochmal Polished. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten machen sollten. Oh, was ist denn hier eigentlich los? Ist schon wieder nicht symmetrisch. Strich nochmal zweieinhalb Blitz. Hinterrad größer machen. Ja, das ist ein Problem. Werte ich hier wahrscheinlich nicht können. Einfach wegen den Grenzen, die wir durch Craten also aufgelegt werden. Also, man könnte sogar, glaube ich, könnte man da ein Mechanical Bearing hinsetzen. Welches nach einem großen Rad aussieht, was sich dann dreht. Also könnte ich hier vielleicht irgendwie sowas machen wie einen... Oder warte mal. Vielleicht ist sogar Crate die Lösung. Können wir so ein Mechanical Bearing machen? Welches dann irgendwie hier so... Weiß ich nicht. Ich warte mal ganz kurz. Sowas. 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 Und sowas dann hat. Also, ja klar, das kommt dann eins davor. Also, es muss nochmal eins nach hinten und so. Dass das hier dann so läuft. Nee, nein, 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 nein. Das sieht aus wie ein Trecker. Das sieht aus wie ein Trecker. Ich glaube, ich lasse das Rad klein. Nee, nee, nee. Wir lassen das klein. Wir lassen einfach klein. Doppel-Achsel. Wir machen hier... Leute, ich bin froh, wenn die Lok einigermaßen so fährt. Wäre das so schlimm, wenn die Lok so aussehen würde? Ich kann die ja jederzeit in den Bahnhof einfahren lassen. Umbauen, neu bauen und so. Wir können es jetzt hier dumm... Leute, ich habe keine Ahnung, wie baut man denn eine Lok schon wieder? Ich bin eben so Fahrzeuge... Ich bin irgendwie nicht so gut. Vor allem auch hier hinten dran. Irgendwie sieht das doof aus, glaube ich. Kann das sein? Ist halt irgendwie was dran oder so vielleicht. Ja, Polished Wall oder so nehmen. So in etwa. Boah, ich habe irgendwas im Auge. Gib mir da ganz kurz und sie können hier sofort wieder... Ich habe es ja comprend nie. maybe einen Mal wieder... Ich habe es ja eigentlich im Auge! Aber hier mal wieder... Da ist wohl schon nergier. Och ich hab mit ... etwas, was wir cure. Oh, das ist jetzt mal wieder. Ich hab meine. Ich hab' mit mir gedacht. Eh! Ich hab' mit mir gedacht. Und er weiß uns aber es ist das alles so... Ich hab' mit mir gedacht. Ich hab' mit mir gedacht. Und ich hab' mit mir это gemacht. ich weiß das nicht, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schaft und dann auch hier die Metal und dann die Handle. Nee, nicht ein Weiß, sondern ein Light Grey. Ja, nein, dann geht das halt hier so runter. Ja, so eine Kiste wird das dann halt. Wir machen das einfach mal. Dafür brauche ich aber hier so einen Screenshot. Dafür brauche ich von vorne einen Screenshot. Und ich brauche von hinten einen Screenshot. Ab geht's. Da muss ich mal reingucken. Create zwei Screenshots. Da haben wir das doch. So, aber bevor wir es übrigens vergessen, habe ich hier noch das Ding offen. Ja, habe ich. Muss man wieder umschalten. Ein Game. So, Multiplayer. Ab geht's. Hinten ist offen einzuschneiden. Ich weiß nicht, ob ich da... Ja, können wir auch mal gucken. Vielleicht können wir hinten einfach auflassen. Irgendwie. Ja, doch. Hinten offen wäre nicht schlecht. Das können wir alles jetzt hier noch customisen. Das ist jetzt nicht das Ultra-Problem. So, dann machen wir das doch mal. Ja, ich brauche jetzt hier so Metallblöcke. Und die werden mit Eisen gemacht, ne? Iron Plates. Brauchen wir mal ein paar. Gucken, wie weit wir damit kommen. Dann brauchen wir außerdem auch noch Blackstone. Und da bin ich gespannt, ob wir was haben. Oder ob ich mir das irgendwo noch holen muss. Crushing Wheels als Räder. Leute, Crushing Wheels als Räder. Wenn du... Wenn du Crushing Wheels als Räder hast, dann hast du da hinten einen Traktor. Nochmal. Eine Lok hat überall gleich große Räder? Das war schon das letzte Mal der Fehler. Ihr verwechselt eine Lok mit einem Traktor oder so. Was kann das sein? Loks haben... ...keine Killer-Räder hinten, oder? In der Regel. Also auch nicht eine Lok dieser Art, die ich jetzt hier geboren habe. Die hintersten Räder sind größer. Okay. Aber wahrscheinlich sind die Räder größer wegen der Kraftübertragung auf den Schienen. Weil die müssen sich ja dann langsamer drehen und der Zug wird trotzdem schneller fahren. Ja, okay, das macht Sinn. Egal, trotzdem. Wir machen hier kleine. Ist egal. Das ist jetzt zu aufwendig. Beziehungsweise ich kriege es nicht so gut hin. Hinten leicht größer, vor allem mehr Räder. Ja, wir können vielleicht mal auch zwei große Zahnräder noch dran halten. Da müssen wir mal gucken. Aber davor, ich brauche Blackstone. Und das heißt, wir müssen mal ganz kurz nach unten gehen. Der Bohrer hat sich doch bestimmt durch viel Blackstone durchgebohrt, oder? Ich hoffe, dass wir gar nicht ein Pickle inhauen. Noch? Ah, ich bin schon unten. So, da kann ich doch bestimmt vier Blackstone holen. Na klar. Es gibt also richtig einfach nur so dunkle schwarze Dampfloks. Aber ich glaube, das ist schön, wenn wir ein bisschen mixen, die Farben. Na, da vorne war auch noch. Laternen an Zäunen vorne. Ja, nö. Vielleicht auch nur Ball oder so, mit dem irgendwo hinpasst. Oder kann man einfach gleich Räder und Lampen nehmen. Aber naja, die leuchten nicht als Entity dann. Wie viel brauchen wir da vielleicht immer besonders mit? Ich glaube, ganz so viele ist es jetzt nicht, aber... Drachenkopf als Lokführer. Jetzt auch noch Amorstance hier reinbringen. Jawohl. Mit Spielerköpfen. Dann geht's wieder ab. So, ne, das müsste jetzt reichen hier. Na, gefahrt als Schornstein. Ja, dann raucht die aber nur, wenn sie in der Halle steht und abgebaut wird. Wenn sie fährt oder auch das andere als Entity, passiert da nichts. Deswegen machen wir das nicht. Dann geht's wieder hier zurück. Okay. Was sind denn Flywheels? Ja. Passt wieder nicht zu dem Ding. Warten wir ganz kurz. Wie sieht das denn aus, wenn wir diese Flywheels nehmen? Das kennst du nicht ein, weil wir es nicht dürfen. Rufen wir auch letztes Jahr schon nicht. Ja, so ein Rad ist ja schön und gut. Aber... Kriegen wir das hier nicht hin? Ist ja alternativ halt eins höher, ne? Tja, und ansonsten müssten wir auch noch hier dann eins reinpacken. Ja, eins weiter vor noch. Ja... 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 Ne, er catcht mich noch nicht so. Wir machen einfach eine mit kleinen Rädern und Finito. Das ist auch jetzt wieder nur so ein Optik-Ding. Ich bin froh, wenn das alles funktioniert. Dann wäre es dann meinetwegen ein paar kleine Räder oder was auch immer. Ich bin erstmal froh, wenn die Gurke überhaupt fährt. So, Polished. Blackstone nehmen wir. Dann crafte ich mir jetzt einfach mal einen Zug zusammen. Aber schon so später. Ich kann zumindest nochmal anfangen. Also. Ja, wo ist eigentlich mein Kleber? Oh, mein Kleber. Ich müsste den Kleber mal. Wir müssen den Kleber mal wieder aufladen. Das geht so nicht. Ähm. Ja. Ich habe den Kleber mit Unbreaking Mending verzaubert, aber der ist auch ein bisschen low. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir gehen mal ein bisschen auf... Holz-Dings. Ja, ganz viele Sticks und so, die brauchen wir... Na, komm, ich nehme... Ich crafte einfach so was hier. Ist die eigentlich eingeschaltet? Ja, die müsste jetzt laufen. Okay. Müsste Holz produzieren. Ich würde ein bisschen traden. Und den Kleber wieder aufladen. Aber die Lightroom lädt sich dann auch auf. Deswegen ab zu... RGB. Und... Abflug. Dafür reicht eine Rackete. Klonk, klonk. Ah, genau. Ich muss den Kleber natürlich jetzt in der Hand auch auswählen. So, ne? Dann klebe ich den jetzt hier an. Ja, sieht schon gut aus. Kleber ist voll. Elytra auch. Und ich kann trotzdem ein bisschen mehr traden. Ich brauche ja sowieso Level, damit ich Efficiency Stufe 6 auf die Pickaxe machen kann. Deswegen immer nur her damit. Wenn es irgendwie geht. Aber wir waren doch noch mehr Fletcher eigentlich unterwegs. Hier hat noch einer rum, mit dem ich noch nicht getradet habe. Klaus, oder? Nope. Da. Level 21 sind wir. Und den da noch. Jo, der will auch noch ordentlich. Ich habe jetzt die Emeralds gekriegt. Nicht schlecht. Deswegen haben wir irgendwie alles umgetradet. Jo, Level 22. Fällt es jetzt irgendwie so in Grenzen, aber... Ich komme wann anders wieder. Gerade sind die auch nicht mehr in der Workstation, deswegen... Ich habe auch hier schon die Bahn Richtung Dings geht. Das ist nice. So, der Kleber ist wieder voll. Damit können wir es anfangen. Führen wir es zwei Glocke länger nach vorne. Äh, nee. Nee, nee, nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Finde ich nicht so. Ich habe das Bild hier noch direkt am Zeitmonitor. Wir haben auch schon hier den Chute oben drauf. Ah, die... Die Limestone Walls. Habe ich denn hier noch Limestone? Da können wir auch Walls draus machen. Aber Polished Weathered Limestone. Und da können wir dann hier die Walls machen. Okay. Muss ja nicht alles immer aus einer Sorte sein. Und dann haben wir hier Eisen. Das, das, das. Ich brauche auf jeden Fall Stairs. Eine gute Portion. Das bleibt jetzt nicht so arg. Hauptsächlich Blöcke. Ja, guck mal. Ja, ich bleibe an die Offen, dann müssen wir eigentlich loslegen schon. Ich werde versuchen einmal ganz grob die Grundform. So, das ist hier. Und dann geht es noch vier Blöcke nach vorne. So, drei, vier. Also bis hier so hin maximals. Genau gesagt, eins, zwei, drei. Da vorne geht es dann runter. Creamy. Danke nochmal. Für die zwei Emeralds mal ein bisschen schubsen. Vielen, vielen. Wo sind wir denn? Zwei, vier, sechs, acht. Danke dir. Nordhäuser 200. Ziffernbruch vorne ein kleines Rad. Dann zwei große Räder. Und unter dem Führerstand noch ein kleines Rad. Ja, also ganz ehrlich. Ich werde mit den Rädern nicht ganz klackern. Ich hoffe, also ich bin froh, wenn erstmal dieses Ding grob steht. Man erkennen kann, was ist es wert. Wenn noch Lust ist, können wir das jederzeit anpassen. Machen wir noch. Und Strich. Würden sich Milz und Wasserrad beim Fahren drehen? Nein. Tut mir leid. Ich bin schon wieder komplett im Tunnel gewesen. Milz und Wasserrad würden sich nicht drehen. Die würden stehen bleiben. Sie würden sich vielleicht drehen, wenn ich noch ein Mechanical Bearing dran setze. Das ist so ein Ding. Das ist so ein fahrender Zug mit der Windmühle an der Seite. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir eigentlich mal gucken. Achso. So, und hier geht es natürlich auch noch nach hinten. Cool, der Tender wäre cool. Ja, das ist aber ein eigener Waggon fast schon. Ich werde das so machen. Fertig und gut ist es. Das Ding kriegt keinen Tender, denke ich. So, warte mal ganz kurz. Wenn das Ding hier von vorne so aussieht. Ja, die Kist ist ja dann nur drei Blöcke. Wenn ich da jetzt hier so eine Stair mache. Ja, oder soll ich die ausfüllen? Ja, komm, ich fülle es aus. Bin ich nicht so geizig. Und der Art. Ging das bis hier? Ne, stopp, warte mal. Doch, das ist richtig. Ging bis hier. Da machen wir die Form mal ganz grob vor. Ich komme natürlich auch mal schlecht jetzt hier durch. Ist die andere Sache. Mal außen rumlaufen. Da geht es wieder hoch. Na, seitlich kommen halt jetzt hier Blöcke dran. Nope, das war ein Stairs. Ich habe keine Eisenblöcke. Kannst du dringend neue craften. Nein. Die nochmal. Dann geht es hier weiter. Und hier geht es weiter. Hier kommen jetzt die Stairs wieder drauf. Und dann muss ich gleich wieder neue craften. Ja, ich mache mal 20. Hauptsache man kann am Ende erkennen, dass es eine Dampflok ist. Dann bin ich echt erstmal froh. So, dann haben wir den Weathered Limestone, der da rein muss. Das von vorne mal so anzudeuten. Erstmal halt. Und hier hinten gucken wir halt, ne. Da brauche ich jetzt die Stairs hiervon. Naja, ein zweiter Außen sogar noch. Brauche ich schon wieder neue Eisenblöcke. So was, dann dann ist der, dann ist der. So kommen dann die Slaps dran. Dann nehmen wir das Eisen. Ne, stopp. Stopp, 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 stopp. Noch weiter hinten. Hier kommt Dings dran. Hier die Stair, hier die Stair. Das kommt nochmal weg. Selbiges von der anderen Seite. So und so. Dann brauchen wir das Slaps. Machen wir vier. Einmal die hier. Und das. Ja, vielleicht werde ich das aber auch mal in das Hausaufgabe zwischendrin machen oder so. Weil wir haben es schon so spät. Es fängt so mit... Jo, Bruder. Laut. Böse. Mr. Happyfanta. Vielen Dank für die zwei Emeralds. Moin, was heute passiert. Beste Grüße. Mr. Happyfanta. Ein Chaos. Und, ähm... Ich hätte fast den kompletten Zug geschreddert. Und noch ein paar andere Dinge. Viel zu viel. Wir haben die Strecke allerdings noch gemacht. Neu umgebaut. Und, ähm... Also wir hatten uns ewig mit dem Zug rumgeärgert. Das hat sich hoffentlich gelöst. Jetzt sind wir gerade dabei, die... Die Lok vorne noch zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob das am Ende gut aussehen wird oder nicht. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Müssen wir mal gucken. Aber, äh... Es ist auch schon wirklich spät. Ich wäre ansonsten... Dann auch eigentlich gleich schon fertig. Ich kann es mal wieder nicht lassen. An so einer Kleinigkeit zu basteln noch. Wir haben schon wieder Nulu hinter uns gelassen. Ikobi auch noch ein Resub. 13 Monate. Vielen Dank. Moment. Ähm... Ja... Aber Kleinigkeiten noch. Den dran, den dran. Den dran, den dran. Ja, irgendwie, dass man von hinten halt reinlaufen kann. Nach oben gucken wir mal, wenn es so eid ist. Habe ich das denn hier gemacht überhaupt? Ich glaube, ich hatte auch hier noch wieder mit Polished ein bisschen gearbeitet, ne? Ja, brauche ich noch ein bisschen mehr. Ähnlich die Lok auch fertig haben. So was ansonsten einfach. So in der Art. Dann hier vorne aber nochmal ein Block. Und hier kommen jetzt Stairs dran. Und ich denke mir noch so eine oder so. Okay, so hier die 100 Witz. Das Gämpfer macht während der Fahrt Rauch. Hab's gerade jetzt. Ernsthaft? Okay. Dann machen wir das. Dann müssen wir das ganz dringend machen. Hätte ich nicht gedacht. Weil es ist doch, das ist doch eine Entity dann. Dann danke für den Hinweis. Dann packen wir das drauf. Ich hab jetzt alles vollgeschleimt hier. Äh... Neues Slabs brauchen wir. Auch von der anderen Seite ebenfalls noch so. Ähm... Block. Oben, oben, unten. Oben, oben. Unten, unten. Block. Block. Da geht's dann seitlich hoch. So. Ja, inwiefern das hier innen jetzt geklebt ist, müssen wir mal gucken. Das war das Schwierigste. Da kommt ein Design. Runterlängende Laterne als Licht. Ja, mal gucken. Das ist schon mal gut, wenn man es schon mal erkennen kann. Das ist schon mal gut, wenn man es schon mal erkennen kann. Dann brauchen wir hier oben noch was. Dann brauchen wir hier noch ein paar Dinger. Ähm... Ja gut, Glas fehlt da dann noch, ne? Dann müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich doch wieder am rumlocken hier. Da kann ich wieder nicht hoch auf die Mauern. Da kann ich wieder nicht hoch auf die Mauern. Was sagt denn das Glas? Glas sagt nein. Achso, ich wollte eh graues Glas nehmen und so. Oh, ich kann doch die Glass-Paints hier nehmen. Aber die grauen Glass-Paints, die wir auch schon für das Gebäude hier hatten, da haben wir da noch welche. Irgendwie wäre cool, wenn wir das auch noch abhaken jetzt hier mit der Lok, aber... Dann brauche ich aber trotzdem noch Metallblöcke. Vielleicht schaffen wir noch ganz fix was. Äh... Ich habe hier noch Blöcke drin, die muss ich mal umcraften wieder zum Ingotts. Und dann kann ich hier wieder... Nein, nicht die Rusty, die normalen. Warum bildet er immer die Rusty? Immer die Rusty priorisierend. So in der Art. Dann hier zur Seite. Da zur Seite. Ja, also ich vermute mal, dass man dann einfach hier hochgehen kann. Mache ich es einfach mal so. Ich brauche mal kurz den Stein hier hoch. Einfach nur, damit ich hoch kann. Dann nehme ich wieder ein Kleber in die Offhand. Habe ich die so gebaut? Ja, oder? Also das mache ich nochmal weg. Das hier auch. Dann brauchen wir die Stairs. Geht schon wieder los, den mache ich jetzt auch wieder weg. Dann müssen wir das hier festkleben alles. Ne, das wieder nicht. So was. Den nehmen wir wieder mit. Dann nehmen wir die Glass Paints. Dann kleben wir das hier auch fest. Jetzt müssen wir noch hinten zumachen. Ja gut, also was heißt zumachen? Den kann man ja dann rein. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich das hier wegmachen. Da kommen dann einfach zwei Leitern rein, dass man da hochklettert. Ja, der Ende ist halt jetzt ein bisschen gelöst, wie es halt geht. Mal hier vielleicht nochmal ein Fensterchen rein. Da machen wir vielleicht dann mal irgendwie so eine Stair oder so rein. Und hier wird es dann halt reingehen in den ganzen Sinn. Okay, dann machen wir das hier noch. Das hier noch. Oh, warte mal ganz kurz. Habe ich mich gerade vertan? Ne, 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 ist richtig, ist richtig, ist richtig. Trotzdem geht es dann hoch mit vielleicht zwei Walls. Machen wir den hier noch. Den hier noch. Ist halt fast sonst nicht umsetzbar. Und dann muss ich halt wieder eine Tür ankleben. Mache ich mal schnell das Brewstore. Ja, wir tun jetzt mal so. Als würden wir so tun, dass das so tut. Dann haben wir unsere Lok. Ah, ne, stoppt die. Schornstelle fehlt noch. Lagerfeuer, ja. Ja, so ein Andesit-Funnel sieht halt auch schon nice aus. Andesit-Funnel mit Lagerfeuer und Trapdoors drüber. Kohle haben wir hier. Sticks haben wir da. Und dann Holz haben wir auch da. Wie kommt man da hoch jetzt? Überhaupt nicht gut. Aber so, auch hier kommt jetzt was drauf wieder. Möchte ich den Kleber wieder aufhören nehmen. Da ist dieser Andesit-Funnel hin. Da kommt jetzt das Campfire drauf. Dann machen wir das hier so zu. Oder? Oder kann das auch offen draufstehen? Das weiß ich gerade nicht. So, dann mit drei Blöcken Abstand so ein bisschen. weiter nach vorne. Aber hey, ich habe das doch hier auch so gemacht, oder? Das müsste genau so sein, wie im Beispiel. Der rauchende Schornstein kommt vorne hin. Okay. Ah, ist da wieder festgeklebt. Ach, Mann. Egal, das Ding hält eine Weile. So. den kleinen hier hin. Dann machen wir den großen einfach nach vorne. Da war schon geklebt. Dann Lagerfeuer wieder drauf. Oder wollen wir das einfach sogar so lassen? Ne, ist doof in dem Lagerfeuer, oder? Wie doch andersrum. Ihr habt doch gerade gesagt, das rauchende Ding nach vorne. Der rauchende Schornstein kommt vorne hin. Der zweite kleine ist fürs Wasser in der Mitte. Ja, was denn jetzt? Der Schornstein muss vorne, aber die Rauchkammer schreibt ein Urteil so. Ne, das nochmal. Hinten sitzt ein Dampfturm, in dem der Dampf gesammelt wird. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Ding aufgebaut ist. Also. Das stimmt schon so. Also. Naja, dann stimmt das jetzt doch. So, dann machen wir da die... Da kommen die Traptors dran. Machen wir das hier mit dem... Traptor. Okay. Ist das so okay? Leute. So, dann brauchen wir jetzt natürlich wieder die... Teile hier. Ich mach... Leute, wir machen das erstmal so... Also, ich würde mich breitschlagen lassen, zwei Räder zu machen. Nämlich da und da eins. Das geht. Können wir nicht da in das Minecart. Hier, die da von unten dran. Dann mach ich hier zwei Räder hin. Achso, wir brauchen natürlich auch noch die Valve-Dinger. So, jetzt haben wir doch noch das Teil fertig gebaut. Als ob. Ah, stopp. Ich muss hier aus Kupfer machen. Und an der Seed. Wir machen das Valve-Ding. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück brauchen wir. Da brauchen wir noch die Stangen. Finde ich gerade nicht. Dann mach ich die eben so. Und let's go. Also. Dann machen wir das einfach mal so. Ah, stopp. Ich muss noch färben. Aber diesmal hab ich den Farbstoff hier, oder? Irgendwo war der doch. Da. Light Grey. Sechs Stück. Abfahrt. Den da dran. Hinten folgendes. Ops, kann ich hier? Komm, warte, 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 das geht nicht gut. Ich konnte da nicht gut runter. Ja, jetzt ist natürlich unten festgeklebt, aber das war noch nicht gut. Ich probier's mal. Nee, das dreht sich mal falsch. So, jetzt aber. Und den und den. Dann brauchen wir da den Kies. Wo sind die Kies hin? Kein Kies da? Egal. So sieht's dann eben aus. Dann machen wir das. Und das. Das wird wieder abgebaut. Nein. Doch. Nein, das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir. Ah, weil ein Flint rausgekommen ist. Das machen wir ganz und gar nicht. Hier das Ding. Ah, nee. Das machen wir ganz und gar nicht. Öh. Nein. Jetzt aber. Wir müssen das von vorne dran klicken. So. Und so. So und so. So, und das hier hinten, das ist auch schon wieder nicht gut. Man nimmt mir mal den Kleber aus der Hand. Das ist ja furchtbar. So. Ja, jetzt fehlen eigentlich noch die Kupferrohre, ne? Da haben wir Kupferrohre. Also erstmal brauche ich mal Kies wieder, damit ich hier unten das zuschütten kann. Die anderen Seite auch. Und jetzt glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Kupferrohre brauche ich. 16 von den Rohren. Die sollten aber nicht so teuer sein. Und dann werde ich da vorne das Ofen-Mine-Cut reinmachen und dann werde ich das Ding jetzt fahren. Und wenn das Teil crasht, ist der Stream vorbei. Ganz einfach. Ich kann hier oben mal ein paar von diesen Bauchlecken raustun. Brauchen wir ja nicht mehr. So, ab geht's. Dann machen wir Rohre. 16 Stück. Oh mein Gott, das hat smooth gepasst. Brauche ich trotzdem hier rein. Okay, dann. Wir machen das mal hier raus. Immer. Die Kiste geht hier vorne rein. Ja, genau hier da, wo das Ding rauskommt. Oh, yes. Bitte vor dem Test einscannen. Wir scannen das nicht ein. Wir fahren volle Möhre. Gegen die Wand. Ihr kennt doch Spark als berechnend immer. Wir kriegen das eingescannt. Scannen das Ding nicht ein. Wir fahren die Kiste zu Schrott. Hey, warte mal ganz kurz. Habe ich das hier eins größer gemacht als im Test? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Ah, okay. Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Hä? Wo habe ich denn den Fehler gemacht? Ah, ich habe das Rohr weiter nach vorne gedingst. Okay. Das erklärt es. Meine Damen und Herren, Sie haben nichts gesehen. Dann mache ich es eins dahinter rein. Sieht immer noch gut aus, oder? Oder ich finde es sogar vielleicht ein bisschen besser, wenn das dahinter reingeht. Nicht direkt seitlich, da wo der Schornstein ist. Sage ich mir jetzt so, weil ich da nichts Neues craften muss. So. Ja. Ja. So. Einscannen soll ich das also. Ja, das... Das muss ich mir noch überlegen, ob wir das einscannen. Okay, habe ich mir überlegt, wie ich scanne ich es ein. So, dann... Gehen wir mal hier rüber. Gehen vor allen Dingen hier. Muss ich jetzt hochgehen. Die Lok ist halt ein bisschen größer. Ein bisschen arg größer. Ja, hier ist so die Höhe... Ja, bis hier hin. Meine Damen und Herren, habe ich die Lok gut eingescannt? Glaube ja. Ich glaube ja. Ich muss jetzt... Ich weiß, ich weiß, überall alles... Zugwaggon. Nicht Lok, sondern Zug... ...Waggon. Fertig. Weil der zieht. Ist gescannt, meine Damen und Herren. Ich kann das nämlich jetzt hier gucken. Personen-Einschienenwahrt, Tankwaggon und Zugwaggon. Fertig. Ja, einen Sitz. Hätte ich einen... Ja, ich habe einen theoretisch. Ja, nee, ich habe den jetzt... Es ist egal, ich habe den nicht mit eingescannt. Das kommt raus. Schematics gespeichert. Meine Damen und Herren, wir fahren die Mühle jetzt. Wir fahren... ...den fertigen... ...Zug. Ich muss mich hier oben raus. Und ich brauche noch... Nee, brauche ich eine Range? Nee, Range brauche ich nicht. Schlimmfinger brauche ich. Wir müssen jetzt noch Folgendes machen. Wir müssen hier... ...das Ofen-Mine-Card einsammeln. Ganz ehrlich, ist mir egal. Ich kann es doch vielleicht nachrecken, wenn du sagst. Da kommt ein normales Mine-Card rein. Dann kommt noch ein normales Mine-Card rein. Jetzt noch ein Ofen-Mine-Card. Drei Mine-Cards noch. Wobei ein... ...einzige Ofen-Mine-Card. Und dann brauche ich noch... ...zwei normale Mine-Cards. Die sind hier. Das Ofen... Ach genau, warte, ich muss auch noch die Kiste umbauen. Oder ich muss eine neue Kiste einfach mal nehmen. Ofen-Mine-Card nach da. Normales Mine-Card nach da. Wie ich mit diesem Arm wäre gut reinkommen. Das nach da. Jetzt brauche ich eine Vanilla-Kiste. Und da muss dann die Kohle rein. Hier habe ich hier... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so... Machen wir zehn Stück rein. Die 61 kommt nach vorne. Die klebe ich auch nochmal fest, ja. Kleben. Kleben, meine Freunde, kleben. Habe ich auch schon wieder vergessen, aber... Splash. Kohle rein. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal scannen. Wegen der Kiste. Das ist ja ansonsten nervig, das nochmal neu zu machen, aber... Habe ich jetzt ernsthaft da am Boden angeklebt. Dauert er jetzt nicht lang. Ups. Oder warte mal ganz kurz. So, kann ich da bestimmt hier. Ja, nee, nach oben fahren geht nicht. Egal. Dann, ich baue mich hoch. Geht schneller. Bis hier hin. Das Ding nehmen wir da mit. Überschreibe ich einfach das Ding. Ja, ist alles drauf. Ist alles drauf. Ist alles drauf. Ja, den S... Ja, ja, den Sitz. Mann, dann klebe ich den eben auch noch hin. Den Sitz... Wird dann jetzt ein weißer Sitz. Ja, dann kleben wir den halt auch noch. Hier kann man dann sitzen. Das Ding... Heißt jetzt Zug... Zugwag... Zugwaggon. Das wird dann Zugwaggon 1 heißen. Weil ich das... Ja, Zugwaggon 1 NBT. Das ist okay. So, raus mit dem Kleber. Ich muss den Kleber loswerden. Haben wir alles. Haben wir alles. Passt jetzt alles. Sitzt, wackelt, passt, hat Luft. Können wir loslegen? Nein, es ist dunkel. Wir fahren nicht bei Nacht. Nachtfahrten sind verboten. Wir haben nämlich keine Beleuchtung. Ach ja, koppeln müssen wir das ja auch noch. Ja, jetzt hätte ich startgedrückt, der Zug sei. Reino ausgefahren. Das wäre natürlich der Ultra-Fail jetzt. Wir müssen die Kiste hier auch noch koppeln. So. Gekoppelt. Gekoppelt. Da ist jetzt eine Stange dazwischen. Ansonsten, hier ist immer noch eine Stange, glaube ich. Ja, da ist eine Stange. Von dem nach... Hier ist eine Stange. Und von... Ne, warte, das ist schon. Eine Stange, zwei Stangen, drei Stangen. Wir haben alle drei Stangen. Fertig. Oh mein Gott. Leute, absolute Jungfernfahrt. Darf ich vorstellen. Das ist der Zug. Und den werden wir jetzt endlich testen und fahren. Wir ignorieren den Ofen, der da unten liegt. Den sollen wir gleich gleich rein. Leute, es müsste alles ready sein. Es müsste wirklich alles ready sein. Alles gekoppelt, alles passt, alles wackelt, alles hat Luft. Habe ich was vergessen? Nein. Wissen Sie JV noch fragen? Mui. Hallo. Der Zug ist fertig. Ey, was ist ein Zufall. Ich bin gerade in der Nähe. Komm mal vorbei. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob die Schiene das, ob die Strecke das jetzt reißt, ob der wirklich gut im Kreis fährt. Und vor allen Dingen, ob er beim, ob die Lok beim Fahren qualmt. Mit Qualm? Mit Qualm, wenn alles geht. Ein Zuschauer meint, der hat das getestet, dass es geht. Hast du einen Lagerfeuer vorne reingemacht? Genau. Und wenn das jetzt nicht geht, gibt es einen Bann. Perfekt. Ja. Nee, alles gut. Jemand meinte noch wegen der Lampe. Ja, Lampe. Ich weiß ja nicht, wo wir uns die Lampen reinmachen müssen. Keine Ahnung. Meinst du nicht so eine hängende Laterne? Einfach so. Wo muss die hin? Genau. Ist das nicht? Keine Ahnung. Kenne ich jetzt so nicht. Ich frage mich, warum ich das im Kopf habe. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf einfach so, dass vorne einfach so eine Lampe dran hängt. Hm. Nicht so in der Birne. Das heißt mir irgendwie nichts. Ah, gar nicht. Ich kann nochmal eine Laterne holen. So, wir kommen auf Gleis 9,3 Viertel. Der Hogwarts Express wird... Bitte, alle Schüler bitte einsteigen. Ja, keine Ahnung. Willst du nicht da so eine Laterne vorne dran kleben? Dann ist natürlich der Kleber nicht drin. Vorne in die Mitte. Oder eine Seelaterne. Aber die haben wir da nicht, ne? Bevor gleich wieder ein riesengroßes Missgeschick passiert. Ja. Hast du den Zug schon eingescannt? Ja. Perfekt. So war's. Wenn du jetzt nach vorne kommst. Ja, genau. Find ich super gut. Ich fand das da vorher ein bisschen... Fand ich es da besser aus. Also ich weiß noch, warum irgendwie... Okay. Vielleicht du redst so eine Lampe oder sowas da rein oder so. Oder 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 die Laterne. Aber eine Laterne an sich... Also es muss ein kompletter Block sein. Eine Laterne an sich so ist irgendwie nicht so. Okay. Für den Laternen und dann eine relativ durchsichtige Traptor davor oder sowas? Hm. Das Erste, ich würde sagen, der Zug fährt jetzt erstmal, bevor da irgendwas noch kommt. Perfekt. Get ready. Der Zug fährt jetzt ab. Oh mein Gott, es funktioniert einfach. Er fährt alles richtig gekoppelt erstmal. Nein! Die Rohre sind stehen geblieben! Warum? Ich hab die alle angeklebt. Okay. Das ist ein bisschen disappointing, dass die Röhren jetzt nicht mitkommen. Aber er funktioniert. Er funktioniert. Und bitte, bitte nicht brechen jetzt hier an den engen Kurven. Aber ich glaube, ich hab das dem richtig eingetrichtert. Äh, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Aber warum sind denn die Rohren jetzt eigentlich dran? Ich hab die doch geklebt. Ja, ich schalte ihn gleich wieder an. Dann kleben noch die Reste noch. Hm, ich muss auch die Lok nochmal neu einscannen dann. Glaube ich. Er raucht aber, ne? Ja genau, er raucht. Hab ich jetzt drauf geachtet. Er raucht einfach knallhart. Geil wäre natürlich noch ein Weizenblock da drunter, ne? Damit er mehr qualmt. Aber ich glaube, das ist zu viel des Guten. Oh, da hat er sich kurz überlegt. Da hat er sich kurz überlegt. Aber da hat er die Rechnung nicht mit mir gemacht. Ich hab den, der wäre, der wäre gebrokt, wenn er hier nicht. Okay, sag was auch. Jetzt müssen wir ganz genau gucken. Das sieht echt gut aus. Oh, perfekt angehalten. Ja, ich weiß nicht, warum die Kiste nicht richtig... No idea. Warum die Rohren nicht da dran kleben. Aber ich probier noch was gleich. Und dann scanne ich ihn auch nochmal neu ein. Das geht ja nicht. Kann das vielleicht sein, dass sie nicht kleben, wenn die ihre Drehrichtung ändern? Das wäre eine Option. Aber ich versuche, die mal am Zug festzukleben. So in Zugrichtung. Aber die haben ungleichmäßig sich... Also auf der einen Seite hängen mehr als auf der anderen Seite, die ich geklebt habe. Also scheint das am Kleben zu hängen und nicht am... Ja. Sonst werden ja alle nicht mitgekommen. So, ich kleb die einfach mal so richtig gegen die Lok dran. Und dann scannen wir auch nochmal ein. Das ist die latest Version. Mir fällt gerade ein, was ist noch mit einem Shroomlight statt Laterne? Das würde auch gehen. Hast du eins? Nein, leider nicht. Ja, ist nicht so heilig. Kannst du das sehen, wenn ich das hier einscannen eigentlich? Wie dieses... Weiß ich nicht. Siehst du den gerade jetzt? Was denn? Okay, gut. Dann siehst du es nicht. Das ist so groß, das kannst du nicht übersehen. Okay. Ja, nee. Ah, jetzt klebe ich hier jeden Block fest. So, machen wir doch einfach mal. Dann geht es hier wieder Zugwahlung. Eingesperrt. Zugwahlung in Unterschicht 2. Das ist aber okay. Okay, ist eingesperrt hier auf der latest Version. Dann müssen wir nochmal neu losschicken jetzt. Was mich überrascht, dass man den so gut anhalten kann. Also auch immer passend auf den Schäden, wenn man das drauf macht muss. Was übrigens äußerst ungünstig ist, wenn jemand das falsch anhält. Wenn der Zug schon drüber ist und man dann anhält, dann werden die hinteren Blöcke ja zu Blöcken wieder von der Entity und der Zug fährt jetzt so normal weiter. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Da müssen wir echt genau aufpassen. Hat der Zug sowas wie einen Redstone-Kontakt, den man nutzen könnte dafür? Ja, dann würde er halt nach jeder Runde immer von alleine stehen bleiben, ne? Ja, würde gehen. Wir können nicht über eine Detektor-Rail fahren. Naja, nee, 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 können wir auch nicht. Weil wenn er halt losfährt, dann fahren ja die hinterliegenden Minecats auch über die Detektor-Rail. Und dann würde er auch beim Flussmann schon zerbrechen. Naja, also das Timing ist machbar. Es ist machbar. Apart. Und jetzt fährt auch die Röhre mit. Die eine Seite zumindest. Die andere Seite nicht? Doch, alle. Oh ja, Leute. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, JV, ich würde sagen, der ist so fertig. Der Train eigentlich. Klar kann man jetzt dann auch Lock, Detail und so machen, aber... Ja, ja. Hauptsache, der Bums fährt jetzt mal. Richtig. Hauptsache, der Racht, wo er langfahren muss. Ich würde jetzt ja nicht stehen bleiben. Der schiebt mich aber nur weg, ne? Ja, der schiebt mich weg. Jetzt stehe ich auf dem... Wie nennt sich das? Äh... Ähm, ne? Ne? Genau. Wie heißt das Ding denn? Weiß ich nicht. Wo stehst du denn? Äh... Ein Flug, genau. Okay, ein Flug. Frontschieber, ja. Komm, Frontschieber ist es nicht. So, wie viel besser die Kiste? Ey, das sieht aber mächtig aus, wenn man oben in der Lok drin sitzt, ne? Ja. Das sieht mächtig aus in der Lok. Ja, gut, mit Optifine backt es natürlich jetzt ein bisschen. Dann blenden immer die Minecarts ein und aus, ne? Kuhfänger, schreiben viele. Die haben sie bei mir auch geschrieben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das aus dem Westen noch kommt. Aus dem wilden Westen mit Kuhfänger. Ja. Oh, der Zug hat schon wieder gezögert, aber... Ich habe ihm das fürchten gelehrt und gesagt, er soll hochfahren durch die Powerdrails. Gut, dass wir die Regel jetzt gemacht haben. Ansonsten wäre die Kiste ein bisschen... Ne? Oh, kann ich überhaupt hier durch jetzt? Nein. Ich würde runtergedrückt werden. Muss mal hier zwischen den Seiten stehen. Ach, Leute, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Aber es war echt ein bisschen Kopfzerbrechen, muss ich sagen. Ein bisschen böses, böses Kopfzerbrechen. Ja, solange es jetzt funktionieren. Wenn man hüpft, ist auch ganz cool, dann... ...fällt man so nach hinten. Was aber in echt nicht wäre. Wenn du nämlich in echt in einem Bus oder so hüpfst oder im Zug, dann fällst du... Nein! Nein! Was ist passiert? Ich glaube, ich habe dich noch nie schreien gehört. Ich habe auch nicht richtig geschrien. Okay. Das war so, ich tue so, als ob ich schreie. Das ist jetzt ein bisschen... ...ein bisschen dumm ist das jetzt hier. Warum macht ihr das? Warum hat er das vorher nicht gemacht? Ja, das ist... Das ist jetzt der Informatiker-Ansatz. Aber ich glaube, das funktioniert hier nicht. Das hört sich an wie ein Gespräch mit dem Compiler, aber... Ähm... Hä? Hä? Geht er wieder? Nee, aber... Ach, schade. Ich habe hier gerade einen ganz komischen Bug. Ganz komischen Bug? Oh, ich habe ihn angeschubst. Äh, wie... Was hast du gemacht? Ihn angeschubst. Ja, wie angeschubst? Ja, angeschubst. Einfach dran gelaufen? Einfach dran gelaufen. Einfach dran gelaufen. Einfach dran gelaufen. Oh, okay. Ja, ich würde sagen, okay, Leute, das reicht jetzt. Aber das reicht, das reicht, das reicht, das ist genug. Das ist genug, das ist jetzt over. That's it. Ich bin froh, dass die Kiste angekommen ist. Aber ich glaube, ich weiß auch wieder, wo das... Also, wir müssen in regelmäßigsten Abständen... Immer Power-Drails setzen. Und jetzt auch als Regel auch vor und hinter Weichen. Hier, ich glaube, das Minecraft wusste halt nicht, wo es langfahren soll schon wieder. Auch hier... Meinst du echt lag an der Weiche? Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen vor, so ein bisschen zurück genau an der Weiche gehobelt. Aber... Schwierig. Jo. Ich glaube, ideal wäre, wenn du dann hier auch noch eine setzen könntest, ne? Ja, kann ich ja auch theoretisch. Also, das ist ja dann... Ja. Für den Zug, der kommt. Aber da kann ich auch schon mal hin platzieren. Ich habe erst mal Gold gefarmt. Falls sich das da rüberbackt oder so. Ja, ja. Ich muss die von unten jetzt aber setzen, den Schalter. Und das... Ich muss... Also, die Schalter kommen immer unten drunter. Und deswegen war es halt so gut, dass wir Stein nehmen und keinen... Ja, Kies. Das war der Sinn. Ja. Ansonsten, er hat auch Andesit. Wird auch passen, aber man sieht den Koppelzern eh nicht da drunter. So, die Hebel war ich wieder weg. Gut, aber dann haben wir das. Feierabend. Wir haben es geschafft. Ich habe den Zug, zwei Waggons gemacht. Den Cargo-Waggon kam heute dran. Mit auch Undock-Stationen. Mit Inputs und Inputs und Outputs. Mhm. Die und die Lok vorne dran. Und ich habe den Zug einmal komplett zerlegt. Den hast du ja schon vorhin gesehen. Der hat ja komplett ineinander rumgebacken. Ja, das habe ich gesehen. Hätte ich einmal einen Minecraft abgebaut oder die Kappe... Das Ding wäre zerstört gewesen. Gut, dass es mit dem Wasser noch geklappt hat. Dann wäre das irgendwie schön, wenn man dann... Wenn man so einen Riese wäre, auf einmal das vordere Minecraft nimmt und wie so eine Wurst, den dann auseinanderzieht oder so. Ja, so ein Schnürsinn. Hast du untenrum nochmal aufgedeckt? Untenrum aufgedeckt? Was, wie wo? Äh, die Karte. Achso, äh... Ich finde, das sieht richtig nice aus. Die Gleise jetzt nicht so da durch... Ja, ich mache mich mal... Ich flotte mal runter. Ich glaube, ich habe nicht alles aufgedeckt. Quasi bis zur Brücke von RGB habe ich jetzt die Gleise fast fertig. Ja, genau. Oh, Leute. Das wird echt nice. Dass dann alles einmal funktioniert. Also wir werden so oder so Probleme noch damit kriegen. Der wird auch bestimmt mal irgendwo festhängen. Der wird safe irgendwo kaputt gehen mal und so. Klassiker. Ja, ja. Das Übliche. Das wird alles noch kommen. Da kommen wir nicht drum rum. Das wird safe passieren. Wir bräuchten irgendwo eine Holzkohle-Fabrik, dass der Treibstoff mal tankt, damit er mal fahren kann. Ja, idealerweise ist die ja bei dir in der Nähe vom Lok shoppen, ne? Ich hätte es bei der Holzfabrik gemacht. Von RGB. Ja. Könnte man auch. Sonst müsste ich da wieder was auch machen. Oder wir transportieren es halt da hin und tanken dann da, weil das halt cool ist. Okay. Kann man machen, wie man will. Ja, RGB sagt, er baut schon eine für Holzkohle. Ja, dann passt das doch. Schön. Genau. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir irgendwie so ein Tunnel-Designen kriegen mit einer Schemate kennen. So 16 Blöcke einscannen und dann immer repetitiv dransetzen, sodass es auch nicht so auffällt. Das wird nice. Nicht mehr da zurück. Hey, sehr, sehr schön. Das hat man letztes Jahr echt nicht. Das wird gut, wenn das alles funktioniert. Ja. Vorhin ist jemand, heute ist jemand schon hier zugefahren, ohne dass ich da war. Da hat er das Kart etwas weiter vorne angehalten. Wenn das jetzt mit dem Kompletten zugemacht wird, der muss halt perfekt an der richtigen Stelle anhalten, sonst hat er halt ein Problem. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Ich würde mal ein Schild entstellen, nicht, dass jetzt jemand den hat. Du müsstest noch so Tore machen bei diesem Lockschuppen, die du abschließen kannst. Aber ich mache es am besten vor einen Schalter, weil damit startet man den ja. Ich habe es jetzt übrigens immer so gemacht. Ich habe mich in meinen Chunk gestellt und den Mittelpunkt, also quasi da, wo die Schiene ist, immer als bei Chunk-Koordinate 8 gelegt. Ja. Ja, 7 oder 8, je nachdem. Kannst du ja aussuchen. Leider ist das mit RGBs Brücke nicht ganz ausgekommen. Die ist jetzt leider um einen Block verschoben. Ja, nö, die kannst du ja, die kommt zum Beispiel von RGB ist ja das kleinste Problem. Reisen wir da ab. Ja. Ich dachte mir auch, er hat da noch nichts groß in seiner Fabrik gebaut. Ich glaube, der hat da nur erstmal so ein Layout auf den Boden gelegt. Dann wird er schon sehen, dass sich das alles um einen Block verschoben hat und ich hoffe, dass er das dann auch noch drüber schiebt. Sieht so mächtig aus, die Schienen, die da durchgehen. Sehr, sehr geil. Auf dem Minimap, ne? Ja, ja. Ich feiere das auch richtig. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, wir können den eigentlich direkt, ja, was heißt direkt, um See würde ihn gar nicht mal unbedingt fahren lassen, also. Wir könnten halt eine Brücke zu RGB machen, dann fährt er ein bisschen RGB und fährt auf einer anderen Brücke wieder zurück oder irgendwie sowas. Der muss halt dann wieder hochkommen und da, also diese Schlaufe halt sozusagen hinkriegen, ne? Der kommt ja dann da bei Car Space von rechts wieder dran. Und von oben kommen da noch ein paar andere. Leute, damit endet der Stream heute nochmal mit, äh, was Positives. Halt ich irgendwie nicht gedacht. Ach komm, der ganze Stream war positiv. Ja gut, falls du die Stunde meinst, wo ich da rumgeworked hab, dann... Ja, du hast es gelöst bekommen. Ja, ja. Frage ist nur, was es gekostet hat. Bei Flocke gibt's Essen, ne? Da können wir uns bedienen, glaub ich. Flocke's Factory. Ich bin aber noch raus für heute. Alles klar, fuck. Ich hab viel zu lange gemacht. Ich wollte eigentlich nur bis zwölf schon wieder. Ich hab eigentlich gar nicht die Zeit zu langsam machen gerade. Ganz dringend Buch mit da machen. Bis die Tage. Okay, bye. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Mach's gut. So, dann Mc... Äh, nee. Creamy noch an Rehel, ein Sub-Gift. Vielen Dank. Und McAnvil, fünf verschenkte Sub's nochmal zum Schluss. An Chewbacca. Äh, Silkers. Nee, Slickers. Confused, STFN und Jane TV. McAnvil, vielen lieben Dank. Danke dir. Wahnsinnig nicer Stream. Am Ende dann doch noch. Wir haben richtig was geschafft. Der komplette Zug ist jetzt fertig. Endlich. Ich will nicht die ganze Zeit auf YouTube-Video machen. Ja, nächster Waggon, nächster Waggon. Nochmal Zug, nochmal Zug. Der Zug muss jetzt fertig sein. Ähm. Am Anfang würde ich sagen, fährt erstmal nur ein Zug. Und später können wir auf zwei Züge upgraden, wenn es soweit ist. Als nächstes ist halt Aufgabe Schienenbau. Und warte mal, irgendeine Fabrik wollte ich noch machen. An welche Fabrik wollte ich mich denn kümmern? Was wollte ich denn als Fabrik machen? Ah, die Brau, die Trank eventuell. So die Trank- und Tankstation, ne? Jedenfalls. Also was auf jeden Fall sicher ist, der Zug kommt von hier hinten. Der fährt hier gerade auch drüber, aber die Brücke auch. Und kommt irgendwo hier von Flocke runter. Ich bin am überlegen, ob ich die hier eigentlich so hinsetze. Hier so drunter. So in die Ecke ein bisschen abseits. Was sie zockt, ist ja da. Dann kann der Zug halt irgendwie einmal so hier so rumfahren dann. Also meine Fabrik ist hier unten. Da geht er von der Seite dran. Flocke ist halt hier oben. Da geht es irgendwie von der Seite dran. Was hier oben geht auch von der Seite dran. Dann fährt er irgendwie sich hier oben so lang. Vielleicht hier so am Wald dann drunter. Ja, ne, am besten nicht über G-Time-Space. Irgendwie vor G-Time-Space wieder hier so runter oder sowas. Dann zur Seite. Am Anfang wird das auch erstmal erkoppelt so bleiben, bis sämtliche Fabriken feststehen. Wahrscheinlich würden sich dann alle Fabriken dann um diese Strecke, die dann hier so im Kreis geht, ansiedeln. Runden unten dasselbe. JB baut hier sein Ding hin. Dann geht das einmal hier rüber, der Zug. Und dann fährt er, weiß ich, plötzlich so ein Stückchen. Und dann wieder hier so diagonal rum. Dann nach oben und dann wieder zurück oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Aber Leute. Ich bin auch raus für heute. Bis die Tage. Schaltet morgen wieder ein. Und genau sechs Stunden euch wieder. Viel zu lang. Ciao, ciao. Bye, bye. Vielleicht Spiel gewonnen. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.